Mac Tavish and Scott Die Lady Detectives von Edinburgh Von Gitta Edelmann Es liest Bettina Storm Folge 1 Der verschwundene Gärtner Dies ist Churchill, Lowe, rief der Busfahrer Finola zu, als er nach links lenkte. Vielen Dank. Wie gut, dass sie den Fahrer gebeten hatte, ihr Bescheid zu sagen, wenn sie Churchill erreichten. Sie hätte die Bushaltestelle nicht wiedererkannt. Nun ja, sie war nur ein einziges Mal hier im Edinburgh-Stadtteil Morningside gewesen. Und damals hatte es so fürchterlich geregnet, dass sie ein Taxi genommen hatte, um nicht wie eine nasse Katze zum Vorstellungsgespräch zu erscheinen. Die Bustüren öffneten sich, und Finola schloss sich den Leuten an, die an dieser Haltestelle ausstiegen. Nochmal danke, sagte sie zum Busfahrer. Der legte den Kopf schief und grinste. Ich hoffe, der Rucksack ist nicht zu schwer. Ich kann gerade nicht beim Tragen helfen. Finola lachte, ohne auf seine Worte einzugehen, und trat mit einem fröhlichen Bye hinaus auf den Gehweg. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Hm, sie war später dran als gehofft, obwohl die Reise von Canterbury hierher recht problemlos verlaufen war. Zwar war der Flieger in London mit einer guten halben Stunde Verspätung gestartet, und am hiesigen Flughafen war ihr der Bus ins Stadtzentrum direkt vor der Nase weggefahren, aber alles Weitere hatte geklappt. Zum Glück kannte sie sich ja in Edinburgh ein wenig aus. Sie überquerte die Straße. Dort drüben, das musste Albert Terrace sein. Sie hatte es fast geschafft. Doch als sie kurz hinter der Ecke in der kleinen Seitenstraße ankam und das Straßenschild las, stand dort Abbotsford Park. Wie konnte das sein? Weiter vorn gabelte sich die Straße. War eine Abzweigung davon Albert Terrace? Aber welche? Oder hatte sie sich völlig in der Richtung geirrt? Finola zog ihr Handy aus der Jackentasche. Wozu gab es schließlich ein Navi? Mist. Das Handy-Display blieb schwarz. Der Akku hatte die Reise wohl weniger gut überstanden. In diesem Moment stieß jemand so heftig an ihren Rucksack, dass Finola gegen die nahe Hauswand stürzte. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich halbwegs aufrechtzuhalten. Oh fucking shit, fluchte eine weibliche Stimme. Vorsichtig drehte Finola sich um. Vor ihren Füßen auf dem Asphalt lag eine kleine weiße Schachtel. Daneben stand eine junge Frau mit lockigen roten Haaren, die zwei weitere größere weiße Schachteln auf ihren Armen trug und ziemlich verzweifelt aussah. Tut mir furchtbar leid, ich hab dich nicht gesehen. Ich bin in Eile und sonst steht hier eben nie jemand. Oh je, hoffentlich sind die heil geblieben. Sie versuchte sich niederzubeugen, ohne die beiden Kartons auch noch fallen zu lassen. Moment. Finola kam ihr zu Hilfe, ging in die Knie und hob die Schachtel auf. Nun konnte sie eine Prägung darauf erkennen. Lorry's. Kannst du sie einfach oben drauf? Ach nee, ich muss ja erst mal sehen. Würdest du bitte? Die Rothaarige schnitt eine Grimasse. Neugierig öffnete Finola für sie den Deckel. Cupcakes? Drei kleine Kuchen mit knallig blauer Wellenglasur und winzigen bunten Fischchen ruten neben zwei anderen mit roten Rosen und Schmetterlingen. Mhm. Die junge Frau nickte und besah sich die Cupcakes genau. Ich bin Lori von Lorries Café, erklärt sie. Und die Dinger werden dringend bei einer Geburtstagsfeier erwartet. Sieht doch ganz gut aus. Soll ich dir die Schachtel oben auf die anderen packen? Fragte Finola. Minus eins. Finola sah sie fragend an. Der blaue da in der Ecke ist angeschlagen. Nimmst du den bitte raus? Damit darf ich mich nicht blicken lassen. Dann behaupte ich lieber, ich hab mich verzählt und hol Nachschub. Kannst du haben. Nochmal sorry. Und jetzt muss ich los. Kaum hatte Finola den Cupcake herausgenommen und die geschlossene Schachtel auf die beiden anderen platziert, klemmte Lori alles mit ihrem Kinn fest und eilte auch schon weiter. Kannst du mir sagen, wo Albert Terrace ist? rief Finola ihr nach. Geradeaus. Und komm doch mal bei mir im Café vorbei. Morningside Road. Von hier aus ein Stückchen nach der Bücherei. Damit nahm Lori die rechte Abzweigung und verschwand hinter einer Hecke. Finola bis in den Cupcake, den Lori ihr hinterlassen hatte. Ein bisschen zu süß für ihren Geschmack, aber irgendwie eine nette Stärkung für das bevorstehende Gespräch. Bevor sie durch die offen stehende Gartenpforte trat, atmete Finola einmal tief durch. Der erste Schritt in ihren neuen Job, in ihr neues Leben. Die untergehende Septembersonne warf goldene Strahlen auf den Kiespfad, der zum Haus führte. Finola wertete dies als gutes Omen. Tatsächlich schien sich, seit Mr. Reynolds ihn in seinem Testament bedacht hatte, ihr Leben zum Positiven zu wenden. Ein Blick auf die Armbanduhr verriet ihr, dass sie trotz des Zusammenstoßes mit Lori gerade noch pünktlich war. Sie stieg die Steintreppe hinauf zur weinrot gestrichenen Haustür. Der Türklopfer aus Messing, der daran angebracht war, zeigte nicht den so weit verbreiteten Löwenkopf, sondern den eines indischen Elefanten. Viele Hände schienen den Elefantenkopf berührt zu haben, denn die Gravur seines Kopfschmucks wirkte in der Mitte abgerieben. Ob er ein Glücksbringer war? Finola zögerte. Rechts der Tür gab es zwei Klingelknöpfe, einen für A.S. den anderen für MWS Investigators. Klingeln? Oder lieber klopfen? Langsam hob sie ihre Hand und stellte überrascht fest, dass diese leicht zitterte. War sie doch so nervös? Noch bevor sie sich bemerkbar machen konnte, öffnete sich die Tür. Da sind sie ja! Finolas neue Arbeitgeberin trat einen Schritt zur Seite. Kommen Sie rein! Den Rucksack können Sie hier in der Diele lassen, wir gehen zuerst mal ins Büro. Das Zimmer oben ist aber fertig und ihr netter brasilianischer Freund hat ihre beiden Kisten heute Morgen schon vorbeigebracht. Finola grüßte, ließ den schwarzen Trekking-Rucksack von ihren Schultern gleiten, lehnte ihn an die Wand und folgte der Frau geradeaus durch die Flügeltür in das großzügige Büro. Auf dem Schreibtisch, auf dem sich neben dem Laptop Akten stapelten, stand ein schwarzes Namensschild mit weißer Schrift. Anne Scott. Tee? Kaffee? fragte Anne Scott und deutete auf eine Sitzecke mit drei weinroten Sesseln und einem runden Tisch, auf dem zwei bunte Tassen und ein Teller mit Shortbread standen. Gerne einen Tee. Kaffee würde ihren Herzschlag nur noch weiter antreiben. Anne Scott drehte sich um und schaltete den Wasserkocher auf dem Schränkchen ein. Sofort begann das Wasser zu brodeln. Es war nicht zu verkennen, dass Finola pünktlich erwartet worden war. Milch? Zucker? fragte Anne Scott. Etwas Milch, kein Zucker bitte. So mag ich den Tee auch am liebsten. Lächelnd kam sie mit der Teekanne und einem Milchkännchen zu Finola an den Tisch und setzte sich ihr leicht schräg gegenüber. Er muss noch kurz ziehen. Finola nickte und betrachtete die Frau im schlichten grauen Kleid. Sie schätzte Anne Scott auf Mitte bis Ende 50. Sie war groß und weder dick noch schlank. Ihre graumelierten Haare trug sie kurzgeschnitten und außer einem bärenfarbenen Lippenstift hatte sie offenbar kein Make-up verwendet. Seriös und vertrauenerweckend. Ganz die Chefin von MWS Investigators. Finola versuchte, ihren Jeans-Mini-Rock ein wenig weiter Richtung Knie zu ziehen. Sie hätte sich vor ihrem ersten Gespräch mit Anne Scott lieber noch umgezogen. Aber immerhin war ihr aschblonder Pferdeschwanz und das schwarze Shirt unauffällig und passten in diese Umgebung. Hatten Sie schöne Ferien? fragte Anne Scott und schob den Gebäck Teller näher zu ihr. Ja, danke. Tatsächlich entpuppte sich die Gartenparty meiner Freunde als ihre Hochzeitsfeier. Finola nahm sich ein Shortbread. Ach, wie nett! Nach ein paar weiteren Sätzen Smalltalk und den ersten Schlucken Tee ging Anne Scott zum geschäftlichen Teil über. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Auftragslage der Dedektei nach dem Tod meines Mannes ein wenig dünn geworden ist und ich selbst auch erst sehen muss, wie es dauerhaft weitergeht. Ich hoffe also, wir schaffen es in den kommenden drei Monaten, die Sie hier arbeiten werden, alle gemeinsam das Geschäft auf starke Beine zu stellen. Wenn das klappt, sollte Ihrer Weiterbeschäftigung auch nichts im Wege stehen. Sie wartete, bis Finola genickt hatte. Dann fuhr sie fort. Zum Glück läuft ein Bereich schon mal ganz gut. Unser Lachy ist ein Zauberer am PC, wenn es darum geht, alte Freunde, abgetauchte Ehemänner oder die wahre Identität eines Catfishs zu finden. Catfish? Jemand, der versucht, unter falscher Identität im Internet eine Beziehung aufzubauen. Finola nickte. Damit werden Sie aber normalerweise nichts zu tun haben. Sie brauche ich, wie ich Ihnen ja schon sagte, vor allem für den Außendienst. Finola nickte erneut. Ich habe da auch gleich etwas für Sie, einen möglicherweise untreuen Ehemann. Den soll ich beschatten? Wir sprechen hier lieber von beobachten oder observieren. Wir sind ja nicht im Krimi. Selbstverständlich. Ich soll also diesen Mann observieren. Ab sofort? Nein, nein. Natürlich ab morgen. Sie müssen sich ja auch erst mal häuslich niederlassen. Ich hoffe, oben ist alles nach Ihrem Geschmack. Und gleich zeige ich Ihnen auch noch die Küche. Anne Scott erhob sich. Schnell trank Finola ihren letzten Schluck Tee und folgte ihrer Chefin aus dem Büro. Sie wandten sich nach links und gingen in einen Seitenflur und an einer verschlossenen Tür vorbei. Lachys Büro, erklärte Anne Scott. Aber für heute hat er sich schon auf den Heimweg gemacht. Sie öffnete die Tür am Ende des Ganges, knipste das Licht an und ließ Finola in eine geräumige Wohnküche treten. Auf einem imposanten Esstisch aus altem Holz stand eine Vase mit bunten Gartenblumen, drumherum verschiedene Stühle in leuchtenden Farben. Die Küchenschränke waren modern, glatt und weiß. Der große Agerherd glänzte in dunkelgrün. Heutzutage gilt der eigentlich als Energieverschwender, erklärte Anne Scott, als sie Finolas Blick sah. Aber ich habe dieses neue Programm einbauen lassen, sodass man ihn auch abschalten kann. Sie werden jedoch sehen, er ist Gold wert, wenn es im Winter... Sie räusperte sich. Sollen wir jetzt draufgehen? Sie wirkte plötzlich fast ein wenig verlegen, was Finola überraschte. Ja, vielleicht würde sie im Winter nicht mehr hier sein, aber das war ja nicht Anne Scotts Verschulden und schließlich hatte sie sich bereitwillig auf die dreimonatige Befristung als Probezeit eingelassen. Ihr Grundgehalt konnte man auch als eher gering oder sogar als mies bezeichnen, aber Anne Scott hatte ihr dazu in ihrem Haus ein Zimmer mit eigenem Bad und Küchen- und Gartenbenutzung angeboten, was in der guten Lage des Stadtteils Morningside einiges wert war. Das Arrangement war für sie beide günstig, denn das Zimmer, ehemals das Reich von Anne Scotts ältestem Sohn, hatte ohnehin leer gestanden. Zudem würde sie auch eine Provision aus dem Honorar für ihre Fälle erhalten. Finola warf einen letzten Blick auf die Glastür, die von der Küche in den Garten führte. Ja, das wäre schön. Ich würde mich gerne etwas frisch machen. Selbstverständlich. Ich hätte sie nicht aufhalten sollen, aber nun kommen sie mit. Da war es wieder, das kurze Zögern. So selbstsicher, wie Anne Scott tat, schien sie nicht wirklich zu sein. Aber die Situation war ja für sie beide fremd. Und im selben Haus zu arbeiten und zu wohnen, konnte sich für beide als Herausforderung erweisen. Wahrscheinlich war es einfacher, wenn sie ein wenig vorsichtig miteinander umgingen. Die Zimmertür klackte leise ins Schloss. Finola war allein. Endlich. Die Anreise war doch sehr anstrengend gewesen. Sie hiefte ihren Rucksack auf das Bett und sah sich um. Bei ihrem Vorstellungsgespräch vor drei Wochen hatte sie das Zimmer nur kurz gesehen. Von daher hatte sie es noch vollgestellt mit Möbeln, Kisten und Bücherstapeln in Erinnerung. Ein richtiger Abstellraum, in den Anne Scott wohl alles gepackt hatte, was ihr anderswo im Weg herum gestanden hatte. Nun wirkte ihr neues Heim klar und luftig. Die Wände waren weiß gestrichen, das Bett neben der Tür war mit einem himmelblauen Überwurf bedeckt, der Bettvorleger auf dem grauen Teppichboden blau-weiß gestreift. Finola lächelte unwillkürlich. Deshalb also, hatte Anne sie bei ihrer Zusage am Telefon nach ihrer Lieblingsfarbe gefragt. Bis auf das Bett und den Schreibtischstuhl waren die Möbel sichtlich alt und aus einem orange-rötlichen Holz. Eibe? Der Schrank sah geräumig aus, der randlose Spiegel war praktisch, es gab eine Kommode, über der ein kleines Aquarell in Blaugrüntönen hing, das an Meer und Inseln erinnerte, und ein Schreibtisch unter dem Fenster mit einem Bücherregal daneben. Ein Sessel mit einem blau-weiß gemusterten Überwurf und ein dreieckiges Beistelltischchen vervollständigten die Einrichtung. Schön. Finola lächelte. Sie hatte schon befürchtet, in einem dieser Zimmer wohnen zu müssen, in denen große, gelbe oder pinkfarbene Blumen den Ton angaben. Sie wandte sich wieder dem Bett und ihrem Rucksack zu, um das Wichtigste gleich auszupacken. Der Rest, auch die beiden Kartons, die Antonio hergebracht hatte, hatte noch Zeit. Jetzt sehnte sie sich erst mal nach einer Dusche, und dann… Es klopfte. Finola legte die aufgerollten Shirts, die sie gerade aus dem Rucksack gezogen hatte, aufs Bett und öffnete. Anne Scott hielt ihr eine graue Mappe entgegen. Ich wollte Ihnen schnell noch die Unterlagen bringen. Vielleicht möchten Sie ja heute Abend schon mal reinschauen. Ansonsten treffen wir uns pünktlich um neun im Büro und sprechen über ihr genaues Vorgehen. Finola nahm die Akte aus der ausgestreckten Hand. Der Ärmel des Kleides war ein Stück hochgerutscht und gab einen weißen Fleck an Anne Scotts Handgelenk frei. Er sah aus wie ein Farbklecks. Hatte sie noch anderswo renoviert? Oder war dies Korrekturflüssigkeit von der Büroarbeit? Nun, das konnte Finola egal sein. Es war nur auffällig angesichts von Anne Scotts sonst makellosen Aussehens. Danke, Mrs. Scott. Dann noch einen schönen Abend. Anne, bitte. Mrs. Scott bin ich nur für meine Klienten und jetzt lasse ich sie wirklich in Ruhe. Sie lächelte, nickte und drehte sich um, um die Treppe wieder hinunter zu gehen. Finola schloss die Tür und atmete tief durch. Hoffentlich kam ihre Arbeitgeberin jetzt nicht dauernd mit allem an, was ihr gerade einfiel. Sie legte die Mappe auf ihren Nachttisch, nahm sie ein paar Sekunden später jedoch wieder in die Hand, um zumindest schon einmal den Namen zu lesen, der in Schönschrift auf dem kleinen Plastikreiter stand. Erskine Craig. Dies also war ihr erster Fall als Privatdetektivin. Der ungetreue Craig. Edinburgh war auch jetzt im September noch voller Touristen, die angesichts des blauen Himmels heute besonders zahlreich durch die Straßen zu strömen schienen. Finola war dies nur recht. Sie trug unter ihrem schwarzen Käppi mit der Aufschrift Scotland eine runde verspiegelte Sonnenbrille, wie die Amerikanerin, die sie gestern bei ihrer Ankunft am Flughafen gesehen hatte. Jeans, T-Shirt, Funktionsjacke, Sneakers, Stadtrucksack und eine große Kameratasche vervollständigten ihre Touristinverkleidung. Sie musste zugeben, es war aufregend, sich hier am St. Andrews Square rumzudrücken und zu tun, als wolle sie sich nach einem halben Tag Stadtbesichtigung einfach nur etwas ausruhen und auf ihrer Kamera die bisherigen Schnappschüsse betrachten oder auf die Tram warten. Dabei wartet sie in Wirklichkeit in Sichtweite der Bank auf das Zielobjekt, um es zu observieren. Angesichts ihres neuen Fachwortschatzes musste sie unwillkürlich grinsen. Das war tatsächlich etwas anderes, als mit den alten Herrschaften, für die sie auf Sky gearbeitet hatte, über Bewegungseinschränkungen und Schmerzen zu sprechen. Obwohl sie gern als Physiotherapeutin Menschen geholfen hatte. Das hatte sie nur nie als Job für die Ewigkeit gesehen. Am liebsten wäre sie ohnehin zum Theater gegangen, aber letztlich hatte sie sich eine Schauspielkarriere nicht wirklich zugetraut. Zum wiederholten Mal war Finola einen unauffälligen Blick auf die Eingangstür der Bank. Eigentlich müsste Craig Erskine gleich zu seiner Mittagspause herauskommen. So unwahrscheinlich ihr das gestern Abend angesichts ihrer Müdigkeit zunächst vorgekommen war, nach einer heißen Dusche und dem letzten, leicht zerdrückten Chicken-Ticker-Sandwich aus ihrem Rucksack, hatte sie tatsächlich die Akte Craig Erskine aufgeschlagen. Auftraggeberin war Amanda Erskine. Zielobjekt ihr Gatte Craig. 32 Jahre alt, dem Foto in der Akte nach gut aussehend. Dunkles Haar, glatt rasiert, offen freundliches Gesicht. Nun ja, sie konnte sich schon vorstellen, dass der Mann Frauen gefiel und ihm die Frauen. Das hieß allerdings noch nicht, dass Amanda mit ihrem Verdacht Recht hatte. Finola hatte sich fest vorgenommen, ohne Vorurteile an den Fall heranzugehen. Andererseits war sie nicht von gestern und hatte in ihrem 28-jährigen Dasein schon einige Beziehungen scheitern sehen, nicht zuletzt ihre eigenen. Robbie hatte sie damals auch nicht zugetraut, dass er da zwei Männer in schwarzen Anzügen verließen die Bank. Der linke war hellblond, aber der rechte passte zu Craig Erskins Foto, soweit sie das aus der Entfernung erkennen konnte. Die beiden unterhielten sich angeregt und achteten nicht auf die angebliche Touristin, die mit ihrer Kamera ein paar schöne Aufnahmen von ihnen machte. Herangesoomt bestätigte sich die Identität des Dunkelhaarigen. Eine junge Frau im blauen Kostüm hastete hinter den beiden her und rief etwas. Die Männer drehten sich um und warteten, bis sie sie eingeholt hatte. Dann gingen sie gemeinsam weiter, die Frau neben Craig Erskine, was Finola sofort fotografisch festhielt, und bogen Richtung Princess Street ab. Finola folgte ihnen. Ihre Aufgabe war nicht schwer, keiner der drei sah sich auch nur einmal um. Sie betraten die Waverley Mall, holten sich in einer Bäckerei ein paar Mittagssnacks, kamen wieder heraus und spazierten weiter in die Princess Street Gardens. Sie hatten Glück, ein älterer Mann mit Stock stand gerade auf und gab eine der Holzbänke am Weg frei, sodass sie sich setzen konnten. Leider waren alle anderen Bänke in Sichtweite besetzt. Finola blieb am Wegrand stehen, nahm den Rucksack ab und machte sich daran zu schaffen. Sie zog einen Reiseführer heraus, mit dem sie sich eine Weile beschäftigen konnte. Ihre Position war günstig, nur etwa drei Meter trennten sie von der zu beobachtenden Bank. Hitchcock mag ein genialer Regisseur gewesen sein, hörte sie die Frau sagen, aber mit seinen Darstellerinnen ist er furchtbar schlecht umgegangen. Habt ihr die Autobiografie von Tippi Hedren gelesen? Musst du uns eigentlich immer unter die Nase reiben, wie schrecklich Männer sind? Die Stimme des Blonden klang genervt. Aber wenn doch… Ach, halt den Mund, Jazz, ich kann's nicht mehr hören. Warum willst du überhaupt die Mittagspause mit uns verbringen? Schließlich gehören Craig und ich zu den Bösen. Du vielleicht, konterte Jazz, aber Craig ist wirklich nett. Soll ich euch dann lieber allein lassen? fragte der Blonde süffisant. Lass den Quatsch, Dan, sagte Craig. Oh ja, gerne, kam von Jazz gleichzeitig. Aha, das war doch ein Ansatz. Diese Jazz schien zumindest eine Schwäche für Craig zu haben. Dafür sprach auch die Körperhaltung, in der sie neben ihm saß. Ob er ihre Gefühle erwiderte, war dagegen nicht so einfach zu erkennen. Aber natürlich würde er besonders eine Affäre am Arbeitsplatz geheim halten. So umständlich wie möglich packte Finola den Reiseführer zurück in den Rucksack und schlenderte dann an der Bank vorbei, wo sich Craig und Dan nun über Rugby unterhielten. Jazz saß schweigend daneben und aß Salat aus einer Plastikbox. Ein deutlicher Abstand klaffte jetzt zwischen ihr und Craig. Bänke waren immer noch keine frei, aber Finola konnte sich auf die Stufen von Scots Monument setzen, ohne ihr Zielobjekt aus den Augen zu verlieren. Ergiebig war das allerdings nicht. Nach zehn Minuten verließ Jazz die beiden Männer, die noch eine Weile gemütlich in der Sonne saßen und sich unterhielten. Dann folgte Finola ihnen in sicherem Abstand zurück zur Bank und beendete somit ihre erste Observierung. Sie war recht zufrieden mit sich und ihrer Tarnung, auch wenn sie den Fall natürlich noch längst nicht gelöst hatte. Aber das war kaum zu erwarten gewesen. Jetzt konnte sie Pause machen bis um fünf, wenn Craig Feierabend hatte. In Amandas Akte stand, dass er normalerweise nach der Arbeit den Bus Nummer elf zurück nach Fair Milehead nahm. Außer freitags, wenn er mit Kollegen aus der Bank noch in den Pub ging. Nun, im Pub würde dann wohl zumindest eine junge Kollegin dabei sein, was Amanda wahrscheinlich deutlich mehr beunruhigte als ein kameradschaftlicher Umtrunk mit dem blonden Dan. Heute aber war Donnerstag, also nach den Angaben in der Akte weder Pub no Fitnessstudio noch sonst was angesagt. Und da Finola selbst an der Busstrecke nach Fairmilehead wohnte, waren der letzte Teil ihrer Observierung und die Heimfahrt voraussichtlich problemlos. Sie konnte sich auf einen frühen, ruhigen Abend freuen und sich darauf vorbereiten, morgen nicht nur in der Mittagspause erneut hinter Crack herzutrotten, sondern zur Happy Hour ganz zufällig im selben Pub zu sein wie er. Nun aber war es an der Zeit zu shoppen. Sie würde sich einige Kleidungsstücke und Accessoires zulegen, in denen sie nicht wieder zu erkennen war. Vor allem ein paar Brillen. Ihre großen dunkelbraunen Augen waren wahrscheinlich ihr auffälligstes Merkmal. Vielleicht besorgte sie sich auch noch Haarfärbemittel. Manchmal vermisste sie das Türkis ihrer Haare, das sie bis zum Sommer zur Schau gestellt hatte. Aber natürlich konnte sie so unübersehbar nicht als Detektivin arbeiten. Eine neue Kolorierung musste allerdings leicht herauswaschbar sein. Ob Lebensmittelfarbe funktionierte? Anne blickte von ihrem Teller auf, als Finola die Küche betrat, um sich einen Tee zu kochen. Sie sind früh zurück? Donnerstag ist Ehemann- Zuhause-Tag, steht in der Akte, und Craig Eskin ist tatsächlich nach seiner Arbeit direkt mit dem Bus heimgefahren und nach Hause marschiert. Morgen geht's länger, mit Pappbesuch und so. Und wie war es? Ach, nehmen Sie sich doch noch was von den Spaghetti, ich habe ohnehin mal wieder viel zu viel gekocht. Gut war's. Finola kam Aunts Aufforderung nur zu gern nach. Vor lauter Verkleidungsshopping hatte sie völlig vergessen, an ihren Magen zu denken und Lebensmittel für das Abendessen einzukaufen. Sie füllte eine Portion Spaghetti und einen Schöpfersoße mit Gemüsestückchen auf einen Teller. Tatsächlich sah es aus, als hätte Anne für eine Großfamilie gekocht und setzte sich zu ihrer Chefin. Ich habe in der Mittagspause ein paar Fotos gemacht. Er ist mit zwei anderen aus der Bank in die Princess Street Gardens gegangen. Ein Mann, Dan, und eine junge Frau, Jazz. Die schien mir sehr angetan von unserem Craig. Aber wirklich Verdächtiges habe ich nicht gesehen. Anne nickte und widmete sich ihren Spaghetti. Das Gespräch verstummte. In die Stille erklang plötzlich ein klägliches Miauen und eine kräftige, graue Katze stolzierte in die Küche. Sie setzte sich vor den Herd und sah von Anne zu Finola und wieder zurück. Darf ich vorstellen? Finola, Olga. Olga, Finola, sagte Anne und stand auf. Olga ist übrigens immer hungrig, wenn sie Menschen essen sieht, selbst wenn sie eigentlich satt ist. Deshalb kriegt sie jetzt etwas zum Knabbern, bevor sie uns unsere Spaghetti streitig macht. Anne nahm eine Schachtel aus dem Oberschrank und füllte ein paar Knusper-Snacks in einen der beiden Näpfe neben der Tür zum Garten, die Finola erst jetzt auffielen. Freddy dagegen jagt seine Beute lieber draußen. Den sehen wir manchmal tagelang nicht. Vielleicht frisst er sich aber auch bei den Nachbarn durch. Sie haben zwei Katzen? Anne nickte und setzte sich wieder. Hatte ich das nicht erwähnt? Oh, ich hoffe, sie sind nicht allergisch oder so? Fragte sie besorgt. Finola schüttelte den Kopf. Ich mag Katzen, hab allerdings wenig Erfahrung mit ihnen. Ends Aufatmen verriet ihre Erleichterung, während Olga beim Fressen eher misstrauisch zum Tisch schielte. Sie schien noch nicht wirklich davon überzeugt zu sein, dass Finola hierher gehörte. Wieso glaubt Amanda Eskin eigentlich, dass ihr Mann sie betrügt? Fragte Finola schließlich. Was sind die Anzeichen? Anne zuckte mit den Schultern. Das Übliche. Er macht oft Überstunden. Kürzlich ist er zu einer Fortbildung gefahren, von der er vorher nichts erzählt hatte. Sie findet, er hat sich verändert. Ist ihr gegenüber kühler geworden. Inwiefern? Ach, was weiß ich. Gesagt hat sie es natürlich nicht, aber mir klang das, als hätten die beiden weniger Sex als früher. Überrascht ob der direkten Aussage zögerte Finola kurz, bevor sie fragte, wie lange sind sie denn schon zusammen? Wissen sie das zufällig? Drei Jahre. Davon zwei verheiratet. Hm. Aber sie hat keinen Verdacht, wer die andere sein könnte? Ich habe in der Akte nichts dazu gefunden. Nein, sie hat nur vage Ideen. Eine Kollegin in der Bank findet sie recht wahrscheinlich. Oder eine Frau, die er irgendwo kennengelernt hat, wo er alleine hingeht. Im Fitnessstudio, beim Golfen oder so. Obwohl sie schon vergeblich versucht hat, ihn dort zu erwischen. Finola lächelte bei dieser Vorstellung. Nun hat sie alles uns Profis übergeben und wir werden die Sache klären, fuhr Anne fort. Damit die arme Seele Ruhe hat. Haben die beiden Kinder? Nein. Immerhin. Noch eine Portion? Fragte Anne mit einem Blick auf Finolas leeren Teller. Sehr gerne. Anne füllte beide Teller noch einmal, als die Küchentür aufging, die Katze hinaussauste und ein Mann hereinkam. Finola schätzte ihn auf etwa 50. Er hatte eine Stirnglatze, trug einen dunkelgrauen Strickpullover und die Augen hinter den Gläsern seiner Hornbrille weiteten sich überrascht, als er sie sah. Ah, Lachy, wir haben dir noch ein paar Spaghetti übrig gelassen. Komm, setz dich zu uns. Dies ist Finola, unsere neue Kollegin für den Außendienst. Anne griff nach einem dritten Teller. Der Mann kam zum Tisch und reichte Finola förmlich die Hand. Lachlan McKinnon, schön sie kennenzulernen. Finola McTavish, ich freue mich. Lachy ist unser Hacker, erklärte Anne und stellte die gefüllten Teller auf den Tisch. Das sollst du nicht sagen, Anne, bitte. Lachy runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Dann ging er zum Kühlschrank, um sich ein Bier herauszuholen. Anne grinste nur. Lachy aß schweigend. Erst als er sein Mahl beendet hatte, wandte er sich an Finola. Konnten sie schon etwas herausfinden, damit die kleine Amanda wieder ruhig schlafen kann? Sie kennen Amanda Erskine? fragte Finola überrascht. Klar, die Gibsons, Amanda ist eine geborene Gibson, sind doch alte Freunde des Scotts. Und ich auch. Das hat mir Anne gar nicht erzählt. Das hat ja auch nichts mit dem Fall zu tun, rechtfertigte sich Anne. Nun ja, irgendwie schon. Sie hat immerhin dich beauftragt und nicht eine der schnieken großen Erfolgsdetekteien wie Andersons. Lachy lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Malcolm, mein verstorbener Mann, war mit Amandas Vater und vor allem mit dessen Bruder befreundet, erklärte Anne. Da liegt es doch nahe, sich bei einer so vertraulichen Angelegenheit an MWS-Investigators zu wenden. Eben. Lachy nickte. Ich habe übrigens nichts gefunden. Keine verdächtigen Zahlungen, keine häufigen Telefonate mit einer bestimmten Nummer. Natürlich könnte er ein zweites Handy haben. Oder er verabredet sich mit der Dame immer nur persönlich. Danke, Lachy. Schade, dass du nichts entdeckt hast. Dann hätte Finola nur noch ein paar Fotos machen müssen. Lachy stand auf. Nun ja, Lassi. Glaub ja nicht, dass das Fotografieren in Flagranti leicht ist. Er hob die Hand zum Gruß und verließ die Küche. Ob er mit Lassi, der schottischen Bezeichnung für Mädchen, sie oder doch eher Anne gemeint hatte, blieb unklar. Natürlich war die zweite Mittagspausen-Observierung genauso erfolglos wie die erste. Glaubte Amanda Erskine wirklich, dass ihr Mann sich in der kurzen Zeit ganz schnell mal mit seiner Geliebten treffen würde? Finola konnte sie beruhigen. Craig war nur mit Dan in ein Stehcafé gegangen. Und Jess hatte sich den Männern dieses Mal nicht angeschlossen. Nun wartete Finola neben dem Coffeeshop auf dem St. Andrews Square. Von hier aus hatte sie den Eingang auf das Gelände gut im Blick. Und schließlich führte der schnellste Weg zu den zahlreichen Pubs der Rose Street über genau diesen Platz. Es nieselte schon wieder, wie bereits mehrmals heute. Und der Wind blies empfindlich kühl um ihre nackten Beine und unter den Minirock. Die neuen High Heels waren inzwischen leider weniger bequem als beim Anprobieren. Und sie war wirklich froh, dass sie ein paar eingelaufene Schuhe für den Heimweg in ihre übergroße Handtasche gepackt hatte. Vier sehr junge Frauen, die ganz ähnlich gekleidet und ebenso stark geschminkt waren wie sie selbst, stöckelten lachend an ihr vorbei in Richtung Rose Street. Und da kamen auch die Banker. Craig, Dan, zwei weitere Männer. Jess und eine mollige Frau mit hennerroten Haaren. Finola atmete auf. Es wäre zu dumm gewesen, wenn die Bankleute sich einen Pub in einer anderen Richtung ausgesucht hätten. Aber sie hatte angesichts der vielen Kneipen, die sich in der Rose Street aneinanderreiten, richtig geraten. Zur Tarnung eilte sie den vier aufgebrezelten Frauen nach, als gehörte sie zu ihnen. Bis zum ersten Pub würde das funktionieren. Zu blöd, dass Amanda keine Angaben hatte machen können, welches der richtige Pub für das Thank-God-it's-Friday-Feiern ihres Mannes war. Sonst wäre sie unauffällig vor ihm dort gewesen. Gleich vor dem Abbotsford blieben die Frauen der Clique stehen, um noch eine Zigarette zu rauchen, bevor sie den Pub betraten und über eine gewisse Cheryl herzuziehen. Leider musste Finola erkennen, dass The Abbotsford nicht Ziel von Craig & Company war. Mist, jetzt war sie doch gezwungen, hinter ihnen herzugehen. Blue Kitten stand auf dem Schild des Pubs, den sie gewählt hatten. Unter der Schrift zeigte es tatsächlich eine blaue, sehr traurig aussehende kleine Katze. Die Mitleidsmasche schien zu ziehen, denn der Pub war brechend voll. Das konnte aber natürlich auch daran liegen, dass ein großes Plakat hinter der Bar, Gin Week, halber Preis von fünf bis sechs, verkündete. Mit etwas Geduld und sanften Ellenbogen arbeitete sich Finola zur Theke vor und ließ sich, als sie schließlich an der Reihe war, einen Gin empfehlen. Mit den Getränken in der Hand würde sie sich überall im Pub umschauen können, ohne aufzufallen. Als sie gerade ihren Gin und das Fläschchen Tonic Water bezahlte, entdeckte sie die rothaarige Frau, die auf die Bar zusteuerte. Jess im Schlepptau. »Ich nehm die Drinks, du die Crisps«, rief sie der jüngeren Kollegin zu. »Na, das lief ja bestens.« Finola brauchte nichts weiter zu tun, als zu warten und schließlich den beiden Frauen in einen kleineren Raum im hinteren Teil des Pubs zu folgen. Sie stellte sich zu zwei älteren Herren an einen nicht allzu entfernten Stehtisch mit Blick auf die Bankerklicke und goss das Tonic Water zum Gin. Der erste Schluck verriet, die Empfehlung hatte sich gelohnt. Finola nahm ihr Smartphone in die Hand und tat, als ob sie sich intensiv damit beschäftigte. Die Herren kümmerten sich angenehmerweise nicht um sie und verschwanden nach einer guten halben Stunde. Stattdessen gesellten sich ein paar junge Leute zu ihr, die sie ebenso ignorierten. »Irgendwie war das Observieren auf die Dauer ziemlich langweilig«, stellte Finola nach zwei Stunden fest. Immerhin hatte sie inzwischen einen Barhocker erobert und konnte das Gewicht von ihren Füßen nehmen. Craigs Clique schien nicht einfach nur auf ein Freitagsbierchen gekommen zu sein, das war nun die vierte Runde, die geholt wurde. Finola selbst nippte an ihrem dritten Tonic Water, ohne Gin. Nach dem ersten Drink war sie auf diese Variante umgestiegen, denn schließlich war sie im Dienst. Verstohlen sah sie auf die Uhr. Jetzt, da alle gerade frische Getränke hatten, war wohl die beste Zeit, einmal die Toilette aufzusuchen, ohne etwas zu verpassen. Sie erhob sich. Natürlich hatte sie schon früh ausgekundschaftet, wo die entsprechenden Örtlichkeiten waren und konnte zielstrebig wie ein Stammgast an der Bankerklicke vorbeistöckeln. Boah, taten ihre Füße weh. So ging das nicht weiter. Sie trat durch die Tür und ein paar Schritte in den langen, schmalen Gang, der zu den Toiletten führte. Dann schlüpfte sie aus den High Heels und ließ die Kälte des Steinbodens in ihre schmerzenden Füße dringen. Hinter ihr ging die Tür auf und wieder zu, und ein Mann lachte leise. Finola fuhr herum. Der Schreck stach ihr wie ein Messer in den Magen. Craig Erskine. Er stand direkt vor ihr. Und das Foto, das sie von ihm in der Akte hatte, tat ihm Unrecht. In Wahrheit sah er noch viel besser aus, mit den Lachfältchen und dem leichten Badansatz. Ihre Blicke trafen sich. Finola schluckte und bückte sich nach ihren Schuhen, um seinem amüsierten Blick auszuweichen. Zum Glück enthielt er sich eines Kommentars und ging an ihr vorbei. Sie eilte in die Darmtoilette und in eine Kabine. Dort steckte sie auch gleich die High Heels in die Tasche und zog ihre Sneakers an. Sie ließ sich Zeit beim Händewaschen und Auffrischen des starken Make-ups. Schließlich wollte sie Craig nicht noch einmal so direkt begegnen. Der Pub schien noch voller zu sein, als sie zurückkam. Zum Glück ergatterte sie jedoch jetzt einen Sitzplatz gleich neben der Eingangstür. Das war schön unauffällig und Craig würde den Pub nicht verlassen können, ohne dass sie es merkte. Sie musste ihn ja nicht pausenlos im Blick behalten. Schließlich war das Ende des Pubsbesuchs die interessanteste Zeit des Abends für ihre Zwecke. Würde er Jazz nach Hause begleiten? Oder gar die Rothaarige? Möglicherweise stand er auf etwas ältere Frauen. Oder am Ende auf Männer? War das endlich die Gelegenheit, kompromittierende Fotos zu schießen? Hoffentlich nahm sie kein Taxi, dann würde es schwierig werden, ihnen zu folgen. Finola unterdrückte ein Gähnen. Und hoffentlich feierten sie nicht mehr so lange. Als sie schließlich hundemüde heimkam, war das Haus dunkel. Finola wusste nicht, wo eins Schlafzimmer lag, wollte sie aber auf keinen Fall stören. So schlich sie barfuß die nur mit einem Notlicht beleuchtete Treppe hinauf. Sie griff nach dem Türknopf, um leise in ihr Zimmer zu gehen, als sie vor ihrer Tür auf etwas Weiches trat. Es bewegte sich, quietschte und fauchte. Gleichzeitig fühlte Finola einen brennenden Schmerz am Knöchel. Ein grauer Schatten sauste die Treppe hinunter. Mist, eine der Katzen. Hastig trat sie in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich, bevor sich das Tier eines Besseren besinnen und ihr folgen konnte, um sich am Ende zu rächen. Pünktlich um neun am nächsten Morgen, noch vor ihrem ersten Kaffee, saß Finola in Aunts Büro, um ihr zu gestehen, dass sie Craig Erskine nicht bis nach Hause gefolgt war. Die sind geblieben, bis der Pub um Mitternacht zugemacht hat, erklärte sie. Dann haben sie sich lautstark voneinander verabschiedet und sind in alle Richtungen verschwunden. Craig hat ein Taxi genommen. Alleine. Ein zweites gab es natürlich nicht. Also … Sie zuckte mit den Schultern. Ich konnte ihn schlecht fragen, ob er mich in seinem Taxi mitnimmt. Entzog ein Mundwinkel ironisch nach oben. Stimmt. Ich werde gleich noch meinen Bericht schreiben. Seine Frau kann ja beurteilen, ob er nach einer angemessenen Zeit zu Hause war. Anne nickte. Ihrem Gesichtsausdruck nach schien sie mit Finolas Arbeit zufrieden zu sein. Gut. Für dieses Wochenende steht nichts weiteres an. Die Observierung von Craig Erskine setzen Sie bitte am Montag fort. Da geht er abends immer ins Fitnessstudio. Ich weiß. Hab's in der Akte gelesen. Ich werde mich dort ebenfalls anmelden. Gut. Ich habe da noch eine Idee. Ja. Anne Safinola aufmerksam an. Mir kam gestern Abend der Gedanke, könnten wir die Ehefrau nicht in die Observierung mit einbinden? Also, ich denke mir das so, dass sie mich kurz anruft oder eine Nachricht schickt, wenn ihr Mann mit einem bestimmten Ziel das Haus verlässt. Dann bin ich schon vor Ort, wenn er ankommt, also zum Beispiel im Fitnessstudio. So wäre er viel unauffälliger zu beobachten. Anne legte den Kopf schief. Keine schlechte Idee, sagte sie. Aber wenn er dort nicht auftaucht? Dann wissen wir, dass er lügt. Und beim nächsten Mal hefte ich mich ihm eben doch an die Fersen. Okay. Am besten kriegen Sie dafür ein Diensthandy. Solche Aufträge wird es ja immer wieder geben. Und wir wollen privat und dienstlich doch auseinanderhalten. Ich rufe gleich mal Amanda an und … In diesem Moment klingelte es an der Haustür. Das ist für die Detektei, sagte Anne, stand auf und kam um ihren Schreibtisch herum. Sie wirkte überrascht. Ich habe für mich privat einen Gong. Ach ja, wir müssen auch noch ihren Namen an die Klingel. Sie verließ das Büro, ließ jedoch die Tür offen stehen. Finola lauschte, unsicher, ob sie bleiben oder sich diskret zurückziehen sollte. Amanda, das ist ja Gedankenübertragung. Ich wollte dich gerade anrufen. Meine Ermittlerin sitzt hier bei mir. Komm rein. Ein Moment später kam Anne zurück ins Büro, gefolgt von einer zierlichen, dunkelhaarigen Frau in Jeans und Pullover. Finola stand auf. Dies ist Miss McTavish, die ich mit deinem Fall betraut habe. Amanda Erskine, stellte Anne die beiden einander vor. Sie tauschten einen Händedruck und höfliche Begrüßungsfloskeln und folgten dann Anne in die Besucherecke mit den weinroten Sesseln. Ich hole schnell noch Wasser für den Tee. Setzt euch schon mal, sagte Anne, nahm den Wasserkocher und ging hinaus. Aber ich, rief Amanda hinterher, doch Anne schien ihre Worte nicht mehr zu hören. Nun wandte sich Amanda Erskine Finola zu und gab ihr damit Gelegenheit, ihre Klientin genauer zu betrachten. Sie sah gut aus, war dieser sportlich disziplinierte Typ, der mehrmals die Woche Joggen oder ins Fitnessstudio ging und wahrscheinlich Kalorien zählte. Nun, es schien sich auszuzahlen. Die enge Jeans schmiegte sich an wohlgeformte Beine und unter dem laxfarbenen dünnen Pullover – Finola tippte auf Kaschmir – zeichnete sich kein Gramm Fett zu viel ab. Ihre Füße steckten in ebenfalls laxfarbenen Sneakers, die eindeutig keiner Billigmarke zuzuordnen waren. Amanda räusperte sich. Miss McTavish setzte sie an. Finola zögerte. Sollte sie sie bitten, sie beim Vornamen zu nennen, oder war das unprofessionell? Sie atmete auf, als Anne zurückkam und sich die Frage für den Moment erledigte. Anne stellte den gefüllten Wasserkocher auf den Heizring und schaltete ihn an. Dann holte sie eine Teekanne und drei bunte Becher aus dem Schränkchen darunter. Wir haben gerade über deinen Fall gesprochen, als du geklingelt hast, sagte sie zu Amanda und stellte die Teebecher auf den Tisch. Wann ist Craig heute Nacht nach Hause gekommen? Drei nach halb eins. Amandas Stimme klang vorwurfsvoll und sie kniff nach ihren Worten die Lippen zusammen, was ihrem hübschen Gesicht deutlich Abbruch tat. Auch fielen Finola jetzt bei genauerem Hinsehen dunkle Ringe unter den Augen auf, die schlecht überschminkt waren. Craigs Frau litt sichtbar unter seiner potenziellen Untreue. Das deckt sich damit, dass er nach dem Pappbesuch mit seinen Kollegen kurz nach Mitternacht in der Rose Street ein Taxi genommen hat. Also zusammengefasst, bisher hat sich dein Verdacht noch nicht bestätigt. Dann stimmt es also, dass sie im Papp den ganzen Abend Maggies Geburtstag gefeiert haben? Das Wasser sprudelte plötzlich laut und Anne bedeutete Finola, das Gespräch zu übernehmen, während sie den Tee aufgoss. Wenn Maggie rothaarig ist, beziehungsweise hennerrot gefärbt, kann ich das bestätigen, sagte Finola. Klar, warum hatte sie das nicht gleich erkannt? Eine Geburtstagsfeier. Die Rothaare hatte schließlich fast alle Runden ausgegeben. Sei ganz beruhigt, Sweetie. Wenn er dich betrügt, werden wir das noch herausfinden, ergänzte Anne. Sie brachte die Teekanne mit und setzte sich. Amanda nickte. Ich vertraue dir da völlig, sagte sie, und fügte mit einem Blick zu Finola schnell hinzu. Beziehungsweise natürlich ihnen. Aber das ist es nicht, warum ich gekommen bin. Anne sah sie fragend an. Es geht um Uncle Ernie, erklärte Amanda. Ernie? Was ist mit ihm? Anne hob die Hand, als wolle sie ihre Besucherin bitten, mit ihrer Antwort zu warten, und nickte Finola zu. Danke, Sie können dann … Nein, lass, unterbrach Amanda sie. Ist nicht privat. Wir brauchen deine Ermittlerin. Uncle Ernie ist nämlich seit Tagen spurlos verschwunden, und ich will, dass sie ihn findet. So schnell kam man also an einen zweiten Fall. Und das am Wochenende. Aber da Finola ohnehin in Edinburgh bisher so gut wie niemanden kannte und nichts vorhatte, war ihr das nur recht. Mit einem weiteren Auftrag konnte sie ihr Gehalt ein wenig aufbessern. Ernest Gibson. Amandas Onkel war nach deren Aussage seit dem letzten Wochenende nicht mehr gesehen worden. Zunächst habe ich mir nichts dabei gedacht, als ich ein paar Tage nichts von ihm gehört habe. Schließlich hat er sein eigenes Leben. Aber am Donnerstag wollte er eigentlich zum Abendessen kommen. Aber dann ist er nicht aufgetaucht. Wir haben erst angenommen, dass er sich nur verspätet. Du weißt ja, wie er ist, Anne. Aber er ist gar nicht erschienen und hat auch nicht abgesagt. Ich habe ihn natürlich angerufen, aber er ist weder zu Hause ans Telefon noch ans Handy gegangen. Und seitdem? Er ist einfach nicht zu erreichen. Amanda Erskins Stimme überschlug sich und Finola entdeckte Tränen in ihren Augen. Amanda, warte, das heißt noch lange nicht. Anne legte beruhigend die Hand auf ihre Schulter. Ihm ist etwas passiert, unterbrach Amanda sie. Ich fühle das. Das ist genau wie damals, als Daddy … Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen. Anne und Finola sahen sich an und Finola zog ein Päckchen Taschentücher aus ihrer Hosentasche. Mit einem fragenden Blick legte sie es auf das Tischchen. Anne nickte. Warst du schon bei ihm zu Hause? fragte sie sanft und zog eines der Taschentücher aus der Packung. Als Amanda die Hände sinken ließ und aufschaute, drückte sie es ihr in die Hand. Amanda tupfte ihre Tränen ab. Die Mascara erwies sich als wasserfest. Um die Augen war die Haut zwar ein wenig geschwollen, aber nicht verschmiert. Ja, natürlich, sagte sie. Gestern Nachmittag. Im Briefkasten war noch die Post vom Montag und die Zimmerpflanzen waren kurz vorm Vertrocknen. Die Nachbarn wussten auch nichts. Es muss etwas passiert sein. Er würde seine Pflanzen doch nie … Ihre Tränen flossen wieder und sie wischte sie vorsichtig weg. Kannst du nicht Miss McTavish einsetzen? Anne schüttelte den Kopf. Ich kümmere mich erst mal selbst darum, erklärte sie und legte beruhigend eine Hand auf Amandas. Was sagt dein Mann dazu? Craig liegt noch im Bett. Hatte wohl gestern Abend einiges intus. Und er nimmt mich überhaupt nicht ernst. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Bitte, Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warte einen Moment. Ich hol schnell ein paar Kekse und dann sprechen wir beide in Ruhe weiter und überlegen, sagte Anne. Finola, kommen Sie bitte kurz mit? Dieses Mal schloss Anne die Bürotür hinter sich. Sie seufzte tief. Ich brauche sie, glaube ich, im Moment nicht mehr, sagte sie leise. Aber können Sie heute erreichbar bleiben, Finola? Ich weiß nicht, was an Amandas Geschichte dran ist. Ihr Onkel könnte einfach irgendwo hingefahren sein, wo er keinen richtigen Handyempfang hat. Vielleicht zu einem seiner Hobbygärtner treffen. Oder er hat vergessen, das Ding aufzuladen. Er ist nicht unbedingt verlässlich. Egal, was Amanda sagt. Sie kennen ihn gut? Er ist mit meinem verstorbenen Mann zur Schule gegangen. Malcolm, also mein Mann, Ernie und John, Amandas Vater, waren eine verschworene Gemeinschaft. Finola nickte. Amandas Vater? Sie hat da was erwähnt. Ach je, ja. John hatte vor ein paar Jahren auf einer Bergwanderung einen Herzinfarkt. Als man ihn fand, war es zu spät. Wie traurig. Seitdem hängt sie natürlich besonders an ihrem Onkel. Ihre Mutter lebt mit ihrer zweiten Familie in England und er ist der einzige Verwandte in der Nähe. Ich bleibe erreichbar, versprach Finola. Meine Handynummer haben Sie ja. Rufen Sie einfach an. Ich wollte mich ohnehin hier in Morningside umsehen. Dazu bin ich bisher noch nicht gekommen. Und ich schaue mal, ob ich etwas mehr über Ernie herausfinde, wenn ich mit Amanda alleine spreche. Anne atmete tief durch. Drücken Sie bitte die Daumen, dass dies kein neuer Fall für uns wird. Und vor allem keiner für die Polizei. Mach dir nicht so viel Sorgen, Kleines. Anne legte ihren Arm um Amandas Schultern und drückte sie an sich. Ernie ist wie der sprichwörtliche schlechte Penny. Der taucht immer wieder auf. Sie bemühte sich, ihre Stimme tröstlich klingen zu lassen. Doch ihr Magen fühlte sich flau an und sie musste Amanda Recht geben. Das hier war beunruhigend. Nach dem Tee mit Amanda im Büro hatte Anne noch schnell Lachie angerufen und ihn gebeten, sich um ein Diensthandy für ihre neue Ermittlerin zu kümmern, bevor sie mit ihrem Kleinwagen hierher zu Ernie's Reihenhaus in Portobello aufgebrochen waren. Auf ihr Klingeln hatte sich nichts geregt, doch glücklicherweise besaß Amanda ja die Ersatzschlüssel ihres Onkels. Sie hatten alles sehr ordentlich vorgefunden. Der Müll war geleert, das Geschirr bis auf einen Kaffeebecher im Becken gespült und auf ein Trockengestell gestülpt. Die Steckdosen waren überall ausgeschaltet. Das Haus wirkte, als hätte Ernie es durchaus freiwillig und vorbereitet verlassen. Einen großen Koffer entdeckten sie in der Nische neben seinem Kleiderschrank, was er dafür sprach, dass er keine lange Reise geplant hatte. Oder hatte er einen zweiten großen Koffer? Amanda wusste nichts davon, aber ganz ausschließen konnten sie das nicht. Was Anne aber letztlich in Unruhe versetzte, war der Zustand von Ernie's Zimmerpflanzen. Seine geliebten Orchideen oben im Schlafzimmer schienen noch ganz okay, aber hier im Wohnzimmer ließen die Pflanzen völlig schlapp die Köpfe hängen. Hätte der leidenschaftliche Pflanzenliebhaber nicht Amanda angerufen und sie, wie sonst so oft, zum Blumengießen geschickt, wenn sein Trip aus unvorhergesehenen Gründen länger dauerte? Come on, Sweetie, wir wässern jetzt erst mal das Grünzeug. Anne erhob sich und ging in die Küche, wo sie neben den Töpfen mit schlapp herunterhängenden Kräutern auf der Fensterbank die Gießkanne gesehen hatte. Sie füllte Wasser hinein und begann, Basilikum, Minze und Petersilie zu gießen. Amanda war ihr nicht gefolgt. Sie saß wohl noch auf Ernie's Sofa und rang die Hände. Die Kleine neigte ein wenig zur Melodramatik. War sicher nicht immer einfach für Craig, der mit den Beinen fest auf der Erde stand. Waren am Ende Amandas theatralische Gefühlsausbrüche ein Grund für ihn, sich anderweitig umzusehen? Aber das war hier und jetzt nicht das Thema, wies Anne sich zurecht. Was war zu tun? Während sie von Zimmer zu Zimmer ging, um Ernie's Unmenge an schlappem Grün, hoffentlich wieder zu Saft und Kraft zu verhelfen, rasten ihre Gedanken hin und her. Wie ging man in diesem Fall vor? Bisher hatte MWS Investigators in der kurzen Zeit unter ihrer Leitung keinen Vermisstenfall gelöst, ehe er noch nicht einmal einen solchen Auftrag gehabt. Malcolm hätte natürlich gewusst, was zu tun war. Auch Lachy würde es wahrscheinlich wissen, aber sie konnte ihn im Moment schlecht anrufen und um Rat fragen. Wenn Amanda mitbekam, dass Anne keine Ahnung hatte, was sie tun sollte, würde sie am Ende ihr Vertrauen verlieren. »Meinst du, wir finden einen Hinweis auf seinem Computer?« fragte Amanda plötzlich direkt hinter ihr. Anne zuckte zusammen. »Ähm, ja, das wollte ich gleich versuchen, sobald ich hiermit fertig bin,« behauptete sie und schwenkte die leere Gießkanne. »Du kannst ihn ja schon mal hochfahren.« Ernees PC stand auf einem dreieckigen Computertisch in einer Ecke des Wohnzimmers. Als Anne die x-te Kanne Wasser verteilt hatte und so weit war, Amanda über die Schulter zu sehen, zeigte der Bildschirm eine tropische Insellandschaft und das Feld zur Eingabe des Passworts. »Weißt du, Uncle Ernees, Passwort?«, fragte Amanda. »Nein, wieso sollte ich?« »Dann kommen wir nicht weiter.« Amanda ließ die Schultern hängen. »Wir vielleicht,« sagte Anne. »Aber weißt du was, Sweetie, ich hole jetzt mein Handy, rufe Lachy an und bitte ihn, hierher zu kommen. Der schafft das.« Amandas Gesicht leuchtete auf. »Ja, klar, Lachy!« Erleichtert verließ Anne das Zimmer. Für Lachys Hilfe an einem Samstag würde sie ihn natürlich extra bezahlen müssen. Aber Amanda war ja durchaus wohlhabend und normalerweise nicht kleinlich. Außerdem hatte sie, wenn sie deren Worte hoffentlich richtig verstanden hatte, vorhin im Büro MWS Investigators professionell engagiert. Also konnte Anne ihr eine Rechnung stellen. Anne seufzte. Sie musste ihre Finanzprobleme bald in den Griff kriegen. Es dauerte eine ganze Weile, bis Lachy kam. In der Wartezeit schickte Anne Amanda zum nächstgelegenen Supermarkt, um Sandwiches für alle drei zu kaufen. Aber vor allem, um sie ein bisschen zu beschäftigen. Es war Anne lieber, ihre Durchsuchung nicht unter den kritischen Augen von Ernies Nichte durchzuführen. Kaum war also die Tür hinter Amanda ins Schloss gefallen, eilte Anne hinauf in Ernies Schlafzimmer, atmete einmal tief durch und öffnete die oberste Nachttischschublade. Ein Blisterpanadol, in dem eine der Schmerztabletten fehlte. Ein Nasenspray, ein Buch über Wildkräuter im eigenen Garten, eine Lesebrille, ein Sudoku-Block, ein Bleistift. Die Schublade darunter bot Utensilien für eine andere Art der Beschäftigung. Säuberlich in eine flache Schachtel verpackt, bewahrte der alte Schwere Nöter eine erstaunliche Auswahl an Kondomen und Sexspielzeug auf. Anne war nicht besonders überrascht. Ernie hatte schließlich immer gern mit seinen Eroberungen geprahlt und er galt auch tatsächlich im Freundeskreis durchaus als Frauenheld, was er wohl eher seinem Charme als seinem Aussehen verdankte. Neben der Schachtel fand sie einen leeren Blister, dessen vier Tabletten herausgedrückt waren. Die Rückseite verriet in blauer Schrift, um welches Medikament es sich gehandelt hatte. Nun, auch Ernie wurde älter. In der dritten Schublade fand sie alte Fotoalben. Auf dem obersten stand in Großbuchstaben Schwarzwald 1997. Unwillkürlich schlug Anne die erste Seite auf. Ja, da waren sie alle. Amandas Eltern John und Liv, Ernie mit seiner französischen Freundin Giselle, Malcolm und sie selbst. Wie jung, entspannt und glücklich sie auf dem Foto aussahen, dass ein freundlicher Deutscher von ihnen vor dem Schwarzwaldhof aufgenommen hatte. Anne erinnerte sich an das Freilichtmuseum und den letzten guten Tag, den sie in jenem Urlaub gehabt hatten. Noch am Abend waren sich Ernie und John in die Haare geraten. Worüber hatte sie längst vergessen. Und als Giselle sich gegen ihren Freund auf Johns Seite geschlagen hatte, war die Stimmung in den Keller gerutscht. Malcolm hatte versucht zu vermitteln, war aber gnadenlos gescheitert. Was wohl aus Giselle geworden war, die sich am nächsten Tag für immer verabschiedet hatte? Gedanken verloren, blätterte Anne weiter, sah ein wenig melancholisch, wie schlank sie in dem bunten Kleid vor dem Freiburger Münster aussah und wie Malcolm grinsend mit einem großen Eis in der Hand und mit nackten Füßen in einem der kleinen Wasserläufe stand, die die Stadt durchzogen. Bächle. Sie erinnerte sich plötzlich, wie die Leute sie genannt hatten. Es war Malcolms Idee gewesen, in den Schwarzwald zu fahren und nicht wieder nach Teneriffa, wie in all den Jahren zuvor. Malcolm hatte solche Einfälle und sie liebte ihn dafür. Ach, Mel. Ein dumpfer Schmerz hüllte Anne's Herz ein und sie schlug das Album zu. Er fehlte ihr so sehr. Manchmal, vor allem wenn sie nachts wach lag, versuchte sie sich vorzustellen, dass er nicht tot war, dass ihn kein LKW erfasst hatte, als er in York eine Straße überqueren wollte, dass er einfach nur einen Auftrag erledigte, einen möglichen Versicherungsbetrüger observierte, einen verschwundenen Teenager suchte. Doch dann wachte sie morgens auf, ohne Mels Morgengruß, auf dem Handy und die Wirklichkeit holte sie ein. Zurück blieb die Verpflichtung, die Detektei in seinem Namen weiterzuführen, statt sich in ihr Atelier zurückzuziehen und ihren Schmerz in Farbe zu ertränken. Anne seufzte, legte das Album zurück und schob die Nachttischschublade zu. Was nun? Sie warf einen oberflächlichen Blick in den Kleiderschrank, schaute kurz in Ernie's Wäscheschublade, verspürte aber keine Lust, seine Unterhosen nach Hinweisen auf einen möglichen Aufenthaltsort zu durchforsten. Wieso sollte er schließlich dort etwas verstecken? Er lebte seit der Scheidung vor über zehn Jahren allein. Und wenn es eine Frau in seinem Leben gab, die mehr war als ein One-Night-Stand, hätte er ein Foto von ihr wohl höchstens im Nachttisch aufbewahrt. Oder natürlich auf dem Handy. Das aber hatte er zweifellos mitgenommen. Das Klingeln an der Haustür ließ Anne zusammenzucken. Hoffentlich war das Lachy. Sie beschloss Amanda, sobald wie möglich nach Hause zu fahren, damit er in Ruhe den PC durchsuchen konnte. Vielleicht war nicht alles, was Lachy fand, das Richtige für Ernie's liebende Nichte. Danach würde sie zurückkommen und mit ihm besprechen, was zu tun war und ob und wie sie Finola McTavish einsetzen sollten. Nun endlich packte Finola auch den zweiten Karton aus, der bisher noch in der Zimmerecke gestanden hatte. Die warmen Klamotten daraus stapelte sie in den Schrank, die handgewebte Decke in Grüntönen, die sie auf einem Kirchenbazar in Portree entstanden hatte, legte sie nach kurzem Zögern ebenfalls in ein Schrankfach. Sie hatte sie als Bettüberwurf vorgesehen gehabt, um mögliche Scheußlichkeiten zu überdecken, aber das war zum Glück ja nicht notwendig. Die kleine Truhe mit Grannys Tropfen schob sie am Fußende unters Bett. Die wenigen Bücher, die sie nicht dem Charity-Shop gespendet hatte, fanden ihren Platz im Regal neben dem Schreibtisch. Das stille Räumen gab ihr die Gelegenheit, erste Bilanz zu ziehen, soweit das nach zwei Arbeitstagen möglich war. Sie war mit sich zufrieden. Ganz doof hatte sie sich beim Observieren nicht angestellt und Anne hatte ihren Vorschlag, direkt mit der Ehefrau zu kooperieren, positiv aufgenommen. Wenn man sich Craig und Amanda Erskine so zusammen vorstellte, waren die beiden ein schönes Paar. Aber natürlich konnte Finola nicht wissen, was die Beziehung letztlich ausmachte. Und Männer dachten nun einmal häufig mit dem falschen Körper teil. Und schliefen lieber ihren Rausch aus, statt der besorgten Ehefrau zur Seite zu stehen, fügte sie in Gedanken hinzu. Was wohl zu tun war, wenn Amanda Erskins Onkel tatsächlich verschwunden war? Arme Amanda. Ihr Vater gestorben, ihre Mutter weggezogen, ihr Onkel unauffindbar und ihr Mann ging fremd. Halt, die letzten beiden Dinge kannst du nicht wissen, wies sich Finola zu Recht. Den ungetreuen Craig hast du noch nicht erwischt und der Onkel könnte einfach verreist sein. Vielleicht hatte er sich sogar gemeldet, aber die Mail, SMS oder WhatsApp war nicht angekommen. Oder der AB hatte den Anruf nicht registriert. Sowas passierte selten, aber völlig unmöglich war es nicht. Mit einem letzten Blick auf ihr fertig eingerichtetes, neues Zuhause verließ Finola das Zimmer und ging hinunter. Die Bürotür stand offen und einen kleinen Moment lang war sie versucht, hineinzugehen und sich genauer umzuschauen. Allerdings wäre es unglaublich peinlich, wenn ihre Chefin zurückkam und sie beim Schnüffeln erwischte. Schon ein paar Minuten später, als sie sich gerade in der Küche einen Becher Kaffee eingoss, war Finola äußerst dankbar für ihre Entscheidung. Anne und Amanda Erskine waren zurück. Sie konnte ihre Stimmen hören, allerdings nicht verstehen, was sie sagten. Mit dem Kaffeebecher in der Hand trat sie hinaus in den Flur. Ach, Finola, Sie sind hier? Anne schien überrascht. Wollten Sie nicht die Umgebung erkunden? Ich hatte noch in meinem Zimmer zu räumen. Möchten Sie auch einen Kaffee? Finola sah von ihrer Chefin zu ihrer Klientin. Beide schüttelten den Kopf. Wir holen nur Amandas Jacke, die hatte sie hier vergessen, dann fahre ich sie nach Hause, erklärte Anne. Sie wandte sich an in Richtung von Finola und ging zur Haustür. Soll ich hier warten? fragte Finola. Nein, nein. Anne fasste sich an die Stirn und kniff kurz die Augen zusammen. Hatte sie Kopfschmerzen? Wir machen alles wie besprochen. Ich melde mich, falls ich sie brauche. Sie wartete, bis Amanda durch die Haustür nach draußen gegangen war, dann fügte sie leise hinzu. Es sieht tatsächlich nicht gut aus. Lachy durchsucht gerade Ernies Computer nach Hinweisen. Wir reden später. Ich rufe sie an. Und jetzt gehen sie los und bewundern sie Morningside. Erst nachdem Anne die Tür hinter sich ins Schloss gezogen hatte, fiel Finola ein, dass sie ihr gegen die Kopfschmerzen Grannies Tropfen Nummer sieben hätte anbieten können. Ihre neue Wohngegend zeigte sich im Sonnenschein, als Finola eine gute halbe Stunde später in die Morningside Road einbog. Hinter den blau, rot oder beige gestrichenen Shop Fassaden gleich rechts, die wohl noch aus viktorianischer Zeit stammten, verbargen sich nicht nur ein Inneneinrichter und ein Geschäft für Bilderrahmen, sondern auch ein nepalesisches Restaurant und ein chinesischer Takeaway. Wie praktisch. Der überwiegende Teil der Straße war jedoch von mehrstöckigen Häusern aus beige grauem Weg bergab entdeckte Finola einen Supermarkt, mehrere Charity Shops, ein weiteres Restaurant, ein Ärztehaus und ein Gebäude mit der Aufschrift Morningside Library, die Bibliothek. Eine Mutter mit einem kleinen Mädchen neben sich und einem Kinderwagen steuerte auf die Eingangstür zu und Finola beeilte sich, ihn die Tür aufzuhalten. Das Mädchen rannte sofort voraus in die Bibliothek und die Frau bedankte sich lächelnd. Finola war versucht, ihr zu folgen, entschied sich aber nach kurzem Zögern dagegen. Zu groß war die Gefahr, dass sie mit einem Stapel Bücher wieder herauskommen würde. Dabei hatte sie sich fest vorgenommen, zuerst einmal den historischen Roman fertig zu lesen, den ihr eine kanadische Freundin empfohlen hatte. Außerdem hatte sie gar keine Tasche bei sich, um Lesestoff zu transportieren. So schlenderte sie weiter die Straße entlang und entdeckte schließlich Laurie's Café. Neugierig blickte sie durch das Fenster hinein. Der winzige Laden wies nur drei kleine runde Tische auf und dazu eine gläserne Verkaufstheke, in der allerlei bunte Cupcakes zu erkennen waren. Alle drei Tischchen waren besetzt. Eine Frau bezahlte an der Kasse neben der Eingangstür und nahm eine der weißen Schachteln, mit denen Fenola schon Bekanntschaft gemacht hatte, entgegen. Laurie trat hinter der Kasse hervor und öffnete ihrer Kundin die Tür. Dabei fiel ihr Blick auf Fenola und sie lächelte erfreut. »Hia!« rief sie. »Schön, dass du mich endlich besuchst.« Sie blieb erwartungsvoll an der offenen Tür stehen. »Ich hab mich schon gefragt, ob du Albert Terras gefunden hast oder noch immer durch Morningside irrst. »Bei mir ist alles klar, danke. Und bei dir ist es ja ziemlich voll.« Fenola wies in das kleine Café und trat näher. »Ach, ich hab noch ein paar Klappstühle, davon kann ich dir einfach einen dazustellen. Das mache ich immer so.« Laurie grinste und warnte sich an das Paar, das in unmittelbarer Nähe zur Tür saß. Der Mann, der Mitte fünfzig sein mochte, stieß eilig ein »selbstverständlich« aus und rückte ein wenig näher zu seiner Begleiterin, die sich über seine Beflissenheit zu amüsieren schien. »Ja, kommen Sie ruhig zu uns«, sagte sie zu Fenola. »Laurie lässt uns sonst ohnehin keine Ruhe.« »Ich bringe eben gern Menschen zusammen«, erklärte Laurie, vor allem wenn sie neu hier sind. Sie ließ Fenola eintreten und holte aus der Ecke hinter der Theke ein Klappstuhl. »Da wir schon ewig in Morningside wohnen, müssen Sie diejenige sein, die neu ist«, stellte die Frau fest, als Fenola sich setzte. »Ich bin Trisha und das ist mein Mann Rob. Fenola, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin tatsächlich neu in Edinburgh. Aus Glasgow? fragte Rob. Sie klingen so. Ähm, ja, ich bin zum Teil in Glasgow aufgewachsen, habe aber zuletzt auf der Isle of Sky gelebt. »Sei doch nicht so neugierig«, warf Trisha ein. »Am Ende fragst du gleich noch, was sie beruflich macht. Zuerst aber will ich wissen, was du trinken möchtest«, mischte sich Laurie ein. »Kaffee oder Tee? Einfach oder mit Tralala? Gibt es Latte Macchiato? Klar, also einmal Latte und welcher Cupcake soll es sein?« Fenola warf einen Blick auf die kunstvoll verzierten Gebäckstücke hinter dem Thekenglas. »Der Weiße mit den Schokopunkten, die anderen finde ich zum Essen viel zu schade.« Laurie lachte und begann Fenolas Bestellung zu richten. »Sie haben also Albert Terrace gesucht und dabei unsere Laurie kennengelernt?« Rob schien wild entschlossen, mehr über Fenola herauszufinden. »Sind sie zu Besuch hier?« Trisha schüttelte missbilligend den Kopf, schwieg jedoch. Fenola beschloss, mehr oder weniger die Wahrheit zu sagen. »Ich bin wegen eines neuen Jobs in Edinburgh. Ich bin Physiotherapeutin. Oh, wie praktisch. Wissen sie, ich habe da manchmal an der Schulter Rob, mein Liebster, ich denke, das reicht.« Trisha legte die Hand auf die ihres Mannes, der daraufhin tatsächlich verstummte. »Hier einmal Latte und einmal das Pünktchen«, Laurie servierte Fenolas Bestellung und blieb neben ihr am Tisch stehen. Das geht übrigens auf mich als Entschuldigung für unseren Zusammenstoß. Rob und Trisha sahen sie interessiert an, doch Laurie gab keine weitere Erklärung ab. Nach einigen Minuten Smalltalk verabschiedeten sich Trisha und Rob. Auch die drei jungen Leute am Nebentisch sprachen auf und Laurie ergriff die Gelegenheit, sich nach dem Kassieren zu Fenola zu setzen. »Also, ich muss zugeben, ich bin eigentlich genauso neugierig wie der gute Rob«, erklärte sie. »Aber natürlich musst du nicht unbedingt antworten, wenn ich dich jetzt frage, ob du im B&B in Albert Terrace wohnst?« Sie sah Fenola erwartungsvoll an. Die grinste. »Nein, ich habe privat ein Zimmer. In Albert Terrace? Wer vermietet denn da privat? »Mrs Scott in Nummer...« »Die mit dem Detektivbüro?« »Ist eine Kundin von mir. Ich habe zur Neueröffnung das Catering gemacht. Party Service biete ich gelegentlich als kleinen Nebenerwerb an. Man kann ja nicht immer nur Süßkram essen.« Sie zuckte mit den Achseln. »Neueröffnung? Ich dachte, die Detektei gibt's schon seit 30 Jahren oder so. Ja, aber früher war die in der Newtown. Erst als der Mann von Mrs. Und es ist ja eigentlich auch viel praktischer. Laurie sah Finola neugierig an. Jetzt vermietet sie auch noch Zimmer? Hätte nicht gedacht, dass sie sich als so geschäftstüchtig erweist. Nicht grundsätzlich, beeilte sich Finola zu sagen. Nicht, Laurie nun alle möglichen Leute auf Zimmersuche zu Anne schickte. Und es ist auch erst mal nur für drei Monate. Na, in der Zeit kannst du sicher was dauerhaftes finden. Ich höre mich mal für dich um, versprach Laurie. Willst du hier in der Ecke bleiben? Bevor Finola antworten konnte, klingelte ihr Handy. Können sie bitte jetzt gleich ins Büro kommen? fragte Anne. Ihre Stimme klang dringlich. Lachie hat etwas gefunden. Haben sie eigentlich einen Führerschein? Finola brach nach diesem Anruf extrem hastig auf, fand Laurie. Und sie war auf die Frage, ob etwas passiert war, äußerst kurz angebunden. Mit einem kleinen Seufzer räumte Laurie den Tisch ab und drückte das Spitzendäckchen zurecht. Sie hatte sich gefreut, Finola wiederzusehen und ihr zeigen zu können, dass sie nicht so verpeilt war, wie sie bei ihrem Zusammenstoß wahrscheinlich gewirkt hatte. Stolz betrachtete Laurie ihr Reich. Natürlich ließ vor allem, weil sie tendenziell ziemlich lange sitzen blieben, aber das war ja auch ein Zeichen, dass es ihnen gefiel. Und die Laufkundschaft für ihre Cupcakes wurde immer größer. Das Risiko und ihre Investition in den Traum eines eigenen Cafés zahlten sich so langsam aus. Eine Frau blieb draußen vor dem Fenster stehen und schaute herein. Laurie lächelte ihr zu, doch die Frau warnte den Blick ab und ging weiter. Na ja, besonders freundlich sah die sowieso nicht aus, dachte Laurie. Sie hatte gern Gäste, die sich anfühlten wie Freunde. So wie Helen, die oft mit einem Buch in der Hand eine Tee-Pause machte. Oder Trish und Rob. Die kehrten jeden Samstagnachmittag bei ihr ein. Sie waren vielseitig interessiert und es ergab sich immer ein nettes Gespräch. Zudem war Rob sehr geschickt darin, Leute auszuhorchen. Das war für Laurie äußerst praktisch, denn so musste sie nicht selbst fragen. Ihre Gedanken kehrten unwillkürlich zurück zu Finola. Irgendetwas stimmte mit der jungen Frau nicht. So offen sie getan hatte, Laurie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass sie eine ganze Menge verschwiegen hatte. Das mochte natürlich völlig harmlos sein, schließlich trug man bei einer ersten Begegnung nicht unbedingt das Herz auf der Seit sie so viele Krimis las, um sich abzulenken, weil die Trennung von Connor doch schmerzhafter gewesen war, als sie zunächst gedacht hatte, war Laurie allen und jedem gegenüber misstrauisch geworden. Verbrecher schienen ja irgendwie überall zu lauern, und man sah ihnen nicht an, was sie planten. Hatte Finola nicht ein wenig zu sehr betont, dass sie Physiotherapeutin war? War sie vielleicht etwas ganz anderes? Und dann diese Sache mit Mrs. Scott, bei der sie zu Untermiete wohnte. Nun, es war natürlich begrüßenswert, dass Mrs. Scott noch ein bisschen was dazu verdienen konnte. Ihre Catering-Rechnung hatte sie so zögerlich bezahlt, dass zu vermuten war, dass sie trotz der Verlegung der Detektei ins eigene Haus ernsthafte Geldprobleme hatte. Mrs. Scott war sehr nett, aber war sie nicht eigentlich Malerin oder sonst was Künstlerisches? Dann war sie wahrscheinlich nicht unbedingt eine gute Geschäftsfrau. Hoffentlich hatte sie sich mit dieser Finola nicht noch eine Laus in den Pelz gesetzt. Ich hätte gerne zwei von den violetten Cupcakes und zwei von diesen mit den Röschen hier vorne, sagte plötzlich eine Frauenstimme. Zum Mitnehmen. Lori zuckte zusammen. Sie Finola konnte sie ein anderes Mal nachdenken, spätestens, wenn sie sie wieder sah. Finola eilte zurück in die Detektei, wo Anne bereits mit einer Kanne Tee wartete. Sie sah besorgt aus. Obwohl Finola noch den angenehmen Geschmack von Latte Macchiato im Mund hatte, wagte sie nicht, die Tasse Tee, die ihr Anne sofort eingoss, abzulehnen. Sie nippte allerdings nur kurz daran und fragte dann direkt, Lachy hat also etwas gefunden? Anne nickte und reichte ihr ein paar Blätter bedruckten Papiers. Ein privater Nachrichtenverlauf aus einem Internetforum für Gartenfreunde. Gardenerd ist Ernie's Nickname, der der Name Baby Jean. Sie verdrehte ihre Augen. Finola überflog die Zeilen. Während anfangs Tipps zu Pflege bestimmter Gartenpflanzen ausgetauscht wurden, veränderte sich schon nach kurzem der Tonfall der Nachrichten. Baby Jean? Ich denke über eine völlige Neugestaltung nach, allerdings bräuchte ich dafür einen starken Mann, Zwinker Smiley. Gardenerd? Darüber sollten wir einmal persönlich reden. Baby Jean? Mit Vergnügen. Arbeit sollte ja immer mit Vergnügen verbunden sein. Gardenerd? Das klingt sehr nach meinem Geschmack. Was genau schwebt ihr vor? Baby Jean? Hier ist eine ganze Menge zu tun. Du kannst dir frei aussuchen, was du gerne machen willst. Ich bin völlig offen, Zwinker Smiley. Gardenerd? Könnten wir das vielleicht am Telefon besprechen? Ist privater, Zwinker Smiley. Baby Jean hatte mit ihrer Telefonnummer geantwortet und tatsächlich schien der nächste Teil der Planung mündlich ausgemacht worden zu sein. Die weitere Unterhaltung ab dem folgenden Tag drehte sich nur noch um Erneys Vorfreude auf einen exklusiven Blick auf Hügel und Täler an der Westküste und Baby Jeans Versprechen, ihn für seine Gartenarbeit vortrefflich zu entlohnen. Beides mit Zwinker Smiley. Finola sah auf. Das Datum des letzten Eintrags liegt kurz vor Mr. Gibsons Verschwinden, also können wir annehmen, dass er gerade Baby Jean besucht und ihren Garten umgestaltet oder was auch immer. Anne seufzte. So einfach ist es leider nicht. Sehen Sie, zuerst war ich ebenfalls erleichtert, dass sich alles so harmlos herausstellte. Lachy hat natürlich auch noch herausgefunden, dass Baby Jean, Jean Barlow heißt und ein paar Meilen von Oben entfernt in einem Dörfchen namens Invertingle lebt. Es gibt sogar Bilder von ihrem Garten im Forum. Aber Anne atmete tief ein und stieß dann die Luft in einem Schub aus. Ich habe die Telefonnummer, die sie Ernie gegeben hat, angerufen. Als ich eine Frauenstimme meldete, habe ich nach ihm gefragt. Zuerst war Schweigen in der Leitung. Dann wollte die Frau wissen, woher ich die Nummer habe. Ernie hat sie mir für Notfälle hinterlassen, weil sein Handy manchmal nicht funktioniert, habe ich gesagt. Dann habe er mir wohl eine falsche Nummer gegeben, hat sie geantwortet. Denn bei ihr sei kein Ernie. Sie kenne überhaupt keinen Ernie, außer Ernest Hemingway und den auch nicht persönlich. Seltsam. Oder es war wirklich die falsche Nummer. Ernie scheint sie aber genau unter dieser Nummer erreicht zu haben. Und es ist auch dieselbe, die bei den persönlichen Daten von Gene Barlow im Forum steht. Die Frau am Telefon kann niemand anderes gewesen sein. Also hat sie gelogen? Sieht so aus. Daher also ihre Frage nach meinem Führerschein. Ich habe übrigens einen. Er nickte. Sehr gut. Meinen Sie, Sie könnten gleich morgen früh nach Invertingle fahren und sich die Dame einmal anschauen? Und wenn er da ist, Ernie dazu veranlassen, sich endlich bei Amanda zu melden? Ach, am besten, Sie bringen ihn gleich mit zurück. Sie kriegen den Wagen meines Mannes. Genau so hatte Finola sich das Auto eines Detektivs vorgestellt. Mittelalt, mittelgroß, mittelschwarz und mitteldreckig. In Edinburgh fiel es bestimmt keinem auf, so durchschnittlich war das Gefährt. Wie es an der dünn besiedelten Westküste aussehen würde, musste sich erst noch zeigen. Andererseits war sie ja nicht zum Observieren unterwegs, sondern würde einfach nur Gene Barlow aufsuchen, sie diskret befragen und Ausschau nach Amandas Uncle Ernie halten. Wie genau, musste sie sich noch ausdenken, aber da sie ein paar Stunden Fahrt vor sich hatte, war das kein Problem. Sie hatte eine ganze Weile nicht mehr am Steuer gesessen, aber Malcolm Scotts Wagen war gut in Schuss und ließ sich leicht fahren und als sie eine gute halbe Stunde unterwegs war, packte sie ein plötzliches Gefühl von Freiheit. Ja, es gab wirklich Schlimmeres, als an einem September Sonntag frühmorgens durch die Highlands zu fahren. Ein paar Touristen waren noch unterwegs, doch der Verkehr hielt sich in Grenzen. Im Radio lief eine Sendung über die Songs der Corys und als Flower auf Scotland gespielt wurde, sang Finola lauthals mit. In Oben gab es einen kleinen Stau vor der Autofähre zur Insel Mull. Die nicht unbedingt angepasste Fahrkunst einiger Touristen in viel zu dicken Autos trug natürlich das ihre dazu bei. Aber sobald Finola das Zentrum der kleinen Stadt hinter sich gelassen hatte, war die Straße wieder angenehm frei. In Vertingle erwies sich als ein winziger Ort, der nur aus wenigen Häusern bestand. In diesem Dorf kannte garantiert jeder jeden. Wie gut, dass sie hier nicht leben musste. Ein blühender Rosenbogen überspannte das schmiedeeiserne Tor in der Mauer, hinter der Gin Barlos Anwesen lag. Finola drehte den Türknauf und das Tor schwang geräuschlos auf. Ein sorgfältig geplättelter Weg ohne Spuren von Grün in den Ritzen führte auf die Haustür zu. Rechts hinter einer Reihe von Büschen und Strecken. Finola stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Büsche einen genaueren Blick erhaschen zu können. Sie musste zugeben, sie war beeindruckt. Üppiges Grün und gepflegte Blumenbeete ließen vermuten, dass hier viel Arbeit hineingesteckt wurde. Kein Wunder, dass Baby Jean nach Hilfe suchte. Links vom Haus, in einem Carport, stand ein silbergrauer Kleinwagen. Es gab also anderswo noch eine Einfahrt. Mit einem kurzen Blick auf die Haustür, an der sich nichts regte, ging Finola ein paar Schritte auf den Wagen zu, damit sie um die Hausecke spähen konnte. Vielleicht stand da ja noch ein zweites Auto, ein Mietwagen von Uncle Ernie. Sie war überrascht gewesen, als Anne sie informiert hatte, dass er kein eigenes Auto besaß. Aber andererseits kam man in Edinburgh sehr Ein wenig enttäuscht wandte sich Finola der Haustür zu und klingelte. Die Frau, die kurz darauf öffnete, hatte durchaus etwas von einer Baby Jean. Sie mochte gut in den Fünfzigern sein, möglicherweise sogar ein wenig älter, was man erst wirklich beurteilen konnte, wenn sie abgeschminkt war. Sie trug einen wuscheligen pinken Pullover über einer knallengen schwarzen Hose und ein passendes kariertes Band »Guten Morgen, Miss Barlow«, grüßte Finola mit freundlichem Lächeln. »Ich bin Amanda, Ernies Nichte, und weil ich gerade in der Nähe war... Ich kenne keinen Ernie«, erklärte die Frau sofort. »Dann sind Sie nicht Miss Barlow? Jean Barlow? Doch, natürlich bin ich das. Das ist aber seltsam. Finola runzelte die Stirn und tat verwirrt. Er hat mir doch gesagt, dass er wegen einer Gartensache hierher fährt und meiner Tante auch. Sind Sie sicher? Jean Barlow schwieg. Hat er ihnen am Ende einen falschen Namen genannt? plapperte Finola weiter. »Ankel Ernie ist manchmal so ein richtiger Scherzkeks und...« Sie tat vertraulich und trat näher an die Blondine heran. »Wenn eine gut aussehende Frau im Spiel ist, vergisst er gerne mal meine Auntie Anne. Jean Barlow's Augen weiteten sich. »Seine Ehefrau? Erwischt.« Finola nickte. »Hat er ihnen wahrscheinlich verschwiegen, dass er verheiratet ist, nicht wahr? Männer.« Sie zog eine Grimasse, die hoffentlich Solidarität mit allen belogenen Frauen ausdrückte. Jean Barlow schluckte. Er sagte, er sei geschieden. Finola nickte wieder. »Hab ich's mir doch gedacht. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Sie können ihm also den Kopf waschen und mich reinlassen.« Unwillkürlich trat Jean Barlow zur Seite, was Finola natürlich ausnutzte, um tatsächlich ins Haus zu treten und sich umzusehen. »Er ist nicht mehr hier«, hörte sie Jean Barlow hinter ihrem Rücken sagen. Sie drehte sich nach ihrer unfreiwilligen Gastgeberin um. »Nicht nicht mehr hier? Ist er abgereist? Äh, ja, schon vor Tagen, nachdem wir die Hortensien...« Sie sah auf einmal ziemlich blass aus. »Kommen Sie, setzen Sie sich, ich mache Ihnen eine schöne Tasse Tee«, bot Finola an. »Ist dies die Küche?« Sie öffnete die Tür, hinter der sie das Wohnzimmer vermutete, und warf einen Blick hinein. Es war nichts aufgeräumtes Wohnzimmer, und es zeigte keine Spur von Uncle Ernie. »Nein, nein, hier links«, erklärte Jean Barlow. Finola öffnete also die linke Tür und ließ ihre unfreiwillige Gastgeberin vorausgehen, während sie mit den Augen noch einmal die Dealer absuchte. Keine Männerschuhe. Uncle Ernie schien tatsächlich abgereist zu sein. Mist. Als Jean Barlow sich an den kleinen Küchentisch setzte und ihr Gesicht in die Finola den Wasserkocher, nahm zwei weiße Becher von einem Tassenständer und gab die Teebeutel hinein, die sie in einer Metalldose entdeckte. Ein Zuckerschälchen stand bereits auf dem Tisch und ein angebrochenes kleines Milchpaket fand sie in der Kühlschranktür neben einer Flasche Grapefruit-Saft. Jean Barlow saß immer noch unbewegt, als Finola die dampfenden Teebecher auf den Tisch stellte und sich zu ihr setzte. Es tut mir leid, sagte sie leise. Und tatsächlich fühlte sie ein wenig ihr schlechtes Gewissen. Jean Barlow schien ziemlich durch den Wind zu sein. Hatte sie sich ernsthaft in Uncle Ernie verliebt und Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft gemacht? Dann war es eigentlich gemein, sie zu belügen, aber andererseits hatte sie so immerhin zugegeben, ihn zu kennen. Also war Finola in ihrem Fall doch einen gehörigen Schritt weitergekommen. Und die Schwindelei konnte sie später bei Bedarf immer noch aufklären. Sie wartete, bis Jean Barlow sich zwei Löffel Zucker und einen großen Schuss Milch in den Tee gegeben hatte. Dann sah sie sie auffordernd an, ohne etwas zu sagen. Ich dachte, er wäre allein auf der Welt, so wie ich. Finola nickte verständnisvoll. Aber als dann gestern diese Frau anrief und schwer, weiter zu schweigen, aber dies war die beste Methode, Jean Barlow zum Reden zu bringen. Also, ich war ganz durcheinander, das konnte doch nicht derselbe Ernest sein. Sie nahm einen Schluck Tee und stellte die Tasse ab, ohne sie loszulassen. Als sie nicht weitersprach, sagte Finola leise, das muss alles sehr unangenehm für sie sein. Jean Barlow nickte, trank vor Finola nach einer Pause fort. Können Sie mir sagen, wohin Uncle Ernie von hier aus gefahren ist? Wir suchen ihn nämlich dringend wegen einer Familienangelegenheit. Jean Barlow schüttelte den Kopf. Er ist fort. Ich weiß nicht wohin. Hat er nichts gesagt? Irgendwelche Freunde erwähnt? Vielleicht jemanden hier im Westen? Ich kann mich nicht erinnern. Jean Barlow starrte aus dem Fenster in den Garten, wo neben weißen und blauen Hortensien viel üppiges Grün nach draußen lockte. Oder haben Sie sonst einen Hinweis, wo er sein könnte? Er hat etwas von einer Erbschaft erzählt und wir wollten zusammen nach Südamerika reisen. Er hatte mich eingeladen. Dann hatte er also vor, wiederzukommen. Jean Barlow hob die Schultern. Ich möchte jetzt allein sein, sagte sie. Finola stand auf. Selbstverständlich, wenn Sie aber noch Hilfe brauchen, nein, gehen Sie. Mit einem letzten Rundumblick und einem kurzen Gruß ging Finola zur Tür und verließ das Haus. Mist, im Grunde war sie nicht weiter als zuvor, obwohl sie einer Frau das Herz gebrochen hatte. Wo verdammt noch mal war dieser Onkel Ernie? Bevor sie ihre Rückfahrt antrat, beschloss Finola, sich am Hafen noch eine Kleinigkeit zu essen zu gönnen. Hier gab es schließlich The Green Shack, den besten Imbiss der Welt, wie ihr Ex-Freund Robbie ihn einmal genannt hatte. Und als sie sich an die frischen Muscheln und Schalentiere erinnerte, die er ihr damals spendiert hatte, lief ihr tatsächlich das Wasser im Mund zusammen. Local Shellfish stand oben an der grünen Hütte, vor der mehrere Leute anstanden. Die zugehörigen Tische und Bänke waren voll besetzt, nur ein Stehtisch bot noch ein wenig Platz. Direkt daneben waren Fangkörbe gestapelt, in zwei davon warteten frische Krebse darauf, zubereitet zu werden. Ein paar Jards weiter saß eine getigerte Katze und leckte ihre Pfote, den Blick auf den Boden unter den Nola zögerte. Sollte sie sich den Hummer gönnen? Muscheln aß sie nicht ganz so gern. Andererseits wollte sie sparsam mit ihrem Geld umgehen, schließlich war sie nicht sicher, dass sie in drei Monaten noch einen Job haben würde. Mit einem leichten Seufzer entschied sie sich für ein Sandwich mit Räucherlachs. Göttlich, nicht wahr? meinte der Mann am Stedtisch, der ein wenig zur Seite rückte, um ihr Platz zu machen. Er mochte Ende dreißig sein, hatte einen Teller Miesmuscheln vor sich und schloss jedes Mal die Augen, wenn er einen Happen Muschelfleisch in den Mund steckte. Du musst die mal probieren. Ich komme fast jeden Sonntag hierher zum Essen, erklärte er und wies auf seinen Teller mit jetzt leeren Schalen. Dann wohnst du hier? fragte Finola. Der Mann nickte. Ich bin Dave, sagte er. Ich arbeite auf der Fähre. Ich bin Amanda. Ich wollte meinen Onkel hier treffen, aber irgendwie haben wir uns wohl verpasst. Vielleicht kommt er ja noch, nur etwas später. Finola schüttelte den Kopf. Ich meine nicht heute, sondern überhaupt. Er hat eine Bekannte in Invertingle besucht, aber dort ist er schon vor ein paar Tagen abgereist, hat die erzählt. Invertingle? Erwartungsvoll sah Finola ihn an. Kannte er das Örtchen? Oder am Ende sogar Jean Barlow? Na, da will ja auch niemand begraben sein. Meine Frau hatte dort in der Nähe mal eine Reifenpanne und ich habe sie abgeholt, sonst würde ich nicht einmal den Namen des Dorfes kennen. Gibt's da überhaupt mehr als drei Häuser? Deine Frau? Finola sah sich um. Wo hast du denn die versteckt? Im Krankenhaus. Dave lachte. Sie hat mal wieder Wochenenddienst und ich kann ja nicht kochen. Gute Ausrede. Dave räumte die Überreste seines Essens zusammen und brachte sie zum Abfalleimer. Ich hoffe, dein Onkel taucht wieder auf, sagte er. An einem der Tische schrie eine Frau auf und eine Möwe erhob sich mit ihrer Beute. Die Frau ließ einen Schwall Schimpfworte in einer Sprache los, die Finola zwar nicht verstand, aber die Wut darin war nicht zu überhören. Sie wechselte einen Blick mit Dave, der breit grinste. Touristen, sagte er. Die wissen nichts von Möwen. Ich muss jetzt los. War nett mit dir zu plaudern. Warte. Finola fischte ihr Handy aus der Jackentasche und begann das Foto zu suchen, das sie von Anne vielleicht auf der Fähre? Sie hielt Dave den Schnappschuss von Onkel Ernie hin. Ein eher unscheinbarer Mann, Anfang sechzig, mit leicht schütterem weißem Haar und fröhlichen Lachfalken grinste in die Kamera. Hm, ich weiß nicht. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Dave legte den Kopf schief. Weißt du, wie viele Leute die Fähren ab Oben benutzen? Und dann ist noch die Frage welche. Ich arbeite auf Denach Mull, aber nach South Dewist und Barra kann man von hier aus auch fahren, mit einer anderen Fähre. Sorry, sagte Finola. Du hast natürlich recht, wäre ein zu großer Zufall gewesen. Wäre es nicht einfacher, du würdest ihn anrufen? Schon versucht, er antwortet nicht, der Akku scheint leer zu sein. Ach, irgendwann wird er sich melden. Finola nickte. Ist halt doof, weil ich jetzt gerade hier bin und heute noch zurück muss nach Edinburgh. Naja, falls ich ihn zufällig doch sehen sollte, sag ich ihm, er soll dich anrufen. Amanda, nicht wahr? Finola zögerte, dann nickte sie. Mehr konnte ich leider nicht herausfinden. Soll ich zurückkommen? Finolas Stimme klang leicht verzerrt aus dem Telefon. Im Hintergrund ertönte Möwengeschrei. N biss sich auf die Lippen und überlegte. Ja, kommen sie zurück, sagte sie endlich. Sie müssen schließlich morgen die Observierung von Craig Erskine fortsetzen und im Moment scheint es nichts mehr zu geben, was sie im Fall Ernest Gibson tun können. Gut, dann mache ich mich auf den Rückweg. Ein Klacken in der Leitung zeigte an, dass Finola das Gespräch beendet hatte. Langsam legte Anne den Hörer auf. Sie hatte wirklich gehofft, dass ihre junge Mitarbeiterin Ernie aufspüren und mitbringen würde. Nun blieb er also weiter spurlos verschwunden. Spurlos? Nun, vielleicht doch nicht so ganz. Er hatte dieser Baby Jean gegenüber von einer Erbschaft gesprochen und den Plan gehabt, mit ihr nach Südamerika zu reisen. Das war doch eine Spur. Allerdings, der einzige Todesfall der letzten Monate in ihrem Bekanntenkreis, von dem sie wusste, war der ihres Mannes. Und testamentarisch waren nur sie und ihre Söhne von Malcolm bedacht worden. Von wem also hatte Ernie eine größere Geldsumme geerbt? Es musste eine größere Summe gewesen sein, sonst hätte er nicht leichtfertig eine fast fremde Frau eingeladen, ihn zu begleiten, selbst wenn sie noch so attraktiv sein mochte. Eine größere Geldsumme, wie sehr sie diese Formulierung hasste. Eine größere Geldsumme hatte sie in finanzielle Verlegenheiten gebracht. Eine größere Geldsumme, die von Malcolms und ihren Konten verschwunden war. Anne sog unvermittelt die Luft ein. War das ein Zufall? Oder war das Geld am Ende ein und dasselbe? Malcolm und Ernie? Hatten die beiden etwas Neues zusammen aus Baldovert? Ein verrücktes Projekt wie damals, als Mel die Detektei gegründet hatte? Die hatte sich später natürlich als lukrativ erwiesen, aber in der ersten Zeit hatte Mel ganz schön kämpfen müssen. Und einige kleinere Projekte hatten die zwei auch in den Sand gesetzt. Ein Augenblick lang regte sich Hoffnung in M. War Ernie möglicherweise unterwegs, um Geld für Mel und damit für sie zu investieren? Geld, das ihr Mann seinem Freund anvertraut hatte? Mel hatte in den Wochen vor seinem Tod manchmal sehr gedanken abwesend gewirkt. Sie hatte das auf den Fall mit dem verschwundenen Jungen geschoben, aber vielleicht. Nur, warum hatte Mel ihr nichts erzählt? Und warum hatte nach seinem Tod Ernie nicht mit ihr gesprochen? Weil Baby Jean dann doch nicht so ganz das war, was er sich erhofft hatte, war er einfach abgereist und hatte sie sitzen lassen. Am Ende saß er inzwischen schon in Rio de Janeiro an der Copacabana. Na warte, wenn ich dich in die Finger kriege, murmelte Anne. Sie griff nach dem Telefon und drückte die Kurzwaldtaste für Lachys Nummer. Doch als sie den Freiton hörte, durchzuckte sie plötzlich ein Gedanke und sie legte schnell wieder auf. Lachy hatte immer eng mit Mel zusammengearbeitet und war ebenso wie Ernie seit Ewigkeiten mit ihm befreundet gewesen. War es ausgeschlossen, dass Mel Ernie und Lachy in dieser Sache unter einer Decke gesteckt hatten? Wusste Lachy am Ende sogar von dem fehlenden Geld? Er hatte nach Mells Tod über wirklich. Es war erst zehn vor neun und Finola hatte sich gerade noch einmal im Bett umgedreht, als es an ihrer Zimmertür kräftig klopfte. Wollte Anne etwas von ihr? Vielleicht war es doch nicht so günstig, im gleichen Haus wie die Arbeitgeberin zu wohnen. Miss, kann ich jetzt bei Ihnen sauber machen? Verdammt, das genannt Mrs. B. Am vergangenen Freitag hatte Finola erleichtert erfahren, dass Mrs. B. ausnahmsweise nicht kommen konnte. Aber heute, der Montag war der zweite Mrs. B. Tag, würde sie ihr nicht entgehen können. Nicht, dass sie etwas gegen die Frau hatte, schließlich kannte sie sie überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass jemand Fremdes ihr Zimmer für sie sauber machen, ihren Dreck wegputzen wollte, war ihr unangenehm. Ja, natürlich war es praktisch, und sie verstand auch, Anne nicht das ganze Haus in Schuss halten und gleichzeitig die Detektei führen konnte. Dennoch erneut klopfte es. Miss? Fünf Minuten, rief Finola und schwang ihre Beine aus dem Bett. Das Klopfen wiederholte sich nicht. Stattdessen war irgendwo anders auf dem Stockwerk ein Staubsauger zu hören. Hastig zog Finola sich an und sah sich um. Zum Glück sah es nicht allzu unordentlich aus. Den Stapel Kleidungsstücke auf dem Boden neben dem Schreibtisch, den sie gestern einfach vom Stuhl geworfen hatte, packte sie im Ganzen und schob ihn in ein leeres Fach im glücklicherweise großen Kleiderschrank. Vorsichtig öffnete sie die Tür und schaute aus dem Zimmer. Die Tür zum Badezimmer stand offen und eine Frauenstimme sang eine melancholische Ballade. Dieses Mal klopfte Finola und zwar an den Türrahmen, denn Mrs. B wandte ihr den gebeugten Rücken zu und schien so versunken darin die Badewanne auszuwischen, dass sie sie nicht erschrecken wollte. Erstaunlich agil drehte sich Miss B um. Ah, Finola McTavish nehme ich an. Sie zwinkerte und wedelte mit ihren in Putzhandschuhen steckenden Fingern. Die Hand gebe ich ihnen jetzt aber nicht. Ich will sie auch gar nicht bei der Arbeit stören. Ach, stören sie ruhig. Ich kann gut weiter wischen, während sie mir ein bisschen was über sich erzählen. Mrs. B saffinola erwartungsvoll an. Ihren Falten nachzuschätzen war sie eher siebzig als sechzig. Ihre Haare glänzten schwarz gefärbt, ihre kleine stämmige Gestalt hatte sie in Leggings und ein zeltartiges rotes Gewand gehüllt. Dazu die gelben Putzhandschuhe. Angesichts dieses Farbfestes musste Finola ein paar Mal blinzeln. Äh, ich gehe schnell unten ins Bad. Finola griff nach ihrer Zahnbürste, murmelte, bis später und verzog sich. Das Bad im Erdgeschoss war klein und wurde, obwohl es auch eine Dusche gab, normalerweise nur als Gäste- Nun aber gab es Finola die Möglichkeit, sich einen Moment lang zurückzuziehen und die dringlichsten Morgendinge zu erledigen. Am liebsten wäre sie danach gleich in die Küche gegangen, aber das wäre feige gewesen, also stieg sie die Treppe wieder hinauf und fand Mrs. B. mit dem Staubsauger in ihrem Zimmer. Ah, da sind sie ja, ich bin gleich hier fertig, rief sie über das laute Brummen hinweg. Dann mache ich in der Küche ein Teepäuschen und habe Zeit für sie. Angesichts des strahlenden Lächelns und der freundlichen Worte brachte es Finola nicht fertig, Mrs. B's Einladung abzulehnen. Und so saßen sie wenige Minuten später beide in der Küche, jede von ihnen ein Becher Scottish Breakfast Tee vor sich. Eigentlich hatte Finola sich schon auf einen Kaffee gefreut, aber Mrs. B war mit dem Teekochen schneller gewesen. Wollen Sie nicht lieber was richtiges frühstücken? fragte sie angesichts Finolas zwei Scheiben Toast, die sie mit Zitronenmarmelade bestrich. Nein, danke, wagte Finola zu sagen. Nun, Sie werden das selbst am besten wissen. Mit einem solchen Zugeständnis hatte Finola nicht gerechnet. Tatsächlich war die Unterhaltung mit Mrs. B letztlich sehr angenehm. Sie stellte zwar neugierige Fragen, bohrte aber nie nach, wenn Finola diese nur kurz beantwortete, sondern nickte dann verständnisvoll. Finola startete schließlich eine Gegeninitiative. Arbeiten Sie schon lange für Anne Scott? Über zwanzig Jahre, erklärte Mrs. B stolz. Und mein Mann hilft im Garten, wenn es nötig ist, aber die gute Anne macht da meistens alles alleine, Geordi ist nicht mehr der Jüngste. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt werden wird, weil sie ja nun dieses Detektivbüro übernommen hat. Da wird sie wenig Zeit für den Garten haben, denn selbst wenn sie sie angestellt hat und Blachy natürlich auch noch da ist, dürfte der Verwaltungskram doch eine ganze Menge Arbeit sein, Buchhaltung und so. Und dann muss sie sich noch ausdenken, wie sie mehr Werbung macht und Kunden gewinnt, denn hier in Albert Terrace kommt ja keiner zufällig vorbei. Andererseits ist es selbstverständlich so diskreter als in der Innenstadt. Ich hoffe natürlich, dass sie Erfolg hat. Und Amanda, sie kennen doch sicher Amanda Erskine, Finola nickte. Also, als ich letzte oder vorletzte Woche bei Amanda sauber gemacht habe, fuhr Mrs. B fort, hat sie mir gesagt, dass sie Anne natürlich unterstützt. Mir kam es so vor, als ob sie sich überlegte, selbst einen Auftrag zu erteilen. Da konnte sie natürlich noch nicht wissen, dass ihr Onkel sich so heimlich verdrücken würde, aber nun passt es ja. Sie nahm ein paar kräftige Schlucke Tee und leckte die Lippen. Also, ehrlich gesagt, hatte ich ja befürchtet, dass die gute Anne das gar nicht schafft mit der neuen Verantwortung. Das war ja immer Malcolms Bereich und sie ist doch ein ganz anderer Typ und hat sich da auch meines Wissens nie eingemischt. Aber was muss, das muss, nicht wahr? Sie sah Finola Zustimmung heischend an, fuhr dann jedoch fort, bevor diese etwas erwidern konnte. Aber Anne hat uns, also Geordi und mich, schon so manches Mal überrascht. Die ist echt ein stilles Wasser, sag ich ihnen, die hat Tiefen. Also ich möchte nicht ihr Feind sein, da wüsste ich nicht, ob sie nicht irgendwann, also ich meine natürlich nicht. Mrs. B geriet ins Stottern. Finola kaute ihren letzten Bissen Toast, schluckte, spülte mit einem Schluck Tee nach und stand auf. Es tut mir leid, ich muss noch einer Information zu einem Fall nachgehen, behauptete sie. Es hat mich gefreut, sie kennenzulernen, Mrs. B. Mich ebenfalls, sagte Mrs. B, sprang von ihrem Stuhl auf und reichte Finola die Hand. Ich glaube, sie passen sehr gut hierher und jetzt gehen sie los und lösen ihren Fall Finola. Ich darf sie doch Finola nennen. Finola nickte und lächelte. Etwas anderes blieb ihr angesichts Wenige Minuten später verließ sie das Haus und nahm den Bus zu Princess Street. Es war natürlich viel zu früh für Craig Erskins Mittagspause, aber die Scottish National Gallery öffnete um zehn und bot sicher nicht nur genügend Freude fürs Auge, sondern auch einen ruhigen Raum zum Nachdenken. Es klappte alles so, wie Finola es sich ausgedacht hatte. Die Mittagspausen Observierung war erneut ergebnislos geblieben, aber Amanda hatte ihr in der Zwischenzeit den Namen des Fitnessstudios mitgeteilt, das ihr Mann immer montags nach der Arbeit aufsuchte. So war sie rechtzeitig vorher zu Brunsfield Fitness spaziert und hatte sich angemeldet. Nun hing sie ein wenig an der sogenannten Bar in der sogenannten Lobby herum und flirtete mit dem jungen Mann, der leider weder Gin Tonic noch einen anständigen Single Malt anbot, sondern nur allerlei Power oder Fitnessdrinks mit exotischen Namen und zweifelhaftem Aussehen. Am Aussehen des Barkeepers, nannte man den hier überhaupt so, hatte sie nichts auszusetzen, aber seine Gesprächsthemen waren doch sehr einseitig. Sie wusste schon, warum sie im privaten Leben solche Orte mied. Es gab hier weder anständige Getränke noch besonders intelligente Unterhaltung. Und einige der Trainierenden hinterließen beim Vorbeigehen Geruchsschwaden von Schweiß oder übermäßiger Parfümierung. Nun, immerhin fand sie ihr Outfit schick und bequem. Pferdeschwanz und Stirnband wirkten sportlich genug und es zwang sie ja keiner auf den Crosstrainer oder Gaufs Laufband. Was für eine dumme Erfindung so ein Laufband war. Wenn sie wirklich laufen wollte, gab es Gottes große Natur mit Wind und Wetter und dem Gefühl von Freiheit. Die Eingangstür öffnete sich und in der verspiegelten Wand hinter der Bar erkannte Finola Craig Erskine. Er trug eine große Sporttasche und steuerte auf die Umkleideräume zu. Bereits auf dem Weg dorthin löste er seine Krawatte, was irgendwie ziemlich sexy wirkte. Als er hinter der grünen Tür verschwand, sah Finola sich eilig um. Nein, keine der Frauen, die hier in der Lobby herumsaßen, folgte ihm. nicht einmal mit Blicken. Okay, dann also los, versuchte sie, sich zu motivieren. Sie hob ihren noch mehr als halbvollen Frucht-Power-Cocktail zur Seite und glitt von ihrem Barhocker. Ich muss jetzt mal was tun, erklärte sie dem Barkeeper. Ich stell dir den Drink kalt, versprach er sofort. Finola nickte und lächelte ihn an, vielleicht würde sie das Gebräu später noch zur Tarnung brauchen. Die Geräte im Hauptraum des Fitnessstudios waren fast alle besetzt. Um nicht aus der Masse herauszustechen, steckte Finola ihre Ohrhörer leicht in die Ohren und verband sie mit dem Handy, allerdings ohne Musik einzuschalten. Dann ging sie langsam zwischen den Geräten hindurch zum gegenüberliegenden Ende, wo ihr die kleine Sportskanone von der Anmeldung vorhin zwei weitere Räume gezeigt hatte. Im Linken sollte gleich ein Zumba-Kurs stattfinden, der rechte war noch bis acht Uhr frei, hatte sie gesagt. Vorsichtig öffnete Finola die rechte Tür. Tatsächlich war der Raum leer, bis auf einen Stapel Gymnastikmatten und eine kleine Musikanlage. Sie trat ein, lehnte die Tür bis auf einen Spalt an, nahm sich eine Gymnastikmatte und setzte sich so, dass sie den größten Teil des Geräteraums durch diesen Spalt im Blick hatte. Ah, da war er. In der körperbetonten Sportkleidung sah Craig Erskine völlig anders aus als im Anzug. Finola lächelte unwillkürlich. Craig Erskine hatte zwar breite Schultern und war insgesamt nicht schlecht gebaut, aber es sah ganz so aus, als trüge er einen Bauchansatz mit sich herum. Er ging zu einer der noch freien Kraftmaschinen und ließ sich darauf nieder. Eigentlich war es gar nicht so übel hier, wenn man anderen beim Workout zusah. Finola rückte ein wenig zur Seite, um Craig Erskine aus einem schrägeren Blickwinkel besser beobachten zu können. Plötzlich sah sie pink. Die Tür wurde aufgestoßen und eine Gruppe von Frauen jeder Altersgruppe strömte an Finola vorbei. »Was machst du denn hier?« fragte die Frau in pink, die als erste hereingekommen war. »Wir sollen uns doch immer vorne in der Lobby treffen und ohne Lotti darf hier sowieso keiner rein. Ähm, ich dachte, hier ist niemand und am Empfang stotterte Finola und erhob sich rasch. »Was ist denn hier für ein Auflauf? Hopp, hopp, die Damen auf die Plätze!« Ein »Sorry, ich bin neu und ich hatte das so verstanden, dass der Raum hier leer ist,« sagte Finola zu ihr. »Das heißt aber noch nicht, dass du hier einfach reingehen darfst.« Die Trainerin runzelte die Stirn. »Nur mit Lotti,« warf die Frau in pink ein. »Tut mir echt leid, Lotti,« entschuldigte sich Finola noch einmal. »Es ist nur, ich möchte gerne ein paar Übungen machen, bei denen mir niemand zusieht.« Lotti sah sie überrascht an. »Ich hatte kürzlich einen Unfall und meine Physiotherapeutin hat mir Übungen gegeben, aber die sind ein bisschen...« Finola zuckte mit den Schultern. »Kannst du die nicht zu Hause machen? Da habe ich nicht viel Platz und jetzt bin ich gerade vom Laufbahntraining so schön aufgewärmt, log Finola. Das geht im Augenblick aber nicht, weil wir hier den Rückenkurs haben. Du kannst natürlich einfach bei uns mitmachen, soweit du kannst. Lieber nicht, sagte Finola mit einem Seitenblick zu der Frau in pink, die sie böse anstarrte. Viel Spaß dann. Sie ließ die Rückenkurs Damen stehen und betrat wieder den Geräteraum. Craig Erskine trainierte immer noch an der Kraft Maschine. So wie Finola die Sache hier nach kurzem Umschauen beurteilte, würde sich eine möglicherweise verfängliche und damit für sie interessante Situation eher nach dem Training ergeben. Natürlich konnte sie nicht in die Herrenduschen gehen, aber dort würde ja auch eine andere Frau kaum hinkommen. Es war also gut für sie möglich, ganz in Ruhe in der Lobby zu warten, um zu sehen, mit wem sich ihr Objekt traf oder mit wem er Skin mit feuchten Haaren und einer Sporttasche in der Hand aus der Tür von der Umkleide kam. Es war ziemlich genau eine Stunde vergangen, seit er dort hineingegangen war. Den Anzug hatte er nach dem Training nicht wieder angezogen, stattdessen trug er Jeans und ein schlichtes dunkelblaues T-Shirt. Er kam direkt auf sie zu und ihr Herz begann zu rasen. Eilig nahm sie ihren Frucht Power Cocktail in die Hand und trank zwei große scheußlich schmeckende Schlucke. Hast du ein Vitaminwasser für mich? fragte Craig Erskine den Barkeeper und setzte seine Tasche auf dem Barhocker neben Finola ab. Die stellte erleichtert fest, dass Craig Erskine nur durstig war und sie gar nicht ansprechen wollte, weil er sich verfolgt fühlte. Sie wandte sich dennoch leicht ab, um ihm wohl unsichtbar darin herum, dass er in wenigen Zügen lehrte. Danke, sagte er und warnte sich an Finola. Kleiner Tipp, du solltest hier nur klare Getränke bestellen. Ich hab keine Ahnung, was die in diese trüben Obst- und Gemüsebrühen reinpanschen. Dann hätte ich jetzt gerne ein Gin Tonic, rutschte es Finola heraus. Gute Idee, Craig schmunzelte. Wir sollten mal mit dem Management und verließ das Fitnessstudio. Wow, er hatte tatsächlich nur mit einer einzigen Frau gesprochen, mit Finola. Der Duft von gebratenem Speck und Zwiebeln empfing Finola, als sie das Haus betrat. Laute Musik tönte aus der Richtung der Küche, irgendwas, was nach altem Hardrock klang. Finolas Magen knurrte. Kein Wunder, wenn man vom Sport kam, selbst das Zusehen machte sie hungrig. Sie zog Jacke und Schuhe aus, stellte ihre Sporttasche auf die Treppe und folgte dem Duft in die Küche. Hi Anne, das riecht ja fantastisch. Anne zuckte zusammen. Der Holzlöffel fiel ihr aus der Hand und zu Boden. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Schnell bückte sich Finola und hob den Löffel auf. Sie sah ihn zweifelnd an, als sie ein paar Katzenhaare daran entdeckte und legte ihn auf das Holzbrett neben der Spüle. Anne hatte bereits einen neuen Kochlöffel in der Hand, mit dem sie Speck und Zwiebeln in Bewegung hielt, damit sie nicht anbrannten. Schon okay, ich war so vertieft, dass ich sie nicht gehört habe. Wollen sie mitessen? Gemüsesuppe und ein bisschen Speck für obendrauf ist gleich fertig. Anne's Stimme klang ein wenig belegt und sie wandte Finola weiter den Rücken zu. War sie erkältet oder hatte sie geweint? Gerne, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Und, sind sie nun fit? Äh, naja, ich war nur da, um Craig Erskine zu beobachten. Moment, Anne stellte das Gas unter der Pfanne aus und ging hinüber zu dem altmodischen Kassettenradio, das auf der Fensterbank stand. Sie drehte die Musik leiser. schickte sie, ohne Finola anzusehen. Holen Sie sich eine Schüssel und nehmen Sie sich etwas. Mögen Sie auch ein Glas Wein? Gerne. Finola nahm zwei Suppenschüsseln aus dem Schrank und stellte sie neben den Herd. Dann deckte sie zwei Löffel und zwei Weingläser auf den Tisch. Was war mit Anne los? Als sie schließlich zusammen am Tisch saßen, sah Finola ihre Vermutung bestätigt. Annes Augen waren verschwollen. Sie hatte offenkundig mehr als nur ein Tränchen verdrückt. Der Tod eines geliebten Menschen nach so vielen Jahren Ehe musste schwer zu verkraften sein. Jetzt aber lächelte sie. Dann berichten sie mal. Und Finola berichtete. Fast alles. Nur, dass sie tatsächlich mit Craig Erskine gesprochen hatte, ließ sie lieber weg. Das hätte Anne sicher als unprofessionell angesehen. Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen, ist ja nur ein Viertel Stündchen und hab unterwegs noch eingekauft, kam sie zum Ende. Kurz bevor ich hier war, kam eine Nachricht von Amanda Erskine aufs Handy, dass ihr Mann inzwischen daheim eingetroffen sei. Also bisher sehe ich keinen Hinweis darauf, dass er fremd geht. Anne nickte. Bleiben sie trotzdem noch ein paar Tage dran. Klar, vielleicht trifft er sich ja nur einmal in der Woche mit seiner Affäre und das ausgerechnet am Mittwoch. Ich hab erst Donnerstag mit der Observierung angefangen, fügte sie erklärend hinzu. Die Küchentür ging langsam auf und ein pechschwarzes Katzengesicht schaute herein. Ah, Freddy, bist du hungrig? fragte Anne und er hob sich. Der Kater maunste und betrat die Küche, dicht gefolgt von Lachie. Du solltest nicht so lecker kochen, Annie, erklärte der. Ich bin nur noch mal hergekommen, um was aus meinem Büro zu holen, aber bei dem Duft nimm dir was, sagte Anne, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Stattdessen streichelte sie Freddy, der eng um ihre Beine strich und murmelte. Ja, mein Lieber, wir haben uns ja schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Dann öffnete sie einen der Küchenschränke, holte eine Dose Katzenfutter heraus, deren Inhalt sie in einen der Fressnäpfe gab und versorgte den Kater mit frischem Wasser. Was war hier los? Wollte Anne nicht, dass Lachy ihre verweinten Augen sah? Oder hatten die beiden am Ende gestritten? Nein, Lachy wirkte ganz wie immer und Finola traute ihm muss noch telefonieren. Achtung, falls sie raufgehen, meine Tasche steht auf der Treppe, warnte Finola. Ach ja, sie haben ja gesagt, dass sie eingekauft haben. Muss was davon in den Kühlschrank? Finola schüttelte den Kopf. Keine Lebensmittel. Ich habe im Fenster der kleinen Buchhandlung unterwegs die Neuerscheinung einer Autorin gesehen, die meine Großmutter sehr gerne liest und gleich zugeschlagen. So kann ich ihr morgen ein Päckchen schicken. Anne nickte ihr zu und verließ die Küche ohne ein weiteres Wort. Wissen Sie, was mit Anne los ist, Lachie? fragte Finola. Der schaute sie erstaunt an. Ist was mit Anne? Genau das frage ich ja, sie kennen sie doch viel länger. Mir ist nichts aufgefallen. Finola seufzte. Immerhin durfte sie nun davon ausgehen, dass die beiden nicht miteinander gestritten hatten. So gedanken abwesend, dass er einen Streit nicht bemerkte, konnte nicht einmal Lachie sein. Was machen ihre Ermittlungen? fragte Lachie zwischen zwei Löffeln Suppe. Sie laufen im Moment ausgesprochen zäh. Und ihre? Was tun sie gerade? Ich überprüfe für eine Firma die Leute, die sich um eine Führungsposition bewerben. Puh, machen ab und zu vor. Lachie wischte sich über die Stirn, auf der sich kleine Schweißperlen zeigten. Ist Ihnen nicht viel zu warm in dem Pullover? fragte Finola. Lachie sah an sich hinunter. Doch, ich wollte ja eigentlich nur. Er legte den Löffel beiseite, zog den Pullover aus und öffnete den obersten Hemdknopf. Stimmt, so ist es besser. Der ist sehr schön, ich mag die Blautöne. Danke. Lachie wirkte ein wenig verlegen, er bekam wohl nicht oft Komplimente. Sieht handgestrickt aus, wo kriegt man sowas hier in Edinburgh? Der ist selbst gestrickt. Von wem? Ein zartes Rosé breitete sich in Lachies Gesicht aus. Finola verstand plötzlich. Oh, von Ihnen? Lachie nickte verlegen. Stricken ist sehr entspannt, gut für die Feinmotorik und es verbindet die beiden Gehirnhälften. Ich kann am besten nachdenken, wenn ich stricke. Hab ich von meiner Großmutter gelernt. Meine Großmutter strickt nicht, sie beschäftigt sich allerdings mit Heilpflanzen. Auch schön. Ich lese eher zur Entspannung. Was denn? Eigentlich alles. Lachie nickte und stand auf. Er öffnete die Spülmaschine und räumte das herumstehende Geschirr ein. Dann verabschiedete er sich. Freddy folgte ihm aus der Küche, ohne Finola beachtet zu haben. Die blieb noch einen Augenblick sitzen. Schließlich aber beschloss auch sie, in ihr Zimmer zu gehen und zu schauen, ob ihr jemand gemailt hatte. Auf der Treppe begegnete sie Anne, die fürchterlich blass aussah. Geht es Ihnen nicht gut? fragte sie. Ach, es ist nichts weiter. Ich habe letzte Nacht so schlecht geschlafen und bin heute einfach müde, behauptete Anne. Wenn Sie Schlafprobleme haben, empfehle ich Ihnen Grannys Tropfen Nummer eins. Ich kann gleich ein Fläschchen holen, drei Tropfen davon in ein Glas Wasser und vor dem zu Bett gehen langsam trinken. Anne sah aus, als ob sie das Angebot ablehnen wollte, sagte aber dann, es schadet wohl nicht, die Tropfen ihrer Granny auszuprobieren, oder? Nein, ganz bestimmt nicht. Grannys Tropfen Nummer eins waren gewiss das Richtige. Sie wirkten beruhigend und schlaffördernd bei Kummer und Sorgen. Finola saß gemütlich in ihrem Zimmer auf ihrem Bett, den Rücken mit Kissen gepolstert an der Wand, den Laptop auf dem Schoß. Sie bearbeitete ein paar Fotos, die sie am Vortag in Obin aufgenommen hatte. Schade, dass sie dort so wenig Zeit gehabt hatte. Und noch bedauerlicher, dass sie Onkel Ernie nicht gefunden hatte. War dies womöglich der Grund, warum Anne so betrübt war? Hatte Amanda Erskine ihr Vorwürfe gemacht? Vielleicht hätte sie gestern doch noch weiter nachforschen müssen, wenn sie schon an dem Ort war, wo Onkel Ernie zuletzt gesehen worden war. In den Pubs der Gegend zum Beispiel. In Inver Tingle war ihr kein Pub aufgefallen. Von dort aus musste man wohl nach oben fahren, um sein Pein zu genießen. Sie hätte sich bei Dave am Green Check erkundigen können, welche Pubs am ehesten in Frage kamen. Das Diensthandy summte. Ein Anruf. Amanda Erskins Nummer erschien auf dem Display. Mist. Finola hatte keinerlei Lust, mit der echten Nichte zu sprechen und sich am Ende Vorwürfe machen zu lassen, dass sie nicht gründlich genug nach Onkel Ernie gesucht hatte. Und wenn sie einfach nicht dranging? Das Handy summte weiter. Nach einem tiefen Seufzer antwortete sie schließlich doch. Miss McTavish, gut, dass ich sie erreiche. Ich habe es schon bei Anne versucht, aber sie geht nicht ans Telefon. Gut, dann hatten Grannys Tropfen Nummer eins gewirkt und sie schlief. Mrs. Erskine, hallo, wie kann ich ihnen helfen? Unsere Ermittlungsergebnisse zu ihrem Onkel kann ich ihnen leider noch nicht mitteilen, aber es geht nicht um meinen Onkel, unterbrach sie Amanda Erskine. Craig ist verschwunden. Können sie herkommen? Jetzt gleich? Wenige Minuten später war Finola in Malcolm Scotts Wagen auf dem Weg nach Fairmilehead. Gut, dass sie nun wusste, wo die Autoschlüssel hingen. Aus Annes Schlafzimmer war kein Geräusch gedrungen, also hatte Finola auf eine Absprache verzichtet. Allzu viel hatte sie aus Amanda Erskine am Telefon nicht herausbekommen. Nur, dass ihr Mann plötzlich nach dem Abendessen angekündigt hatte, er müsse noch schnell einmal weg. Wohin hatte er nicht gesagt. Wenn sie ehrlich war, hatte Finola keine Ahnung, was nun von ihr erwartet wurde. Wenn Amanda nicht wusste, wo Craig war, konnte sie ihn schlecht beschatten. War sie also einbestellt worden, um die betrogene Ehefrau zu trösten? Es sah ganz danach aus, denn Amanda Erskine empfing sie mit verweinten Augen und einem verkniffenen Mund. Sie führte sie ins Wohnzimmer und bot ihr einen Platz auf einem der beiden Sofas an. Der schmale, niedrige Tisch mit einer unordentlich zusammengefalteten Tageszeitung The Scotsman und einem halbleeren Glas Rotwein sowie ein nachlässig über die Lehne geworfener Cardigan zeigte, dass Amanda Erskines Platz auf dem Sofa gegenüber war. Zuerst habe ich gedacht, er holt nur schnell noch eine Flasche Wein im Off-License, weil die Flasche heute Abend die letzte von der Sorte war. Und wir saßen gerade so gemütlich zusammen, aber jetzt ist er schon seit über einer Stunde weg. Amanda Erskine schluckte und sah sie auffordernd an. Um ein wenig Zeit zu gewinnen, zog Finola einen kleinen Block und einen Stift aus ihrer Tasche. Ist dies das erste Mal, dass ihr Mann so plötzlich das Haus verlässt? fragte sie. Amanda nickte. Er sagt sonst doch immer, wohin er geht. Und ist dem irgendetwas vorausgegangen? Wie meinen sie das? Gab es irgendwelche Hinweise Nein, so etwas gibt es bei uns nicht, behauptete Amanda. Nun, das kommt aber in den besten Familien vor, konnte sich Finola nicht verkneifend zu sagen. Wir haben nicht gestritten, stellte Amanda noch einmal klar. Und sie waren die ganze Zeit zusammen? Oder könnte es zum Beispiel sein, dass ihr Mann eine Nachricht bekommen hat, die ihn dann veranlasst hat? Ja, das muss es sein. Ich bin aus dem Esszimmer schon hier hervorgegangen, während Craig das letzte Geschirr in die Küche brachte. Das waren zwar höchstens zwei Minuten, aber um eine kurze Nachricht von seiner Tussi zu lesen, reichen ja Sekunden. Puh, die Frau klang ganz schön aggressiv. Sie müssen also nur schauen, wer das war, gegen halb neun. Das können sie doch sicher von den Überwachungsprotokollen des Handys leicht ablesen. Eine gewisse Befriedigung solch genaue Überwachungsprotokolle für Craig Erskins Handy? Hätte er nicht im Rahmen der Fallbesprechung davon berichten müssen? Lachie hatte gesagt, dass er nichts Verdächtiges gefunden hatte, also musste er zumindest an einige Daten gekommen sein. Ein Handy zu überprüfen war sicher viel einfacher als den Mann tagelang zu beschatten, äh, zu observieren. Aber vielleicht gab es ja keine verfänglichen Botschaften, sondern nur so was wie, viele Grüße von meiner Tante, sie hat das Buch, das du empfohlen hast, für sieben Pfund bekommen, was dann hieß, dass der nächste Treffpunkt an einem bestimmten Ort um sieben Uhr war. Was sagen sie denn dazu? Amanda Erskins ungeduldige Worte rissen Finola aus ihren Gedanken um einen versteckten Liebescode. Im Augenblick kann ich dazu gar nichts sagen. Von hier aus komme ich natürlich an keine Daten heran, aber ich werde morgen früh mit Anne sprechen und wir werden uns darum kümmern, versprach Finola. Amanda Erskine wirkte nicht besonders zufrieden und Finola setzte schnell ihre Befragung fort. Vielleicht gibt es noch etwas, was ihnen heute Abend aufgefallen ist. Ist ihr Mann zu Fuß unterwegs oder mit dem Auto? Er hat den Wagen genommen. Finola kritzelte ein kleines Auto auf ihren Erskine haben sie eine Vermutung, wohin er gefahren sein könnte? Zu seiner, zu seiner, Amanda Erskine deutete eine unerwartet obszöne Handbewegung an. Ich meine, könnte er auch woanders hingefahren sein, aus einem anderen Grund, zu einem Freund zum Beispiel. Und warum hat er dann nichts gesagt? Tränen standen in Amanda Erskines Augen. Allerdings las Finola keine Traurigkeit in ihrem Gesicht, sondern Wut. Sie wollte nicht in Craigs Haut stecken, wenn er nach Hause kam. Das Licht von Autoscheinwerfern streifte die Fenster. Da ist er, zischte Amanda. Finola sprang auf und steckte Block und Stift hastig in ihre Tasche. Gibt es einen Hinterausgang? fragte sie. Ihr Mann darf mich hier nicht sehen. Ja, kommen Sie schnell, hier raus. Amanda Erskine zeigte zu einer Glastür, die in den Garten führte, und ließ sie hinaus. Kurz bevor die Tür leise hinter ihr schloss, hörte Finola Schlüssel in der Eingangstür. Das war knapp gewesen. Nun musste sie irgendwie ungesehen durch den Garten wieder auf die Straße zu ihrem Auto, Malcolms Auto, korrigierte sie sich gelangen, das sie in einer Seitengasse abgestellt hatte. Zum Glück gab es hier ein paar schützende Rhododendron und einen Pfad zu einem kleinen Türchen, an dem sie sich vorsichtig umsah, bevor sie hinausschlüpfte. Minuten später saß sie im Auto. Unwillkürlich musste sie kichern. Was für eine schöne Theaterszene. Gibt es einen Hinterausgang? fragte die Heldin. Ihr Mann darf mich hier nicht sehen. Finola steckte den Schlüssel ins Zündschloss und wollte den Motor anlassen, als eine neue Nachricht auf ihrem Handy eintraf. Amanda Erskine. Untersuchen sie den Wagen, der Schlüssel liegt auf dem Fenster Sims vor der Küche. Na, darauf hatte sie nun wirklich gar keine Lust. Nach drei Flüchen und einem kräftigen Seufzer stieg Finola wieder aus dem Auto und bemühte sich, die Tür möglichst leise zuzudrücken. Dies war eine ruhige Wohnstraße und sie konnte sich durchaus vorstellen, dass die Nachbarn aufeinander aufpassten. Immerhin hatte sie kein Neighborhood Watch Schild gesehen, also war sie wohl einigermaßen sicher vor patrouillierenden Anwohnern. Der Autoschlüssel lag auf dem Sims vor dem Küchenfenster. Zu dumm, dass Finola keine Ahnung hatte, wo sich die Küche befand. Im schlimmsten Fall musste sie also einmal ganz ums Haus schleichen. Sie beschloss, dies gegen den Uhrzeigersinn zu tun und schwenkte nach rechts. Leider stellte sich dies als die falsche Richtung heraus, als sie an der hinteren Hausecke ankam. Auf keinem der beiden Fenstersimse hatte sie in der Dunkelheit einen Schlüssel ertasten können. Sie zögerte und betrachtete die Rückseite des Hauses. Ein Stück weiter vorn drang Licht in den Garten. Dort war das Wohnzimmer, wo Craig und Amanda Erskine wohl noch zusammensaßen. Sollte sie es wagen, daran vorbeizuschleichen? War es nicht besser, das Küchenfenster von der anderen Seite her zu suchen? Letztlich siegte Finolas Neugier. Oder ihr professionelles Interesse, wie sie es lieber nannte. Schließlich hatte sie Craig und Amanda Erskine noch nie zusammengesehen. Und vielleicht konnte sie, wenn sie einem Teil der Unterhaltung lauschte, daraus hilfreiche Schlüsse ziehen. Die Tür zum Garten stand ein Spalt breit offen, sodass das Gemurmel, je näher Finola kam, deutlicher wurde. Bitte beruhige dich, Mandy, hörte sie Craigs Stimme. Ich bin ganz ruhig, antwortete Amanda wirklich recht leise. Und ich sage dir noch mal, ganz ruhig, so kannst du mit mir nicht umgehen. Ich bin deine Frau. Das bezweifelt niemand. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Schließlich habe ich nur einem Freund geholfen. Ha, einem Freund. Hermandas Stimme wurde lauter, dann fuhr sie leise fort, wohl eher einer Freundin. Und ich kann mir auch denken, wobei. So ein Quatsch. Wenn du mir nicht glaubst, ruf Roger an. Der steckt doch ohnehin mit dir unter einer Decke. Finola warf vorsichtig einen Blick ins Wohnzimmer hinein. Amanda Erskine saß aufrecht und wie ein lebender Vorwurf auf dem Sofa. Ihr Mann stand in der Mitte des Zimmers, fuhr sich mit der Hand durch die Haare und sah genervt aus. Meine Güte Mandy, du solltest mal etwas Das ist wirklich gut. Amanda stand auf und marschierte aus dem Zimmer. Craig Erskine seufzte, ging zum Schrank und holte eine Flasche Whisky und ein Glas heraus. Er goss sich ein, nahm einen kräftigen Schluck und goss sich noch ein wenig der goldbraun Flüssigkeit nach. Dann stellte er das Glas auf den Tisch, setzte sich auf das Sofa, auf dem Finola vorhin Platz genommen hatte, griff nach langsam bis dreißig. Craig Erskine bewegte sich nicht, nicht einmal eine Seite blätterte er um. Sollte sie es wagen, vorbeizuhuschen? Nein, das Risiko war zu groß. Mit einem letzten Blick auf das Objekt ihrer Observierung begann Finola den Rückzug. Ein kühler Wind war aufgekommen und sie fröstelte. Neidisch dachte sie an Craig Erskins Glas. Ob Anne auch Whisky im Haus hatte? Einen schönen Schluck Single Malt vor dem Zu-Bett Gehen würde Finola nach diesem Einsatz durchaus zu schätzen wissen. Tatsächlich fand sie auf der anderen Seite des Hauses das gesuchte Fenster Sims und den Autoschlüssel. Nun also schnell noch einen Blick in den Wagen und dann konnte sie den Abend endlich abhaken. Sie drückte auf die Fernbedienung. Es piepste leise und die Lichter des Autos, fragte der Mann nicht irgendwo, wo es nicht so gut einsehbar war. Finola atmete tief durch und fing mit dem Kofferraum an, der bis auf Ersatzrad, Warndreieck und Verbandstasche an einer Seitenwand völlig leer war. Gut, dann war sie umso schneller fertig. Bevor sie die Fahrertüre öffnete, sah sie sich noch einmal auf der Straße um. Alles ruhig. Das Licht im Innenraum ging an und zeigte ihr ein ähnlich übersichtliches Bild wie im Kofferraum. Sitze und Fußraum vorn wie hinten waren leer. Naja, was hatte sie erwartet? Ein BH auf den Rücksitzen? Der Inhalt des Handschuhfachs war auch nicht gerade ergiebig. Das Serviceheft des Wagens, eine Parkscheibe, ein zerlesener kleiner Reiseführer mit dem Titel Lovely Agile, ein Päckchen Taschentücher. Als Finola alles wieder ordentlich zurücklegte, fiel eine Visitenkarte in den Fußraum. Finola Was machen sie denn da? rief eine Männerstimme. Finola zuckte zusammen und steckte die Karte unwillkürlich in ihre Jackentasche. Sie fluchte leise und schob sich ganz langsam rückwärts aus dem Auto. Ihr Herz raste. Alles in Ordnung, rief sie. Ich habe nur etwas gesucht. Ich rufe jetzt die Polizei, erklärte die Männerstimme. Nein, nein, es ist wirklich alles in Ordnung. Finola drehte sich um. Ein alter Herr mit einem weißen Scotch Terrier stand in einigen Schritten Entfernung. Er hielt ein Handy anruf bereit in der Hand und beäugte sie misstrauisch. Das ist aber nicht ihr Auto. Nein, das gehört den Erskins, aber meine Freundin Amanda hat mir den Schlüssel gegeben, weil ich mein Handy darin verloren hatte. Jetzt habe ich es wieder. Sehen sie? Finola zog den Schlüssel und ihr Handy aus der Jackentasche und hielt sie dem Mann wie eine Opfergabe entgegen. Der legte den Kopf schief und murmelte etwas zu seinem Hund. Der Scotty begann mit dem Schwanz zu wedeln. Ich bin auch gleich wieder weg. Finola schlug möglichst geräuschlos die Fahrertür zu. Es war nicht auszudenken, was passieren würde, wenn Craig den Klang seiner verletigte, dass der Wagen wieder verschlossen war. Werfen Sie den Schlüssel in den Briefkasten, befahl der aufmerksame Nachbar. Aber ich hatte mit Amanda ausgemacht, jetzt sofort. Nun, erwar sie, dass sie sich zu später Abendstunde mit einem alten Mann mit Hund anlegte, auch wenn der Hund eher Taschenformat hatte und äußerst freundlich aussah. Finola warf also gehorsam den Autoschlüssel in den Briefkasten. Dann fahr ich jetzt mal nach Hause, mein Handy hab ich ja wieder, sagte Finola und bemühte sich um einen unschuldigen Plauderton. Schön zu wissen, dass hier die Nachbarn aufeinander achten. Der Mann nickte und wartete, bis Finola in ihren Wagen gestiegen war. Im Rückspiegel konnte sie sehen, dass er ihr nachblickte, ohne von der Stelle zu weichen. Dann bog sie um die Ecke und atmete auf. An der nächsten günstigen Einfahrt hielt sie links am Straßenrand und zückte das Handy. Ihre Hände zitterten immer noch leicht, als sie Amanda Erskine die Nachricht schrieb, wo sie den Autoschlüssel finden würde, und dass sie, falls ein alter Herr mit Scotch Terrier fragte, bitte bestätigen sollte, dass sie einer Freundin den Schlüssel geliehen hatte, damit diese ihr Handy wieder fand. Andy zurück in die Jackentasche steckte, stieß ihre Hand an die Visitenkarte, die sie gefunden hatte. Sie zog sie heraus und las Barrett und Browning, Rechtsanwälte, Invertingle. Anne starrte auf die Visitenkarte. Invertingle. Wie kamen Craig und Amanda zu einer Karte von Anwälten in Invertingle? Und sie haben die einfach so im Handschuhfach gefunden? fragte sie Finola. Ja, antwortete die. Obwohl, schauen Sie mal hier. Sie deutete auf das obere Ende des Kärtchens. Das sieht doch aus, als wären das Abdrücke einer Büroklammer, oder? Vielleicht war die Karte auch nicht einfach so im Handschuhfach, sondern irgendwo drangeheftet. Am wahrscheinlichsten an den Reiseführer für Argyle. Invertingle liegt doch in Argyle. Anne nickte mechanisch. In ihrem Kopf rasten die Gedanken. Craig hatte eine Visitenkarte von Anwälten in Invertingle. Wie konnte das zusammenhängen? Wusste Craig am Ende mehr über Ernie's verschwinden, als er zugab? Halt! Sie hatte Craig bisher überhaupt noch nicht gefragt, ob er etwas wusste. Wie unprofessionell von ihr. Anne rieb sich die Stürm. Sie konnte die Spannung, die sich dahinter aufbaute, förmlich fühlen. Was meinen Sie dazu? hörte sie Finola fragen. Sie sah auf in das erwartungsvolle Gesicht ihrer jungen Detektivin und merkte, dass sie kein Wort von deren Theorie gehört hatte. Entschuldigung, ich war gerade etwas gedankenabwesend, gab sie zu. Ich fürchte, bekomme wieder Kopfschmerzen. Könnten Sie bitte noch einmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Finola nickte. Ich könnte mir vorstellen, also, wissen Sie was, ich hole Ihnen jetzt erstmal ein Glas Wasser und Grannys Tropfen Nummer sieben, die helfen bei Kopfweh. Finola stand auf und ging zur Tür. Sie brauchen nicht, die Einsertropfen haben doch gestern Abend auch gut geholfen, oder Musste Anne zugeben. Na also, Finola verließ das Büro. Anne schloss einen Augenblick die Augen und versuchte zu überlegen, was nun zu tun war. Auf jeden Fall musste Craig befragt werden, und zwar von ihr selbst, denn wenn sie Finola schickte, würde er sie am Ende erkennen, während sie ihn observierte. So sehr sie Craig auch mochte, er war ein Mann. Er hatte sich, soweit sie das beurteilen konnte, mit Ernie immer gut verstanden, und ihrer Erfahrung nach vermochte eine Männerfreundschaft ganz eigene Loyalitäten hervorzubringen. Es war nicht ausgeschlossen, dass Craig mit Ernie unter einer Decke steckte. Er war schließlich Banker und kannte daher sicher allerlei legale und illegale Möglichkeiten, Geld verschwinden zu lassen. Und vielleicht hatten diese Rechtsanwälte in Invertingle ja irgendwelche dunklen Geschäfte für Ernie und Craig erledigt. Ja, das passte nur zu gut. Wie Lachie sich damit einfügte, war ihr allerdings schleierhaft. Aber Amanda hatte erzählt, dass Craig sich in der letzten Zeit verändert hatte. Vielleicht steckte ja gar keine Frau dahinter, sondern eine größere Geldsumme. Hier, bitteschön, ich habe die Tropfen schon hineingegeben. Anne zuckte zusammen, sie hatte Finola nicht zurückkommen Dankbar griff sie nach dem Glas Wasser, das Finola ihr reichte, und trank ein paar kleine Schlucke. Also, um auf meine Idee zurückzukommen, vielleicht ist ja Ernie gar nicht hauptsächlich wegen Baby Jean in Invertingle gewesen. Möglicherweise hatte sein Besuch an der Westküste ja mit Craig und diesen Anwälten zu tun, und das mit der Gartenfreundin war eher eine passende Beigabe. Das kam Anne's Gedanken gefährlich Um nicht sofort antworten zu müssen, nahm sie ein paar weitere Schlückchen, bevor sie das Glas auf ihrem Schreibtisch abstellte. Also, soll ich nun noch einmal nach Invertingle fahren? fragte Finola. Nein. Fast erschrak Anne selbst über ihren harschen Ton. Finola sah sie überrascht an. Die Rechtsanwälte übernehme ich persönlich, erklärte Anne. Sie kümmern sich weiter um ihren Auftrag und observieren Craig Erskine. Und zwar nicht nur, ob er fremd geht, sondern auch, welche anderen Kontakte er hat. Und überhaupt, ich erwarte detaillierte Berichte. Sie griff wieder nach dem Wasserglas und leerte den Rest in einem Zug. Ach ja, und finden sie heraus, wie genau Craig und Amandas Onkel zueinander standen. Finden sie heraus, wie genau Craig und Amandas Onkel zueinander standen, hatte Anne gesagt. Finola seufzte und nahm ihren mittäglichen Beobachtungsposten am St. Andrew Square ein. Dieses Mal hatte sie ihr aschblondes Haar unter einem im Nacken geknoteten schwarzen Tuch verborgen. Ein paar schwarze Kunsthaarsträhnen ragten als überlanger Pony darunter heraus und dicke Kajalbalken um die Augen veränderten ihr Aussehen vollends. Sie war in ihren schwarzen Klamotten aber immerhin hatte Craig Erskine sie so noch nicht gesehen und würde sie nicht wiedererkennen. Zudem passte die Farbe gerade zu ihrer Stimmung. Anne war heute Morgen so seltsam gewesen und Finola hatte das Gefühl, dass daran nicht nur ihre Kopfschmerzen schuld waren. Irgendetwas anderes ging in ihrer Chefin vor. Irgendetwas, was dazu geführt hatte, dass sie Finolas schönen Plan erneut in Invertingel nachzuforschen so vehement abgelehnt hatte. Als Lachie gekommen war, hatte sie sich nach einer äußerst kurzen Begrüßung in ihr Büro zurückgezogen und die Tür geschlossen. Seltsam. Nun, andererseits war das vielleicht auch gar nicht so spektakulär, wie sie es empfand, schließlich kannte sie sowohl Anne als auch Lachie erst wenige Tage. Das Wetter zeigte sich heute nicht von seiner angenehmen Seite. Der Herbst kündigte sich mit wiederholtem Nieselregen und Windböen an. Immerhin kannte Finola Craig Erskins Mittagsroutine und hatte, wie sie fand, ein ziemliches Geschick entwickelt, ihm zu folgen. Heute war er wieder mit Dan und Jess unterwegs. Allerdings folgte er den beiden nicht in die Sandwich-Bar in der Rose Street, sondern setzte seinen Weg allein fort. Finola beschleunigte ihren Schritt, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Was hatte er vor? Traf er sich nun endlich mit seiner Geliebten? Im Gehen fummelte sie ihr Handy aus der nietenbesetzten Brusttasche ihrer Lederjacke. Möglicherweise würde sich gleich die Gelegenheit ergeben, einen Beweis zu fotografieren. Jetzt bog er in einiger Entfernung um die Ecke und Finola musste sich durch eine Gruppe asiatischer Touristinnen schieben, um um folgen zu können. Als sie endlich in die Seitenstraße spähte, war Craig Erskine nirgends zu sehen. Mist! Verfall nicht in Panik, ermahnte sie sich selbst. Wenn er nicht gerannt ist, und warum sollte er, muss er irgendwo reingegangen sein. Also atmete sie einmal tief ein und aus und begann die Straße entlang zu schlendern und dabei in die Fenster der Geschäfte zu schauen. Sie wurde schnell fündig. Craig Erskine saß gut sichtbar hinter einer großen Glasscheibe beim Friseur. Fenola überquerte die Straße, um auf der anderen Seite zu warten, bis er wieder herauskam. Sie fand einen Hauseingang, der sie ein wenig vor dem Wind schützte und ihr eine gute Sicht auf den Friseurladen bot, wenn auch leider nicht hinein. Das war andererseits auch nicht nötig. Selbst wenn der Mann sich eine Friseurin angelacht hatte, würde Fenola hier und jetzt wohl kaum die Möglichkeit bieten, kompromittierende Fotos zu machen. Sie seufzte. Irgendwie waren diese Mittagsobservierungen ziemlich vertane Zeit, schien es ihr. In einer Dreiviertelstunde etwas zu essen und schnell noch eine Geliebte zu treffen, konnte nicht unbedingt erfüllend sein und war daher wenig wahrscheinlich. Wenn Amanda Erskine nicht darauf bestehen würde, dass sie beobachtete, hätte Fenola tagsüber Zeit, andere Nachforschungen anzustellen. Zum Beispiel zu Barrett und Browning. Obwohl, das konnte sie hier ja auch tun, wozu gab es im Stadtzentrum freies WLAN? Und es war sogar unauffälliger, das Handy anzustarren, als die Tür des Friseurs gegenüber. Barrett und Browning erwies sich als Anwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt Familienrecht, bot auf der Website jedoch auch Dienste in den Bereichen Landbesitz und dazugehörige Rechte sowie Heraldik und Erwerb schottischer Adelstitel an. Lady Finola, Countess of Somewhere or Other. Gab es wirklich Leute, die sich einen schottischen Adelstitel kauften? Was so etwas wohl kostete? Noch während Finola im Internet nach dieser interessanten Information fahndete, sah sie aus dem Augenwinkel, dass Craig Erskine wieder auf die Straße trat. Sein Blick traf sie und schien einen Moment lang zu verharren. Sie zuckte zusammen und beugte sich tiefer über ihr Handy. Natürlich konnte er sie nicht von einem der letzten Tage wiedererkannt haben, aber ihre Goth-Verkleidung war nun wohl verbrannt, wie man so sagte. Schade, sie hatte sich heute sehr wohl darin gefühlt, ein bisschen wie früher als Teenager, als sie ihre Mutter mit den schwarzen Klamotten und ihrem Make-up provozieren konnte. Langsam setzte sie sich in Bewegung und folgte Craig Erskine in größerem Abstand. Aber es gab keine aufschlussreichen Beobachtungen mehr. Er kaufte sich ein Sandwich und aß es auf dem Rückweg zur Bank. Er traf niemanden, telefonierte nicht und verhielt sich schrecklich langweilig. Zum Glück war er immerhin angenehm anzusehen, auch jetzt mit dem neuen, besonders seitlich und hinten kürzeren Haarschnitt. Ob die Haare sich dort doppelig anfühlten oder doch eher weich? Nein, diese Gedanken waren nicht zielführend. Sie hatte auch Wichtigeres zu tun, jetzt, wo das Objekt ihrer Observierung wieder sicher in der Bank weilte. Herauszukriegen, was es mit Barrett und Browning in Invertingle auf sich hatte, zum Beispiel. Obwohl das ja eigentlich Anne selbst übernehmen wollte. Aber andererseits hatte sie ihr den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie Ernie und Craig zueinander standen. Das alles ließ sich nicht so einfach trennen. Warum interessierte Anne auf einmal die Verbindung der beiden Männer? Und warum konnte sie die Frage nicht selbst beantworten? Sie kannte sie doch seit Jahren persönlich. Aber vielleicht war genau das das Problem. Sie hatte nicht genug Abstand, um neutral zu urteilen. Verdächtigte sie Craig Erskine etwas über Ernie's verschwinden zu wissen, was er nicht preisgab? Hatte der untreue Craig am Ende gar nichts mit einer anderen Frau, sondern ein Geheimnis mit seinem angeheirateten Onkel? Eines, das mit Barrett und Browning in Invertingle zu tun hatte? Nun, Finola hatte schon eine Idee, wie sie mehr über diese Seite von Craig Erskine herausfinden konnte. Mrs. B hatte schließlich gestern erzählt, dass sie auch bei den Erskins putzte. Und Mrs. B schien eine reiche Quelle des Wissens zu sein, deren Telefonnummer praktischerweise an Ens Kühlschrank geheftet war. Allzu viel Zeit blieb Finola nicht, um nach Hause zu fahren, sich umzuziehen, abzuschminken, neu zu stylen, Mrs. B auszufragen und pünktlich zum Dienstschluss wieder die Bank im Blick zu haben. Zum Glück erreichte sie Mrs. B am Telefon sofort. Ohne große Umstände fragte sie direkt, ob sie sich noch ein bisschen mit ihr unterhalten könnte, weil sie gestern ja leider so wenig Zeit gehabt hatte. Kommen Sie doch vorbei, lud diese sie ein. Das war gut. Im direkten Gegenüber war es immer einfacher, Informationen zu bekommen und dabei die Körpersprache in die Deutung mit einzubeziehen. Die Beauchamps wohnten glücklicherweise nicht allzu weit entfernt am Südende von Morningside in der Nähe des Friedhofs und Mrs. B öffnete so schnell auf Finolas Klingeln, dass ihre Neugier nicht zu verleugnen war. Sie führte sie in eine gemütliche Küche, wo sie schon den Tee gerichtet hatte. Zu Finolas Freude stand ein Tellerchen Shortbread Rounds bereit, die selbst gebacken aussahen. Geordi, wir haben Besuch, rief Mrs. B laut, woraufhin ein weißhaariger Mann die Küche betrat. Er begrüßte Finola freundlich, murmelte etwas von »noch zu erledigen« und verschwand nach einem kurzen Griff zum Shortbread Teller wieder. Mrs. B seufzte. Er brütet über dem Gartenkatalog, erzählte sie. Obwohl wir selbst ja leider nur einen winzigen Garten haben, aber Anne Scott hat kürzlich etwas von einem kleinen Biotop erwähnt, Sie zuckte mit den Schultern und bot Finola einen Platz an. Dann ist ihr Mann auch ein Hobbygärtner, so wie Ernie Gibson? Besser konnte sich das Gespräch eigentlich nicht anlassen. Oh nein, erklärte Mrs. B. Mr. Gibson ist ein ganz anderes Kaliber, der ist sozusagen ein professioneller Hobbygärtner, der reist ja auch immer überall herum und besucht irgendwelche Gartenfreunde und Botaniker. Das klang nicht besonders wertschätzend. Dann haben die beiden sich also nicht so häufig ausgetauscht? Wo denken Sie hin? Mr. Gibson hat doch meinen Geordi gar nicht ernst genommen. Dabei kennt er sich besonders mit Rosen ganz hervorragend aus. Er ist nur eben kein solcher Schaumschläger wie Sorry, das ist mir jetzt so rausgerutscht, aber man soll ja über Abwesende nicht schlecht sprechen. Den Spruch kannte Finola ein wenig anders. Man soll über Tote nicht schlecht sprechen, fuhr es ihr durch den Kopf. War das etwa die Erklärung für Ernie Gibsons Verschwinden? War ihm etwas zugestoßen? Mr. Gibson ist ja im Grunde ein sehr netter Mann, plauderte Mrs. B. weiter. Er kann unglaublich charmant sein, und ich glaube, er kommt damit bei vielen Frauen sehr gut an. Und um Amanda kümmert er sich immer schon sehr. Sie ist nämlich sein Patenkind. Gerade deshalb verstehe ich nicht, wieso er sich nicht meldet. Es sei denn, er hat wieder einmal etwas angestellt. Etwas angestellt? Mrs. B. zuckte zusammen. Habe ich das gesagt? Finola nickte. Mrs. B. biss sich auf die Lippen. Also eigentlich, sprach sie dann weiter, eigentlich wissen sie das ja wahrscheinlich ohnehin, weil sie doch für Ann Scott arbeiten. und vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber einmal, vor ein paar Jahren, da ist er auch tagelang verschwunden, weil irgend so ein Geldverleiher hinter ihm her war. Hatte beim Glücksspiel verloren. Sie schüttelte missbilligend den Kopf. Da lebte aber sein Bruder noch. Für den habe ich auch gearbeitet, na, eigentlich zuerst für seine Frau, bis die dann diesen Engländer kennenlernte und ihre Familie im Stich ließ. Also John Gibson und Malcolm Scott haben Ernest Gibson dann wohl irgendwie ausgeholfen, habe ich gehört. Die drei waren ja immer total dicke, aber das ist wirklich schon lange her. Und eigentlich kann man das Ernest Gibson auch nicht mehr anlasten, nach all den Jahren. Meinen sie nicht auch? Interessant, was so eine Haushaltshilfe alles mitbekam. Finola beschloss, sehr genau darauf zu achten, was sie sagte, wenn Mrs. B. im Haus war und was in ihrem Zimmer sichtbar herumlag. Andererseits war es für ihre Zwecke gerade sehr praktisch, mit solchen Informationen versorgt zu werden. Nein, natürlich nicht, stimmte Finola zu. Wir sollten da keine Vorurteile hegen. Vielleicht meldet Mr. Gibson sich nur nicht, weil sein Handy kaputt gegangen ist und er es noch Ja, oder er hat es noch nicht einmal bemerkt. Meine Freundin Rosie hatte kürzlich, aber das ist eine ganz andere Geschichte, unterbrach sich Mrs. B. selbst. Noch eine Tasse Tee? Sehr gerne. Nun war die Gelegenheit von Ernie zu Craig überzuleiten. Sie haben erzählt, dass Mr. Gibson sich so nett um Amanda kümmert. Das ist eine schöne Seite von ihm, denn sonst hat sie wohl keine Familie mehr, nur noch ihren Ehemann, oder? Ja, die Arme, die Mutter lebt zwar noch irgendwo da unten in England, doch es gibt kaum Kontakt. Aber Craig Erskine, der ist ein Schatz, da hat sie einen guten Griff getan. Meinen sie? Ein rosa Schimmer schien Mrs. B's Wangen zu überziehen. Na, ein Banker und dazu noch so gut aussehend. Aha, da war also noch jemand dem Scham des Untreuen Craig erlegen. Finola lächelte und beugte sich ein wenig näher zu Mrs. B. Dann ist das also eine glückliche Ehe? fragte sie in vertraulichem Ton. Aber natürlich! Mrs. B. schien überzeugt und hinsichtlich Amandas Befürchtungen völlig ahnungslos. Und kommen Ernest Gibson und Craig Erskine gut miteinander aus? wechselte Finola leicht das Thema und nahm sich noch eines der hervorragenden Shortbread Rounds. Ich denke schon. Wieso fragen sie das? Mrs. B. runzelte die Stirn. Mist, sie schien zu merken, dass Finola sie aushorchte. Na, Väter sind manchmal etwas schwierig, wenn es um einen Schwiegersohn geht, das kenne ich nur zu gut. Und Ernest Gibson ist ja wohl fast wie ein Vater für Amanda. So hat Anne das zumindest angedeutet, sagte Finola schnell. Da mögen sie im Allgemeinen Recht haben, aber in diesem Fall kann ich ihnen versichern, dass die beiden Männer sich sehr gut verstehen. Aber nun genug über fremde Leute. Erzählen sie mir von sich? Aus welcher Ecke Schottlands kommen sie? Ich höre ein bisschen Glasgow oder Westküste in ihrer Stimme. Ja, ich habe länger in Glasgow gelebt und zuletzt auf der Isle of Sky. Aber jetzt, sie sah auf ihre Armbanduhr und setzte eine erschrockene Mine auf, muss ich leider schon wieder los. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich bin ja noch ganz neu in Edinburgh und kenne kaum jemanden. Da ist es schön, sich mal unterhalten zu können. Sie stand auf. Oh, wie schade, aber ich nehme an, sie haben noch zu arbeiten. Ich wüsste zu gern, aber natürlich müssen sie Diskretion wahren. Mrs. B zwinkerte. Kommen Sie einfach wieder vorbei, ich bin nachmittags meistens zu Hause und wir sehen uns dann wohl ohnehin am Freitag. Freitag. Für Freitagmorgen musste sie sich unbedingt den Wecker stellen, um vor Mrs. B's Putztour aufzustehen und etwas Ordnung zu machen. Finola verabschiedete sich herzlich, auch von Mr. B, der natürlich von seiner Frau herbeizitiert wurde, und machte sich auf den Weg zur nächsten Bushaltestelle. Sie hatte eine ganze Menge Informationen bekommen, die sie nun unterwegs zum St. Andrews Square im Kopf sortieren musste. Wie zuverlässig diese Infos waren, konnte sie allerdings schlecht einschätzen. Die Geschichten über Ernest Gibson schienen glaubhaft, aber mit der glücklichen Ehe von Amanda und Craig Erskine machte sich Mrs. B etwas vor. Ein glücklich verheirateter Mann ging nicht fremd, und eine glücklich verheiratete Frau schickte ihrem Mann keine Privatdetektivin auf den Hals. Der Signalton ihres Diensthandys ertönte, als sie gerade im Bus die Treppe nach oben stieg. Sie setzte sich auf den nächsten freien muss heute angeblich Überstunden machen, wird nicht vor sieben rauskommen. Morgen hat er frei, keine Beobachtung nötig, wir sind zusammen. Nicht vor sieben, ob das stimmte? Oder verließ er wie gewohnt die Bank und nutzte die zwei angeblichen Überstunden anderweitig? Wäre eine gute Möglichkeit. Finola starrte aus dem Busfenster, gegen das der nun einsetzende Regen schlug. Es würde ungemütlich werden, wenn Craig Erskine tatsächlich länger arbeitete und sie vor der Bank warten musste. Aber morgen hatte sie dafür frei. Das gab ihr die Gelegenheit, noch einmal nach Invertingle zu fahren. Anne konnte nicht wirklich etwas dagegen haben, wenn es den Fall weiter brachte. »Hello, Craig«, meldete sich Anne. »Schön, dass ich dich erreiche.« Sie stellte das Telefon auf Lautsprecher und Griff nach Cooley und Notizblock. »Ist etwas mit Ernie?« Craigs Stimme klang besorgt. »Hat deine Detektivin ihn gefunden? Weiß Amanda Bescheid? Bisher noch nicht, also, ich meine, bisher haben wir ihn nicht ausfindig gemacht. Ich wollte dich aber nun doch einmal direkt und ohne ihr beisein fragen, ob du vielleicht irgendetwas weißt. Anne schrieb den Namen Craig auf ihren Block und begann die Linien immer wieder nach zu ziehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo Ernie sein könnte. Und ehrlich gesagt finde ich Amandas Aktion etwas übertrieben. Der Mann ist schließlich erwachsen und kann machen, was er will, ohne sich jedes Mal bei seiner Nichte abzumelden. Ja, natürlich, aber ich würde Amanda doch gerne beruhigen. Das wäre nicht schlecht. Craig schien zu seufzen. Hast du vielleicht eine Ahnung, ob ihn etwas bedrückt hat oder sonst wie beschäftigt, setzte Anne noch einmal an. Mir ist nichts aufgefallen. Er hat in Invertingle eine Frau besucht. In Invertingle? Kennst du den Ort? Ich höre zum ersten Mal davon. Anne biss sich auf die Unterlippe. Konnte sie ihm glauben? Er war dort auch bei den Rechtsanwälten Barrett und Browning, behauptete sie ins Blaue hinein. Auch noch nie gehört. Aber warum geht er in einem fremden Ort zu fremden Anwälten? Genau das frage ich mich auch. Sorry Anne, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich muss jetzt auch Schluss machen, bin noch in der Bank. Wir haben ja eine größere Sache zu klären. Aber es ist fast sieben. Machst du Überstunden? Das wusste ich nicht, sonst hätte ich dich natürlich nicht gestört. Schon okay, sagte Craig. Eine Stimme im Hintergrund fragte etwas, eine Frauenstimme, wie es Anne schien. Leider konnte sie nur den Tonfall hören, aber kein Wort verstehen. Moment Maggie, ich komme gleich. Anne, wir sind ja auch fertig, oder? Brauchst du noch was? Nein, nein, alles gut, entschuldige die Störung. Bye. Bye. Es klickte in der Leitung. Anne blieb mit einem unbefriedigten Gefühl zurück. Nicht wegen dieser Maggie. Wenn sie den Namen aus der Akte richtig erinnerte, war das tatsächlich eine Arbeitskollegin. Und Finola würde es ja sehen, falls die beiden sich nicht in der Bank aufhielten, darum musste sie sich nicht selbst kümmern. Das unbefriedigende Gefühl betraf immer noch Ernie, die Verbindung nach Invertingle und zu Barrett und Küste und die dort ansässigen Anwälte nicht kannte, war sie keinen Schritt weiter gekommen. Im Grunde gab es nur eines. Sie musste gleich morgen früh selbst nach Invertingle fahren. Anne trug das graue Business Kostüm, das sie sich nach Malcolms Tod zur Wiedereröffnung der Detektei gekauft hatte. In einem solchen Kostüm mit weißer Bluse und den dezenten Perlenohrringen wurde man ernst genau das brauchte sie, wenn sie die Anwaltskanzlei unter die Lupe nahm. Bis Sterling konnte sie auf der Autobahn fahren, danach waren die Meilen deutlich langsamer zurückzulegen. Lieber wäre sie mit dem Zug gefahren, was bis Oben über Glasgow eigentlich bequem möglich gewesen wäre. Aber das hätte zu lange gedauert. Und natürlich war es ohne fahrbaren Untersatz kompliziert, von Oben nach Invertingal zu gelangen. Manchmal musste das Autofahren eben sein. Am Loch Urn, wo die A84 in die A85 mündete, fiel ihr ein, dass sie statt ihres kleinen knallroten Flitzers besser Malcolms unauffälligen Dienstwagen hätte nehmen sollen. Aber jetzt war es zu spät. Immerhin hatte sie noch Zeit, sich eine passende Hintergrund Geschichte auszudenken, in die auch ihr wenig seriöser Wagen passte, falls sie darauf angesprochen werden sollte. Finolas Beschreibung von Invertingal erwies sich als akkurat. Es war eine dieser kleinen Ansammlungen von Häusern, die man ihrer Meinung konnte. Erstaunlich, dass sich hier eine Anwaltskanzlei befand. Barrett und Browning war leicht zu finden. Ein glänzendes Messing Schild prangte am einzigen wirklich groß zu nennenden Haus, das direkt an der Straße stand. Anne fuhr zunächst vorbei und parkte ihren Wagen ein Stück weiter in einem Seitengässchen. Dann zog sie ihre bequemen Sneakers aus und ein paar elegante schwarze Pöms an und nahm ihre Handtasche vom Beifahrersitz. Sie atmete einmal tief durch und schlenderte zurück zur Anwaltskanzlei. Ihr Klingeln schien niemand zu hören, im Haus rührte sich nichts. Das durfte nicht wahr sein. War sie etwa drei Stunden umsonst hierher gefahren? Sie klingelte noch einmal und lauschte. Da waren das nicht Schritte? Tatsächlich öffnete eine Frau in den Sie sah erschrocken aus und versuchte schnell mit einem Bleistift ihr Haar zu einem lockeren Knoten festzustecken. Ja, bitte? Guten Morgen, ich komme in einer Familienangelegenheit. Das war ja nicht ganz gelogen, fand Anne. Oh, äh, Mr. Barrett ist diese Woche verreist und ich, also, kommen Sie doch erst mal herein, darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee? Ich kann Ihnen aber auch einen Büro, das Anne's eigenem recht ähnlich sah. Auf der einen Seite des großen Schreibtisches stapelten sich Aktenmappen. Allerdings schien es sich hier um tatsächliche Fälle zu handeln und nicht um Attrappen wie bei ihr in der Detektei. Ein weiterer Tisch mit einem PC stand an der Wand. Auch dort lagen Akten. Ein Moment bitte, nehmen Sie doch Platz, ich bin gleich wieder da. Bevor Anne nachfragen konnte, ob den Stadt des Abwesenden Mr. Barrett Mr. Browning zu sprechen war, war die Frau verschwunden, kam jedoch überraschend schnell mit zwei Kaffees zurück. Ich hatte gerade eine Kanne gekocht, erklärte sie, und reichte Anne eine Tasse. Ich bin Elizabeth Browning, bitte entschuldigen Sie meinen Aufzug, eigentlich ist die Kanzlei heute geschlossen, mittwochs kümmere ich mich immer um die Akten und den Verwaltungskram. Anne nahm ihren Kaffee entgegen, verzichtete auf Milch und Zucker und registrierte erleichtert, dass sie einem Fettnäpfchen entgangen war. Anne Scott stellte sie sich vor. Ich komme als Witwe und Erbin von Malcolm Wallace Scott. Und in welcher Angelegenheit? Ich führe nun seine Geschäfte weiter. Miss Browning runzelte die Stirn. Der Name sagt mir leider gar nichts. Es muss sich wohl um einen Mandanten meines Onkels handeln. Ich meine Mr. Barrett. Moment, ich schaue einmal nach. Sie wechselte den Platz und tippte etwas in die Computertastatur. Aus ihrem Blickwinkel konnte Anne nicht erkennen, welche Information auf dem Bildschirm erschien, aber sie schien Miss Browning nicht zufriedenzustellen. Als sie sich wieder an den Schreibtisch setzte, waren ihre Stirnfalten noch tiefer geworden. Das ist seltsam, ich finde den Namen Scott nicht im System. Sind Sie sicher, dass ihr verstorbener Gatte die Dienste unserer Kanzlei in Anspruch genommen hat? So hat er es mir gesagt, und ich habe ja auch dies hier. Anne zog die Visitenkarte, die Finola in Craigs Auto gefunden hatte, aus der Handtasche und schob sie über den Schreibtisch. Miss Browning sich mit uns in Verbindung zu setzen, es dann aber nicht mehr tun konnte, weil er Sie sagten, sie seien Witwe? Sie sah Anne an. Das könnte möglich sein. Er starb bei einem Verkehrsunfall. Anne atmete tief durch und fuhr fort. Dann müsste aber sein Freund und Partner die Angelegenheit weiter betrieben haben. Könnten Sie bitte noch einmal nachschauen? Gibson, Ernest. Miss Browning nickte und zog erneut ihren Computer zur Rate. Als sie sich Anne wieder zuwandte, runzelte sie die Stirn. Es tut mir wirklich sehr leid, ich finde hier auch keinen Ernest Gibson. Um was für eine Angelegenheit ging es denn? Um die Investition einer größeren Geldsumme, behauptete Anne. Also ländlicher Grundbesitz nehme ich an. Dafür bin tatsächlich in der Kanzlei ich zuständig. Mein wie ich schon sagte, der Name Malcolm Scott sagt mir nichts und Ernest Gibson auch nicht. Tut mir sehr leid, dass ich ihnen nicht helfen kann. Anne schwieg. Miss Browning wirkte nicht so, als ob sie etwas verbergen wollte. Wenn sie aber tatsächlich weder Mel noch Ernie kannte, was war dann mit der Visitenkarte? Würden sie bitte noch einmal schauen, ob sie dann vielleicht den Namen Erskine finden? Erneut befragte Miss Browning den Computer. Erskine, ja, hier hab ich was. Erskine Georgia, eine Mandantin von Mr. Barrett. Anne kannte keine Georgia Erskine, aber vielleicht konnte sie herausfinden, ob sie etwas mit Craig zu tun hatte. Ah, dann war es sicher Mr. Barrett, der sie bei der Erbschaftsangelegenheit vertreten hat, oder bei der Scheidung. Das war jetzt sehr wild geraten, aber was sonst blieb Anne übrig? Miss Browning warf einen erneuten Blick auf den Bildschirm. Bei der Scheidung vor eineinhalb Jahren. Treffer. Nur das Datum passte überhaupt nicht. Außerdem, soweit sie wusste, war Craig vor seiner Ehe mit Amanda nie verheiratet gewesen. Ob sie mehr herausfinden konnte? Dann müsste aber auch Craig Erskine bei ihnen verzeichnet sein, behauptete sie. Oder möglicherweise Amanda? fügte sie schnell noch hinzu. Miss Browning tippte noch einmal auf der Tastatur herum, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, der Ex-Ehemann heißt ja Cameron und andere Vornamen zu Erskine finde ich in unserem System nicht. Ein Verwandter? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Anne konnte natürlich nicht jeden aus Craigs Familie kennen. Möglicherweise ein weitläufiger Cousin. Aber wie war Craig dann an die Visitenkarte gekommen? Wenn Barrett und Browning die Frau dieses anderen Mr. Erskine vertreten hatte, würde der Ehemann wohl kaum die Karte des gegnerischen Anwalts weitergeben. Das verstehe ich nicht. Anne schüttelte den Kopf. Tut mir leid, dass ich ihnen in dieser Angelegenheit so gar nicht weiterhelfen kann. Aber vielleicht bin ich in der Lage, etwas anderes für sie zu tun, unterbrach Miss Browning Anne's Gedanken. Jagd oder Fischereirechte zum Beispiel. Anne schüttelte leicht den Kopf und trank ihren Kaffee aus. Sie war sich so sicher gewesen, dass sie hier mehr über Mel erfahren würde. Darf ich noch fragen, wer unsere Kanzlei ihrem Mann empfohlen hat? Wissen sie das? Wir sind ja eher klein und Invertingle ist nun auch nicht gerade der Nabel der Welt. Aber das Haus gehört meinem Onkel seit Generationen und von oben aus ist es doch sehr leicht hierher zu kommen, auch für unsere Mandanten von den Inseln. Und es gibt keine auf. Eine Bekannte von Ernest Gibson, die in Invertingle lebt. Jean Barlow. Ah ja, Miss Barlow kenne ich natürlich. Das freut mich aber, dass sie mit uns zufrieden ist und uns weiterempfiehlt. Sie ist, so wie ich gehört habe, eine große Gartenfreundin. Oh ja, Miss Barlow hat einen wunderschönen Garten. Sie steht damit sogar im Handbuch Gardens of Scotland. Samstags kann man ihren Garten übrigens auch besichtigen, von April bis Oktober, glaube ich. Miss Browning war sichtlich stolz auf ihre Mandantin. Das ist ja interessant. Sehen Sie, ich habe auch einen Garten, allerdings ist mir die Arbeit zu viel, deshalb habe ich schon lange einen Gärtner, der mir hilft. Pflegt Miss Barlow den Garten ganz alleine? Das war zwar ein wenig gelogen, weil ihr eigener Garten kaum war, konnte sie zumindest noch versuchen, mehr über Ernie's Techtel Mechtel zu erfahren. Ein Gärtner hat Miss Barlow nicht, aber Miss Browning lehnte sich ein wenig zu ihr. Sie findet immer wieder helfende Hände für ihr Schmuckstück. Sie ist ja auch nicht unattraktiv, da stehen die etwas reiferen Männer förmlich Schlange. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Gartenfreunde den Aber es kam Anne vor, als ob sich eine Spur von Bitterkeit in diesem Lachen verbarg. Oder war es Verachtung? Jean Barlow Hatte Finola wirklich alles aus ihr heraus geholt, was sie wusste? Vielleicht sollte sie sich diese Baby Jean lieber selbst einmal ansehen. Finola gähnte, als sie in Oban aus dem Wagen stieg. So viel frische Luft nach der langen Fahrt musste von ihrem Körper erst einmal verarbeitet werden. Sie kreiste ein paar Mal ihre Schultern und machte sich auf den Weg zum Treffpunkt. Noch gestern Abend, während sie sich in Sichtweite der Bank die Beine in den Bauch gestanden hatte, dieser verflixte Craig hatte tatsächlich Überstunden gemacht, und zwar sogar noch länger als Maggie, nämlich bis fast halb acht, hatte sie ein Fake-Profil auf der Gartenfreunde-Seite angelegt, auf der Uncle Ernie seine Baby Jean gefunden hatte. Rose Miller, Studentin aus London, unterwegs in den Highlands, um sich selbst zu finden. Ein Foto hatte sie ein wenig später am Abend noch eingestellt, als sie ihre Verkleidung ausprobiert hatte. Denn auf das Angebot, im Umkreis von Oban kostenfrei Gartenarbeit zu leisten, war Jean Barlow sofort eingegangen. Ein wenig nervös sah Finola die Straße entlang, auf der Miss Barlow aus Invertinger kommen und sie abholen würde. Sie strich über ihre geflochtenen Zöpfe, über die sie ein buntes Kopftuch nach Piratenart gebunden hatte. Die verdeckte Stirn, die silberrandige Brille und das geschickte Make-up würden hoffentlich verhindern, dass Miss Barlow in Rose Miller die Nichte von Ernest Gibson erkannte, die sie am Sonntag aufgesucht hatte. Die weite Jeans-Latzhose bunte Ringelshirt würden das ihre dazutun. Die meisten Menschen vergaßen ja glücklicherweise Leute, die für sie unwichtig waren, sofort wieder. Schnell steckte sie noch ein Kaugummi in den Mund. Da! Ein Auto hielt, die Fahrerin ließ das Fenster herunter und fragte Rose Miller? Ja! Kaugummi kaunt und mit eckigen Bewegungen stieg Finola ein. Großartig, dass ich in ihren Garten kann, erklärte Akzent. Ich habe gerade angefangen, mich furchtbar zu langweilen. Ich muss noch bis zum Wochenende warten, bis meine Freundin kommt und wir zusammen weiter reisen. Aber so viel hat Owen nun auch nicht zu bieten. Und ich kann ja nicht immer nur im Hostel rumhocken. Miss Barlow wendete und fuhr Richtung in The Tingle. Ich freue mich, dass mir jemand hilft. Der große Garten ist doch sehr viel Arbeit und ich habe im Augenblick ein Rückenproblem. Sie heftete die Augen auf die Straße und sah Finola nicht genauer an. Gut. Kein Problem, ich kann ja mit dem Kram anfangen, für den man sich bücken muss, bot Finola an. Sie kennen sich aus Rose? Ich darf doch Rose sagen? Aber klar doch. Meine Eltern haben auch einen Garten, fabulierte Finola. Und ist richtiggehend Meditation. Hoffentlich entging es Miss Barlow, dass sie nicht wirklich Ahnung von Gartenarbeit hatte. Sie bogen über ein kleines Gässchen seitlich in das Grundstück ein und hielten im Carport. Brauchen sie noch etwas oder wollen sie gleich anfangen? fragte Miss Barlow beim Aussteigen. Gleich anfangen. Sich erst mal einen Überblick verschaffen. Das heißt, ich müsste vorher noch mal zur Toilette. Ich zeige ihnen, wo alles ist. Sie können gerne nachher auch zwischendurch in die Küche kommen und sich einen Tee machen. Auf ein solches Angebot hatte Finola gehofft, denn sie hatte nicht wirklich Lust, den ganzen Tag mit Gartenarbeit zu verbringen. Und natürlich konnte sie nur etwas herausfinden, wenn sie mit Miss Barlow sprach oder sich im Haus umsah. Uncle Ernie war hier gewesen, klar. Aber ob es bei Baby Jean auch Spuren von Craig gab? Zunächst verschwand Finola also im Gästebadezimmer, das sich insofern als interessant erwies, als im Spiegelschrank ein angebrochenes Paket Herrenrasierer und eine Dose Rasierschaum standen. Von Uncle Ernie? Hatte er dieses Bad benutzt? In den Schmutzwäschekorb in der Ecke waren auf den ersten Blick nur gebrauchte Handtücher geknüllt, aber dazwischen fand sich bei genauerer Untersuchung eine einzelne dunkelbraune Herrensocke. Nicht wirklich erhellend, dass er hier gewesen war, hatte Miss Barlow nie abgestritten. Die Frage war nur, wohin war er von Inver Tingle aus weitergefahren und was hatte Craig damit zu tun? Alles in Ordnung bei Ihnen? fragte Miss Barlow und klopfte an die geschlossene Tür. Mist, sie hatte viel zu lange gebraucht. Ja, ja, alles klar, hab nur anscheinend das schottische Frühstück von heute Morgen nicht vertragen. Finola zog an der Spülkette und wusch sich die Hände. Sie ließ sich zuerst die Küche zeigen, dann folgte sie Miss Barlow durch eine Glastür direkt in den Garten zu einem Schuppen, in dem sämtliche denkbaren Gartengeräte säuberlich an der Wand hingen. Eine Schubkarre, Kniematten und Körbe standen darunter. Hier finden sie, was sie brauchen. Alles klar, ist es okay, wenn ich mir erst mal den ganzen Garten anschaue und dann Unkraut jäte oder so? Ja, sehen sie sich ruhig um. Und dann könnten sie ganz da hinten rechts an der Mauer umgraben. Ich habe mit einem Band gekennzeichnet, wo ich die Ecke neu anlegen will. Das würde mir im Moment am meisten helfen. Finola nickte und betrachtete die üppig wachsenden Pflanzen, während Miss Barlow zum Haus zurückging. Dann spazierte sie zuerst einmal gemütlich durch den Garten. Der war im Großen und Ganzen sehr gepflegt, vor allem die überall verstreuten Rondelle, wo weiße und blaue Hortensien gepflanzt waren, wirkten top. In anderen Bereichen zeigte sich die Arbeit, die zu tun war, sogar Finolas eher ungeübt im Auge. Kein Wunder, dass Baby Jean ihre Hilfe so dankbar angenommen hatte. So wie ihre Fingernägel aussahen, war sie nicht unbedingt die richtige für grobe Gartenarbeit. Sie wirkte eher wie eine Frau, die mit einer Rosenschere einzelne Triebe abschnitt und dann zurück trat, um ihr Werk zu betrachten. Aber möglicherweise lag sie damit auch völlig falsch. Vielleicht hatte sich Miss Barlow nur gerade eine frische Maniküre gegönnt. Und in einem solch großen Garten steckte auf jeden Fall enorm viel Arbeit jeglicher Art. Am Ende des Gartens erreichte Finola die Mauer, die das ganze Grundstück zu umschließen schien. Sie war alt und bestand aus unregelmäßigen Natursteinen, an den meisten Stellen war sie niedrig genug, dass Finola hinüberschauen konnte. Doch außer ein paar Wiesen und Feldern und einem kleinen Kiefernwäldchen waren nur ein paar Schafe in der Ferne zu sehen. Sie folgte der Mauer nach rechts, bis sie einen Knick machte. Dort war tatsächlich ein Stück verwilderte Wiese mit Absperrband und Stein gekennzeichnet. Das also sollte ihr Arbeitsbereich sein. Sie würde den Spaten holen müssen. Was Miss Balow hier wohl pflanzen wollte? Finola schlenderte zurück in Richtung Schuppen. Hübsch war es hier mit all den kleinen Faden zwischen grünenden und blühenden Pflanzen. Miss Balow schien bei den Blüten eine Vorliebe für weiß, blau und lila zu haben. Nur an einer einzigen Stelle entdeckte Finola auf dem Weg zurück zum Schuppen Hortensien mit Rosablüten. Sie beschloss sich noch vor der eigentlichen Arbeit einen Tee zu kochen. Dabei konnte sie sich in der Küche umsehen und mit etwas Glück Miss Balow aushorchen. Ja, sie gab zu, Detektivarbeit lag ihr mehr als Umgraben. Die Küche war leer, die Steinfliesen fühlten sich kalt an unter Finolas dünn bestrumpften Füßen. Sie hatte ihre Schuhe an der Tür vom Garten in die Küche stehen lassen. Miss Balow würde es sicher nicht zu schätzen wissen, wenn sie feuchte Gartenerde ins Haus trug. Ein halbgefüllter Wasserkocher stand bereit, daneben ein Schraubglas mit löslichem Kaffee, ein Tellerchen mit Teebeuteln verschiedener Sorten und ein Gestell, an dem vier weiße Becher hingen. Keine Kekse. Finola rümpfte die Nase. Bis das Wasser kochte, vergnügte sie sich damit, nacheinander alle Schränke zu öffnen und hinein zu schauen. Geschirr, ein paar Kühlschrank war gut gefüllt, in der Tür standen, anders als vor ein paar Tagen, ein großer Kanister Milch und zwei Flaschen Grapefruit-Saft, ein Sekt und ein Rotwein. Autsch! Finola war keine ausgesprochene Weintrinkerin, wohl aber ihr Exfreund Antonio, und der hätte ihr eine lange ernste Rede gehalten, wenn sie Rotwein in den Kühlschrank gestellt hätte. Der Wasserkocher klackte und schaltete sich aus. Finola schloss die Kühlschranktür, brühte sich ein Kräutertee mit Ingwer auf, der ihrer Meinung nach gut zu einer sich selbst verwirklichenden englischen Studentin passte und ließ ihn ziehen. Sie lauschte. Im Haus war nichts zu hören. Ob sie es wagen konnte, noch weiter auf Erkundung zu gehen? Sie warf einen Blick in die Diele. Keine erkennbare Veränderung seit Sonntag. Vielleicht im Wohnzimmer? Aber sie musste vorsichtig sein und durfte sich entweder nicht erwischen lassen, oder sollte eine Ausrede parat haben. Die Wohnzimmertür stand offen, sodass Finola leicht einen Blick riskieren konnte. Mist, da saß die Hausherrin und starrte auf ihr Tablet. Und sie hätte, sobald sie aufsah, eine gute Sicht auf die Diele und die Treppe, die nach oben führte. So ging das nicht. Der Tee hatte genug gezogen, ein Weitchen hielt sich Finola noch an dem heißen Becher fest, dann musste sie wohl oder übel in den Garten zurückkehren. Im Schuppen gab es mehrere Spaten, rechteckige, mit gerade Einstichkante, ebenso wie solche mit halbrunden, vorn zugespitzten Blättern. Scharf waren sie alle. Nach kurzer Überlegung griff Finola nach einem Spaten mit einem relativ kleinen Blatt. Damit würde die Arbeit weniger Kraft erfordern, selbst wenn sie dann vielleicht etwas länger brauchte. Wäre es praktisch, noch eine Spitzhacke mitzunehmen? Möglicherweise war der Boden ja steinig oder voller Wurzeln. Und sollte sie sich ein paar Gummistiefel ausleihen, um ihre eigenen Schuhe zu schonen? Dort drüben im Regal standen mehrere Paare. Die fliederfarbenen, die bestimmt Baby Jean gehörten, kamen natürlich nicht in das war allerhöchstens Größe Vier. Dann doch lieber ein Paar von den Schwarzen. Der erste Stiefel, den sie herauszog, war mit Größe Zehn andererseits wieder viel zu riesig. Beim nächsten hatte sie mehr Glück, siebeneinhalb. Das war okay, sie hatte darin zwar immer noch reichlich Platz, würde aber gehen können. Sie zog den zweiten Stiefel des Paares aus dem Regal und stellte beide vor sich auf den Boden. Dann zog sie ihre Sneakers aus und wollte gerade den rechten Fuß in den Stiefel stecken, als sie auf der hellen Innenseite ein mit schwarzem Stift geschriebenes Monogramm entdeckte. E. G. Ernest Gibson. Konnte das ein Zufall sein? Natürlich war es möglich, dass diese Stiefel jemand anderem gehörten, der dieselben Initialen hatte. Aber war das wahrscheinlich? Oder hatte Onkel Ernie seine Gummistiefel hier vergessen? Ein unangenehmes Gefühl beschlich Finola, als sie sich die Stiefel genauer ansah. Sie wirkten neu und hatten nur wenig Erdreste an der Sohle. Warum sollte ihr Besitzer sie hier lassen, wenn er nicht vorhatte wiederzukommen? Natürlich brauchte er sie nicht, wenn er nach Südamerika gereist war, wie Miss Barlow beim letzten Besuch angedeutet hatte. Aber wäre er wirklich einfach so, ohne zumindest seiner geliebten Nichte Bescheid zu sagen, auf eine große Reise gegangen? Nachdenklich schob Finola die Stiefel zurück ins Regal und zog ihre eigenen Schuhe wieder an. Die Auftrittkante des Spatens sah rund und eher breit aus und Finola würde sich beim Umgraben ohnehin nicht allzu kraftvoll engagieren. Auch die Hacke ließ sie stehen. Mit dem Spaten in der Hand spazierte sie durch den Garten vorbei an dem Hortensienrondell mit den rosa Blüten in Richtung des markierten Fels. Das ein oder andere Mal blieb sie stehen, um eine Pflanze näher zu betrachten oder ein Rotkehlchen zu beobachten, das über den Weg hüpfte und dabei zu überlegen, wie konnte sie weiter vorgehen, um nicht nur etwas über Ernie, sondern auch mehr über Craig herauszufinden. Wenn sie die Gartenarbeit beendet hatte oder zumindest ausreichend viel Zeit im Garten verbracht hatte, musste sie noch einmal Vorrangriff auf Miss Barlow starten und danach am besten zu den Anwälten gehen, deren Visitenkarte sie in Craigs Auto gefunden hatte. Sie blieb am Rand des markierten Gartenstücks stehen. Ach, das Ganze war so wirr und unlogisch, vor allem die Beteiligung von Craig Askin an der Invert Tingle Connection. Ihn zu beobachten, ob er fremdging, war eine einfache und eindeutige Sache, wobei sie immer mehr das Gefühl hatte, dass seine Frau sich da etwas einbildete. Vor ihrem inneren Auge sah sie Craig Askin aus der Bank kommt, im Pub, im Fitnessstudio. Nirgendwo ein Anzeichen einer anderen Frau, nicht einmal ein verdächtiges Telefonat hatte sie beobachtet, seit sie vor einer Woche die Observierung übernommen hatte. Sie seufzte und begann den Boden umzugraben. Es war erstaunlich einfach nachzudenken, während man Erdschollen Reihe um Reihe sozusagen auf den Kopf stellte. Fast therapeutisch. Vielleicht sollte sie Anne fragen, ob sie auch ihr im Garten helfen konnte. Natürlich nur ab und zu. Allerdings war es schwierig, ihre Gedanken beim notwendigen Thema zu belassen. Einmal ertappte sie sich dabei, dass sie darüber nachdachte, was sie ihrer Freundin in Canterbury über ihren jetzigen Job schreiben sollte. Einmal, als der Wind deutlich auffrischte, überlegte sie, dass sie eine neue Winterjacke brauchen würde. Und schließlich träumte sie von Laurie's Cupcakes und einem starken aromatischen Tee. Nun, immerhin Tee konnte sie haben. Sie lehnte den Spaten an die Mauer und streifte ihre Hände an der Hose ab. Mit einem letzten zufriedenen Blick auf das bereits fast zur Hälfte umgegrabene Gartenstück, machte sie sich auf den Weg in die Küche. Während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte, warf sie einen Blick in die Diele. Die Tür zum Wohnzimmer war jetzt geschlossen. Sie hörte leises Gemurmel. Miss Barlow schien Besuch zu haben. Das war endlich die Chance, sich das obere Stockwerk anzuschauen. Finola hatte die Treppe noch nicht erreicht, als Miss Barlows Stimme lauter wurde. Ich zeige Ihnen das Badezimmer. Der Türknopf quietschte und Finola gelang es gerade noch in die Küche zurück zu huschen und sich hinter die halboffene Tür zu stellen, um nicht gesehen zu werden. Vielen Dank, Sie sind sehr freundlich, hörte sie die Besucherin sagen. Finola hielt den Atem an. Sie kannte diese Stimme. Das war Anne. Das Gästebadezimmer wirkte irgendwie steril, fand Anne. Der Schmutzwäschekorb in der Ecke war leer, ein Stapel Gästehandtücher lag neben dem Waschbecken, eine beige flauschige Matte auf dem Boden, die Kanten schlossen exakt mit den Rändern der Fliesen ab. Im Spiegelschrank fand sie immerhin ein angebrochenes Paket Herrenrasierer und eine Dose Rasierschaum. Es war dieselbe Marke, wie Ernie sie Hose benutzte. Aber das hatte nicht unbedingt viel zu sagen. Anne atmete einmal tief durch und drehte den Wasserhahn auf. Es war gar nicht so schwierig gewesen, ins Haus zu gelangen. Jean Barlow hatte, als sie die Tür öffnete, allerdings nicht unbedingt freundlich ausgesehen. Und als Anne nach Ernie gefragt hatte, war sie ganz blass geworden. Sind sie seine Frau? Anne's Nicken hatte ausgereicht, um ins Haus gebeten zu werden. Nach ein wenig Smalltalk hatte sie nach der Toilette gefragt, um einen Moment für sich zu haben, indem sie sich eine neue Strategie als Ernies verlassene Ehefrau ausdenken konnte. Diese Rolle war viel besser als alles, was ihr vorher durch den Kopf gegangen war. Und sie hatte nicht einmal eine große Lügengeschichte erzählen, sondern nur auf die Vermutung von Jean Barlow eingehen müssen. Anne sandte einen stillen Dank an Finola, die bei ihrem letzten Besuch so gut vorgebaut hatte. Sie wusch sich die Hände mit der bereitliegenden Zitronenseife und trocknete sie sorgfältig ab. Dann warf sie einen Blick in den Spiegel und nahm die Schultern zurück. Auf zum Verhör! Jean Barlow erhob sich, als Anne wieder ins Wohnzimmer kam. Möchten Sie nicht doch einen Tee oder einen Kaffee? Anne schüttelte den Kopf. Nein, danke. Sie würde Miss Barlow nicht die Möglichkeit geben, sich irgendwo festzuhalten. Malcolm hatte immer gesagt, mit denen sie ihre Hände beschäftigen konnten. Die Körpersprache war dann einfacher zu lesen. Ob ihre Kenntnisse von Körpersprache ausreichten? Sie hatte kürzlich erstmals ein Buch darüber gelesen, ein sehr populäres Buch. Wenn also jemand etwas zu verbergen hatte, konnte er oder auch sie durchaus wissen, welche Körperhaltung zu vermeiden waren, oder? Vielleicht einen kleinen Sherry, bot Miss Barlow nun an. Nein, danke, ich bin ja mit dem Auto hier, erklärte Anne. Sherry am Vormittag? War Baby Jean dem Alkohol zugetan? Oder nur sehr nervös? Ein Glas Wasser? Sie schien wild entschlossen, irgendeine Flüssigkeit anzubieten. Nein, danke. Dann hole ich mir nur schnell selbst ein Glas Wasser. Miss Barlow verließ das Zimmer. Anne setzte sich. So weit zum Nichts in der Hand. Sie schwieg, als Miss Barlow zurückkam und ebenfalls Platz nahm. Leider begann auch Miss Barlow nicht zu reden und die Stille wurde so unangenehm, dass Anne schließlich sagte, das ist wirklich keine einfache Situation für mich. Für mich auch nicht, Mrs. Gibson. Sagen Sie doch bitte Anne. Anne, ich bin Jean. Anne nickte und schwieg wieder. Warum genau sind Sie gekommen? fragte Jean Barlow schließlich. Doch sicher nicht nur, um mich anzuschauen, oder? Ich suche Ernie, meinen Mann, fügte Anne hinzu und beobachtete, dass Jean beim letzten Wort leicht zusammenzuckte. Er war hier, das habe ich ihrer Nichte ja schon gesagt, aber nur, um mir im Garten zu helfen. Ich schaffe die schwere Arbeit nicht alleine und dann ist der wieder abgereist. Mit dem Zug? Ich weiß es nicht, ich habe ihn nur nach oben gefahren, vielleicht hat er auch eine der Fähren genommen. Und das war wann genau? Am vorletzten Sonntag. Nach dem Kirchgang? Äh, ich weiß nicht, wir haben in Invertingl ja keine Kirche und überhaupt bin ich nicht sehr religiös. Vielleicht ist er in Oben in die Kirche gegangen. Anne bezweifelte, Ernie in den letzten 20 Jahren, außer bei Amandas Hochzeit, ein Gotteshaus von innen gesehen hatte. Zumindest in dieser Beziehung schien Jean die Wahrheit zu sagen. Seltsam, entschüttelte den Kopf. Er ist nicht zurück nach Edinburgh gekommen. Dabei wollte er nur ein paar Tage weg sein. Hat er ihnen gesagt, wo er von hier aus hinfahren wollte? Jean zögerte. Er hatte etwas von Südamerika erwähnt, sagte sie schließlich. Anne biss sich auf die Lippen. Also, ich wusste wirklich nicht, dass er verheiratet ist, rutschte Jean heraus. Sie presste mit der linken ihre rechte Hand so fest, dass die knöchel weiß heraus standen. Sonst hätte ich nie, aber er hat gesagt, er wäre schon lange geschieden. Anne nickte. Ich weiß. Es tut mir so leid. Sie waren nicht die Erste und werden wohl auch nicht die Letzte sein. Anne bemühte sich um einen leicht schmerzvollen Ton und beobachtete, wie Jean schwer schluckte. Ob sie sich wirklich in Ernie verliebt hatte? Dann würde Anne, wenn er wieder auftauchte, Abbitte für ihre Lügen leisten müssen, die in Baby Jean ein äußerst schlechtes Gewissen hervorzurufen schienen. Machen sie sich nicht allzu viele Gedanken darüber, sagte Anne und legte ihre Hand auf Jean Barlow's. Die war eiskalt. Ich bin ihnen nicht böse. Ich möchte Ernie nur wieder finden. Ich mache mir Sorgen, das verstehen sie sicher. Vielleicht hatte er einen Unfall und liegt irgendwo bewusstlos im Krankenhaus. Sein Handy scheint ja auch nicht zu funktionieren. Jean nickte eifrig. Das wäre möglich. Aber hätte das Krankenhaus dann nicht seine Familie benachrichtigt, überlegte Anne laut weiter. Oder er ist doch nach Südamerika gereist. Anne nickte langsam und beobachtete Jean genau. Sie meinen, er hat mich verlassen. Wäre das unmöglich? Tatsächlich wäre das sogar sehr gut möglich. Anne beugte sich vor. Auf unserem gemeinsamen Konto fehlt nämlich Geld. Eine größere Summe. Sie wissen nicht zufällig etwas davon? Jeans Überraschung schien nicht gespielt. Und Sie wissen auch nicht, warum er hier bei Barrett und Browning war? Barrett und Browning? Ja, die Anwaltskanzlei. Ich habe eine Visitenkarte gefunden, hier aus Invertingle. Natürlich kenne ich Barrett und Browning, aber wann hätte er dorthin? Also nein, ich weiß nichts davon. Mist. Die Anwaltsspur brachte Ergebnisse. Was hatte Ernie mit dem Geld gemacht? Es in eine Reisetasche mit nach Südamerika genommen? Hatte Ernie, als er zu ihnen kam? Das Geräusch von zerbrechendem Geschirr unterbrach ihre Frage. Ist noch jemand im Haus? Anne stand auf. Doch Jean war schneller und eilte schon auf die Tür zu. Das kommt aus der Küche. Das war bestimmt die junge Engländerin. Rose? Zimmer zur Küche, wo der ganze Fußboden mit kleinen weißen Scherben übersät war. Daneben stand gesenkten Kopfes ein junges Mädchen mit Zöpfen und Kopftuch in einer Jeans Latzhose. Alles okay, ich wollte mir nur noch einen Tee machen, behauptete sie mit einem Akzent, der auf Kent oder Landen hinwies. Sie log. Anne war sich sicher. Wenn die junge Frau wirklich geplant Sie musste direkt an der Tür gestanden haben. Wahrscheinlich hatte sie gelauscht. Ach, das ist nicht so schlimm. Hauptsache sie haben sich nicht verletzt, Rose. Sind sie schon fertig mit dem Umgraben? Noch nicht ganz. Jean öffnete einen der Schränke und holte Handfeger und Schaufel heraus. Sofort nahm die Engländerin ihr die Sachen aus der Hand, beugte sich nieder und begann die Helfen sie hier öfter im Garten? fragte Anne. Möglicherweise hatte diese Rose etwas von Ernie gesehen oder gehört, wenn sie gerne lauschte. Erstes Mal, muschelte Rose. Rose ist nur vorübergehend in Auburn, fügte Jean hinzu. Sie sehen, mir helfen nicht nur Männer. Sie reckte herausfordernd ihr Kinn. Wo soll ich? Rose richtete sich auf und reichte die volle Schaufel und den Eimer gleiten ließ. Bevor die Engländerin sich wegdrehte, konnte Anne einen Moment lang ihr Gesicht sehen. Sie sog die Luft ein. Sie kannte diese Rose. Sie kannte sie nur zu gut. Was zum Teufel machte Finola hier? Hatte sie ihr nicht gesagt, sie solle Invertingle ruhen lassen? Kann ich erst mal Mittagspause machen? fragte Finola mit einem Seitenblick auf sie ziemlich gereizt wirkte. Ja, natürlich. Soll ich sie nach oben fahren? Miss Barlow schien die Gelegenheit, mit einer freundlichen Geste auch gleich ihre unerwünschte Besucherin loszuwerden, beim Schopf packen zu wollen. Doch diese lächelte zuckersüß. Das ist nicht nötig, Jean. Ich muss ohnehin weiter. Da kann ich Rose bis oben mitnehmen. Falls ihnen sonst noch etwas einfällt, rufen sie mich doch bitte an. Sie nestelte aus der Tasche ihrer Kostümjacke eine Visitenkarte und reichte sie Jean. Danke, sehr nett, dass Rose mit ihnen fahren kann. Und falls Ernie sich meldet, sage ich natürlich Bescheid. Miss Barlow warf einen Blick auf die Karte. MWS Investigators? Oh je, da habe ich ihnen eine falsche Karte gegeben, sagte Anne schnell und nahm sie ihr wieder aus der Hand. Tatsächlich überlege ich, einen Detektiv einzuschalten, der in Südamerika nach Ernie forscht. Hat er irgendein bestimmtes Land genannt? Jean Barlow schüttelte den Kopf. Haben sie etwas zu schreiben? Dann notiere ich ihnen meine Nummer. Finola war beeindruckt, wie Anne es verstand, die Situation zu retten. Sie hatte ihr bisher nicht zugetraut, so improvisieren zu können. Erst als sie in Annes Wagen saßen, brach diese ihr Schweigen. Was soll das? Hatte ich nicht gesagt, den Fall Ernest Gibson übernehme ich selbst? Ich habe aber den Fall Craig Erskine in Bearbeitung, erwiderte Finola, während sie Brille und Kopftuch abnahm und in ihren Beutel steckte. Und der hat mich eben auch hierher geführt. Sie hatten doch gesagt, ich solle mich darum kümmern, wie Ernie und Craig sich verstanden haben. Und dann ist da ja die Visitenkarte, also bin ich okay, okay. Und was ist mit ihrer Observierung von Craig? Seine Frau ist heute selbst mit ihm zusammen und hat mir abgesagt. Und wie sieht es mit seiner Treue aus? Bisher kein Anzeichen einer Geliebten. Dann beenden wir in den nächsten Tagen die Observierung, entschied Anne. Meiner Erfahrung nach hätten sie inzwischen Rauch sehen müssen, wenn irgendwo ein Feuer ist. Das überraschte Finola nun doch. Glaubte Anne tatsächlich an Craigs Unschuld oder versuchte sie Finola bei den augenblicklichen Ermittlungen irgendwie loszuwerden? Am Ende, weil sie ärgerlich war, dass Finola sie bei Jean Barlow in Invertingle belauscht hatte. Wollte sie nicht, dass Finola zu viel herausfand? Vielleicht etwas, was Uncle Ernie und Anne betraf? Wie genau war die Beziehung zwischen ihnen gewesen? Hatte Anne am Ende selbst etwas damit zu tun, dass Ernie verschwunden war? Sie hatte Finola schon von Anfang an nicht wirklich in den Fall einbezogen. Finola betrachtete Anne's Gesicht von der Seite. Ihre Chefin sah eher bekümmert als wütend aus. Steckte vielleicht doch eine Liebesgeschichte dahinter? Als sie das Zentrum von Oben erreichten, wurde praktischerweise gerade vor ihnen ein Parkplatz frei, den Anne sofort besetzte. Sie stiegen aus. Ich nehme an, sie sind mit dem Wagen der Detektei hier, sagte Anne. Finola nickte. Zwei Autos, zwei Fahrerinnen, das ist sehr unwirtschaftlich, so geht das nicht. Finola nickte wieder. Würde Anne ihr etwa kündigen? Sie hielt die Luft an. Ich habe Hunger. Wissen sie, wo man hier gut eine Kleinigkeit essen kann? Keine Kündigung, Finola atmete aus. Wir könnten zum Green Shack gehen, wenn sie Meeresfrüchte er nickte und folgte Finola zum Hafen. Wie schon am Sonntag zuvor stand Dave an einem der Tische und verzerrte Muscheln. Finola blieb stehen und sprach ihn an. Hi Dave, ich dachte, du kommst nur sonntags. Naja, meistens. Dave sah auf und musterte sie genauer. Aber wer Amanda? Ja, ich erinnere mich, du warst am Sonntag hier. Hätte dich fast nicht erkannt. Und? Ist dein Onkel inzwischen wieder aufgetaucht? Leider nein. Dies ist übrigens meine Tante. Wir waren heute noch einmal in Invertingle. Das war der letzte Aufenthaltsort, von dem wir wissen. Freut mich, Dave nickte Ann zu. Aber das ist ja seltsam, wandte er sich dann wieder an Finola. Er schien allerdings nicht wirklich interessiert an einem verschwundenen Onkel, ganz im Gegensatz zu seinen Muscheln, die er liebevoll beäugte. Dir ist nichts mehr eingefallen? bote Finola nach. Nicht wirklich. Außer, dass du mal da drüben im Pub nachfragen kannst. Der Wirt heißt Angus und soll eine Liebschaft in Invertingle haben. Mit der Gartentante, die da lebt. Vielleicht hat der deinen Onkel dort zwischen den drei Häusern mal rumlaufen gesehen. Er lachte, gabelte genussvoll ab. Sorry, ich muss wieder los, aber beim nächsten Mal gebe ich dir einen aus. Sie haben hier also schon Freunde? Amanda. Enns Tonfall schwankt zwischen Ironie und Erstaunen. Ich habe am Sonntag natürlich etwas rumgefragt. Schade, dass Dave mir das mit dem Pappwirt erst eben erzählt hat. Soll ich? Jetzt essen wir erst mal was und dann sollten wir ein wenig absprechen, wie wir weiter vorgehen. Angus Papp war klein und er war an einem Wochentag um die Mittagszeit ziemlich leer. An einem Tisch saß ein Pärchen und aß eine Shepherds Pie. An der Bar standen zwei betagte Herren und hielten sich an ihren Pine Gläsern fest. Hi, grüßte Finola mit ihrem schönsten Lächeln, während Anne sich mit dem Blick zur Bar an einen der Tische an der Wand setzte. Ein Sie sind also Angus? Ja, wer fragt nach mir? Ich bin Amanda. Dave hat mir von ihnen erzählt. Dave? Er arbeitet auf der Fähre. Ach ja, der Dave. Er meinte, sie wären mit Gene Barlow aus Invertingle befreundet und könnten mir vielleicht helfen, meinen Onkel zu finden. Seit er vor über einer Woche Miss Barlow besucht hat, haben wir nichts mehr von ihm gehört. So, so, haben sie ihn mal dort gesehen? Finola zog ihr Handy hervor und zeigte Angus Erneys Foto. Angus warf einen kurzen Blick darauf und schüttelte den Kopf. Ich war seit Monaten nicht in Invertingle. Aber wenn er einer von Jeans Garten Freaks war, er zuckte mit den Schultern. Was heißt das? Finola lehnte sich ein wenig mehr über die Bar und riss ihre Augen ungläubig fragend auf. Also, um das richtig zu stellen, mein Engagement mit Jeanne Barlow ist vorbei. Also nicht, dass es je etwas Festes gewesen wäre, aber ich lass mich nicht gern verarschen. Und glaub mir, Lassie, die Gartenfreaks kommen nicht nur aus Spaß an der Garten Arbeit. Finola sah ihn auffordernd an. Angus zögerte nur kurz. Das weiß hier ohnehin im Internet und bezahlt sie dann im Bett. Scheint ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu sein. Auf jeden Fall ist ihr Garten immer äußerst gepflegt und kriegt sogar Auszeichnungen. Uncle Ernie war also nicht der Einzige gewesen, der mit Baby Jean ein Techtel Mechtel gehabt hatte? Ihre Bitte um Hilfe auf dem Gartenportal hatte Methode? Wirklich? fragte sie und den überraschten Gesichtsausdruck musste sie nicht einmal spielen. Wirklich? Die männermordende Jean ist hier inzwischen bekannt. Von uns geht keiner mehr mit ihr aus. Angus' Stimme klang bitter. Ob er eifersüchtig auf die Gartenfreaks war, die Mrs. Barlos Gunst genossen? Wahrscheinlich zumindest ein bisschen. Und wie es schien, war er auch nicht der einzige Mann aus der Gegend, mit dem sie involviert gewesen war. Eifersucht konnte durchaus ein Motiv sein, endgültig verschwinden zu. Nein. Was dachte sie da? Ich nehme an, das ist ihre Tante dort drüben, sagte Angus leise, als er kassierte und ihr die Gläser zuschob. Der sollten sie besser nichts davon erzählen, was ich ihnen gesagt habe. Die sieht sehr nett und anständig aus. Finola nickte und ging hinüber zu Anne. Haben sie was Interessantes erfahren? fragte die sofort. Den zu entlocken haben sie auf jeden Fall. Danke. Finola setzte sich. Und ja, ich habe was Interessantes erfahren, aber leider habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gefühl, was das Verschwinden meines angeblichen Onkels betrifft. Vielleicht sollten wir besser die Polizei einschalten. Sie spazierten langsam vom Pub zu Anne's Auto. Sie meinen also, einer ihrer früheren Lover könnte eifersüchtig auf Ernie gewesen sein und ihn. Anne stockte. Ich weiß es nicht, aber es ist doch wirklich mehr als seltsam, dass er so spurlos verschwunden ist. Oder fast spurlos. Seine Gummistiefel sind noch im Schuppen von Gene Barlow. Anne nickte. Die würde er in Südamerika nicht brauchen. Aber ich muss zugeben, ich glaube nicht an Südamerika. Ich glaube allerdings auch nicht daran, dass die Polizei auf unsere vage Vermutung hin etwas unternehmen wird. Wir haben ja nicht einmal einen Beweis für ein Verbrechen und natürlich auch keinen Verdächtigen. Verdächtig sind im Grunde zwei Gruppen. Männer wie Angus, die hier leben und mal was mit Gene Barlow hatten und die sogenannten Gartenfreaks. Vielleicht hatte sich da einer mehr versprochen, als sie zu geben bereit war. Und als dann Ernie auftauchte, der sie ja anscheinend doch beeindruckt hat, Finola zuckte mit den Achseln. Und wie finden wir die Namen der potenziellen Verdächtigen raus? Haben Sie stehen? Finola nickte. Sie gehen nachher noch einmal zurück in den Pub und fragen Angus aus. Vielleicht so ein bisschen als verzweifelte, betrogene Frau? Er fand sie nämlich nett und anständig und klang dabei sehr ritterlich. Und wegen der Gartenfreaks? Rufen sie Lachie an. Der kann über das Internetportal sicher die entsprechenden Daten der Männer abrufen, die Baby Jean kontaktiert haben. Vielleicht zu jemandem mit dem Baby Jean kurz zuvor oder etwa zur gleichen Zeit in Kontakt war. Ann hob die Augenbrauen. Mir scheint, sie haben das durchgedacht. Was wollen sie selbst machen? Ich werde wieder zu Rose Miller aus London und gehe zurück nach Invertingle. Schließlich habe ich hinten an der Mauer noch nicht alles umgegraben. Und sicher kann ich nachgetaner Arbeit mit Miss Barlow noch ein wenig Tee trinken und plaudern. Wir können dann ja mal ganz zufällig über Männer reden. Ich schätze, wenn ich es richtig anfange, wird sie mich an ihrem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Finola zwinkerte. Gut, also fahre ich sie jetzt zurück. Finola zögerte und sah sich um. Warten Sie, ich habe eine Idee, wie wir auch gleich noch Craig Erskins Verbindung nach Invertingle überprüfen können. Der ist ja schließlich mein Fall. Und ganz aus den Augen dürfen wir ihn nicht verlieren. Sie wies auf ein kleines Buchgeschäft. Bin gleich wieder da. Als sie ein paar Minuten später zurückkam, saß Anne schon im Auto. Die Fenster hatte sie heruntergelassen. Augenblick! Finola hielt ein kleines Buch in der Hand, das sie ein paar Mal kraftvoll auf- und zuklappte, sodass nieder und strich mit dem Buch Schnitt mehrmals über den Boden. Oh mein Gott, was machen sie denn da? Finola grinste und stieg ein. Dann begann sie verschiedene große Eselsohren in die Seiten zu falten. Das ist der gleiche Reiseführer wie der, den ich in Craig Erskins Auto gesehen habe. Der sah auch so missbraucht aus. Haben sie ein Kuli? Wortlos holte Anne einen Kugelschreiber aus ihrer Handtasche und reichte ihn Finola. Die schrieb in Druckbuchstaben Craig Erskine hinein. So, und diesen Reiseführer finde ich nun in Miss Barlos Schuppen und kann dann fragen, wer Craig Erskine ist und ob ich ihn ausleihen und näher angucken kann. Den Reiseführer meine ich. Das war mir klar, sagte Anne trocken. Und dann könnten wir das selber auch noch irgendwie bei diesen Anwälten machen. Die Visitenkarte hat, vermute ich, als Lesezeichen im Reiseführer gesteckt. Dies ist lovely a guile, also nehme ich an, Craig Erskine war hier. Anne schüttelte den Kopf. Was ist? Es fiel Finola schwer, ihre Begeisterung zu bremsen. Ich war schon bei Barrett und Browning. Miss Browning hat im Computer nachgeguckt und mir dann glaubhaft versichert, dass die Kanzlei weder Craig Erskine noch Ernest Gibson noch Malcolm Scott zu ihren Mandanten zählt. Oh. Natürlich war es gut, dass Anne die Sache mit den Anwälten schon abgeklärt und auch gleich nach Craig Erskine gefragt hatte. Aber was hatte ihr toter Mann mit dem Allen zu tun? Schnallen Sie sich an, da wartet jemand auf diesen Parkplatz. Anne ließ den Motor an. Okay, aber fahren Sie langsam. Während Anne den Wagen aus der Parklücke lenkte, knotete Finola das bunte Tuch wieder um den Kopf und setzte die silberrandige Brille auf. Dann zog sie einen Lippenstift aus einer der Taschen ihrer Latzhose, tupfte damit auf die Wangenknochen und verrieb die Farbe. Anschließend steckte sie sich noch ein Kaugummi in den Mund und verzog das Gesicht. Die Verwandlung war erstaunlich. Nett, dass sie mich zurückfahren, sagte sie in schönstem Südost Englisch. Anne lachte. Es ist mir ein Vergnügen, Rose Miller, und wenn sie fertig sind, hole ich sie auch gerne wieder ab. Anruf genügt. Jean Barlow schien erleichtert, dass ihre Hilfe tatsächlich wiederkam und sich nicht nach halbgetaner Arbeit absetzte. Hatten sie eine schöne Mittagspause mit Mrs. Gibson? fragte sie. War da etwas lauerndes in ihrem Blick? Die hat mich nur im Hostel abgesetzt und ist dann weitergefahren. Wollte nach Edinburgh, hauptete Finola. Hat kaum was gesprochen. Komische Frau. Und wie sind sie dann wieder nach Invertingle gekommen? bohrte Miss Barlow weiter. Glück gehabt. Da wohnt gerade ein Fotograf im Hostel. Der hat mich mitgenommen, weil er in der Ecke hier nach Motiven schauen wollte. Look Finola. Hat mich bei diesem großen Haus von den Rechtsanwälten abgesetzt. Die kennen sie sicher. Miss Barlow nickte, ging aber nicht auf Finolas Worte ein. Was meinen sie, wie lange sie noch brauchen? fragte sie stattdessen. Ein Stündchen oder so. Gut, ich bin hier, bekomme aber später wahrscheinlich noch Besuch. Rufen sie dann einfach laut, wenn sie fertig sind oder klingeln sie an der Tür. Das höre ich im ersten Stock besser. Wenn sie ehrlich war, hatte Finola kein bisschen Lust auf weiteres Umgraben. Doch sie musste zumindest so tun, als würde sie im Garten arbeiten, um dann zufällig im Schuppen den Reiseführer zu finden und nach stopfte das inzwischen schon überzeugend alt aussehende Buch in das Regal neben Ernest Gibsons schwarze Gummistiefel und schlenderte dann weiter durch den Garten. Es war wirklich schön hier. Die Auswahl der Pflanzen so zu treffen, dass sie alle in blau-lila Schattierungen oder in weiß blühten, schuf eine besondere Atmosphäre. Nur diese eine Hortensie. Finola blieb abrupt stehen. Hortensien. Veränderten die nicht die Blütenfarbe, wenn was mit dem Boden nicht stimmte? Da war doch mal eine Folge in der Krimiserie Bones gewesen, wo durch das Blut des Ermordeten sie schluckte. Natürlich war es möglich, dass ihre Fantasie jetzt mit ihr durchging oder sie sich völlig falsch erinnerte. Waren es überhaupt Hortensien gewesen, um die es ging? Wer konnte mehr darüber wissen? Mr. B. Finola ging ein Stück weiter, so als wollte sie nicht, dass die fehlfarbene Hortensie mitbekam, dass sie über sie redete. Zum Glück hatte sie die Nummer der Beauchamps im Handy. Hallo, Mrs. B. Ist Ihr Mann kurz zu sprechen? Ich habe eine Frage zu Hortensien. Ja, ich warte. Im Hintergrund rief Mrs. B. nach ihrem Mann. Es dauerte aber eine ganze Weile, bis er ins Telefon kam. Ja, ja, erklärte er auf ihre erste Frage. Wenn der Boden schön sauer ist, hat so manche Sorte der Hydrangea blaue Blüten. Da kann man aber auch gut nachhelfen mit spezieller Erde oder Kompost. Oder sie gießen einfach regelmäßig mit Essig Wasser. Und dann braucht die Pflanze am besten noch Aluminiumsulfat. Das gibt ein schönes kräftiges Blau. Und können dieselben Pflanzen sich auch plötzlich rosa verfärben? Rosa? Naja, so ganz von alleine nicht. Da muss der pH-Wert des Bodens erstmal ins Alkalische verschoben werden. Also, am besten kalkt man dazu den Boden. Dann nimmt die Pflanze weniger Aluminium auf und die Blüten werden blass. Bei weißen Hortensien passiert allerdings nichts. Die bleiben immer weiß. Kommt auch auf die Sorte an. Danke, Mr. B. Das hilft mir sehr. Wenn sie mit gereiftem misst, sorry, ich muss jetzt Schluss machen. Ich melde mich wieder. Bye. Es war nicht besonders höflich, ihm das Wort so abzuschneiden, aber Finola hatte keinen Nerv mehr für weitere Gartentipps. Alkalischer Boden. Hatte Ernest Gibson hier bei seiner Hilfsaktion einen Fehler gemacht und den falschen Dünger benutzt? Oder hatte er Baby Jean ärgern wollen, nachdem er von ihrem ungewöhnlichen Liebesleben erfahren hatte? Oder war er auf ganz andere Weise die Ursache der rosa Blüten? Im Fäulnisprozess tritt eine Alkalisierung ein, hörte sie ihren Chemielehrer sagen. Was, wenn Uncle Ernie hier lag? Unter der verfärbten Hortensie? Entschlossen steckte Finola ihre Verkleidungsbrille in die Brusttasche der Latzhose und marschierte noch einmal zum Schuppen. Es gab nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob an ihrem jähen Verdacht etwas dran war. Sie musste graben. Ein Spaten war für diese Arbeit eher ungeeignet. Falls sie tatsächlich fündig wurde, durfte sie nichts beschädigen, also brauchte sie eine kleinere Schaufel. Wie gut, dass Mrs. Barlow eine so gute Auswahl an Gartengeräten hatte. Mit einer Pflanzschaufel und einem Handrechen mit ergonomischem Griff bewaffnet, kehrte Finola an das Hortensien Rondell zurück. Die Erde rund um die Pflanzen war überall gleichmäßig locker. Nur die Blütenfarbe deutete darauf hin, dass an dieser Stelle etwas anders war. Vorsichtig kniete sich Finola hin und begann den Boden abzutragen Natürlich hoffte sie, dass sie sich irrte, dass sie nichts und niemanden fand, dass Uncle Ernie irgendwo in Südamerika am Strand saß, es sich gut gehen ließ und endlich seine Nichte anrief. Selbst wenn sie sich dann nicht unbedingt als erfolgreiche Detektivin profilieren würde. Ihre Schaufel stieß auf etwas Festes. Sie schluckte und tauschte die Schaufel gegen den kleinen Rechen. Mit vorsichtigen Bewegungen glättete sie die Erde in der Mulde. An einer Stelle blieb der Rechen hängen. Eine Wurzel? Sie beugte sich ein wenig weiter vor, um besser zu sehen. Nein, das war kein Wurzelwerk. Ein Knopf. Ein Hemdenknopf. Und er lag nicht einfach nur lose da, sondern hing an einem Stoff, der etwas Größeres abdeckte, als ihr Loch im Boden zeigte. Sie hatte Onkel Ernie gefunden. auf den Hemdenknopf gestarrt hatte, wusste Finola nicht, aber irgendwann nahm sie den Gesang der Vögel wieder wahr und ihr Denken setzte ein. Sie musste die Polizei verständigen und Anne. Am besten gleich mit einem Beweisfoto. Sie zog ihr Diensthandy aus der Seitentasche ihrer Latzhose, entsperrte es und öffnete die Kamerafunktion von WhatsApp. Ein wenig beugte sie sich vor, fand einen Winkel, aus dem man ihren Fund gut erkennen konnte, und drückte ab. Es klickte und ihr Daumen glitt automatisch über das Display. In diesem Moment fuhr ihr ein höllischer Schmerz durch den Hinterkopf und vor ihren Augen war nur noch Dunkelheit. Mit dem Pappbesitzer ein Plausch zu beginnen fiel Anne nicht schwer, denn Angus erwies sich als ein Mann, der gern seine Meinung preis gab. Vor allem, nachdem sie ihm durch die Blume erklärt hatte, dass sie ihren angeblichen Gatten eigentlich gar nicht aus den Fängen der männer mordenden Jean befreien wollte, sondern nur suchte, weil er ihr gemeinsames Konto geplündert hatte. Wie kann er eine Frau wie sie für so eine aufgeben? Angus schüttelte den Kopf und warf ihr einen Blick zu, der ein ungewohntes Gefühl von Wärme in ihr erzeugte. Flirtete er etwa mit ihr? Nun, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, sagte Anne. Ernie ist eben… Sie hob die Augenbrauen und zuckte mit den Achseln. Haben sie ihn mal kennengelernt? War er vielleicht mal auf ein Pint hier? Sie nestelte ihr Handy aus der Handtasche und suchte Ernie's Foto heraus. Hier, das ist er. Angus nahm mir das Handy aus der Hand und betrachtete das Bild. Kommt mir nicht bekannt vor. Außer von vorhin, da hat mir ihre Nichte das gleiche Bild gezeigt. Aber wenn die gute Jean ihn in den Krallen hatte, hat er es ohnehin nicht bis hierher geschafft. Ist sie so einnehmend? Bei allen? Wie viele Männer hat sie denn so gehabt? Angus lachte. Soll ich mit einem Augen Aufschlag, den sie schon vergessen geglaubt hatte. Ich habe Zeit. Angus lachte noch lauter. Sie sind mir eine. Anne lächelte und er setzte gerade zum Sprechen an, als der Signalton einer WhatsApp Nachricht erklang. Angus schaute auf Anne's Handy, das er noch immer in der Hand hielt. Ein Foto für sie, sagte er und gab es ihr zurück. Musste das ausgerechnet jetzt sein. Anne warf einen kurzen Blick auf das Display. Eine Message von Fiola ohne weiteren Kommentar. Braun in Braun. Was war das? Sie klickte die Nachricht an, um das Bild größer zu sehen. Wollte Finola ihr zeigen, wie sie umgraben konnte? Sich über ihre Arbeit beschweren? Nein, da war noch etwas in der Mitte des Bildes. Das musste sie weiter vergrößern. Was war das? Ein Hemdenknopf? Das sah ja fast aus, als ob Finola eine Leiche ausgegraben hatte. Ein Moment, Anne drehte sich zur Seite und wählte Finolas Nummer. Sie lauschte dem Freiton, bis die Mailbox ansprang. Dann versuchte sie es noch einmal mit dem gleichen Ergebnis. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Schlechte Nachrichten? fragte Angus. Sie blass geworden. Soll ich Ihnen ein Whisky einschenken? Anne schüttelte den Kopf. Ich muss die Polizei benachrichtigen. Die Polizeistation ist gleich hier um die Ecke, erklärte Angus. Was ist passiert? Anne hielt ihm das Handy hin. Für mich sieht das aus, als ob meine Mitarbeiterin hier eine Leiche ausgegraben hat. Und jetzt antwortet sie nicht. Angus starrte ungläubig auf das Foto, ich muss zu Finola fahren und die Polizei ihre Stimme überschlug sich. Angus legte seine Hand auf ihre. Warten Sie, Sie können nicht einfach so alleine irgendwo hinfahren, wo eine Leiche. Ich muss, unterbrach sie ihn. Sie zog ihre Hand weg und nestelte den Autoschlüssel aus ihrer Tasche. Ich habe gelogen. Mein Name ist Anne Scott und ich bin nicht wirklich Ernest Gibsons Frau, Angus fasste sich schnell. Gut, die Polizei übernehme ich. Wohin soll ich sie schicken? Nach Invertingle, zu Jean Barlow. Shit, hat die jetzt tatsächlich einen Mann ermordet? Anne antwortete nicht mehr. Im Laufschritt eilte sie zu ihrem Auto. Sie spürte es mit jeder Faser. Finola war in Gefahr. Die Vögel zwitscherten unglaublich laut. Finola hatte direkt Kopfschmerzen davon. Ihr Kopfkissen roch nach Blumenerde und fühlte sich auch so an. Vorsichtig öffnete sie die Augen einen Spalt breit. Dies war nicht ihr Bett und ihr Kopf lag tatsächlich auf einem Erdhaufen. Neben ihr war ein Loch im Boden. Ankel Ernie. Auf einen Schlag war die Erinnerung zurück. Vorsichtig richtete Finola sich zum Sitzen auf. Ihr Blick fiel auf das Tuch, das ihr vom Kopf gerutscht sein musste. Sie stopfte es in die Hosentasche und sah sich um. Wo war ihr Handy? Autsch, die Bewegung tat nicht gut. Finola tastete ihren Kopf ab. Was war passiert? Der Hinterkopf fühlte sich ein wenig klebrig an und sie wunderte sich, als sie die Hand zurück zog und betrachtete. Blut! Wie konnte das? Ein heftiger Stich im Magen begleitete die Erkenntnis. Jemand hatte sie niedergeschlagen. Jemand, der nicht wollte, Ankel Ernie gefunden wurde. Jemand, der ihn unter der Hortensie begraben hatte. Jemand, der keine Skrupel kannte. Sie musste hier weg, bevor er zurückkam. Wohin? Sie sah sich um. Kein Mensch war zu sehen. Doch jeden Moment konnte der jemand wiederkommen, um endgültig dafür zu sorgen, dass sie nicht plauderte. Also wohin? Nicht zum Schuppen, nicht zum Haus. Mühsam erhob sie sich, schloss noch einmal kurz die Augen und atmete tief ein und aus, um den Schwindel unter Kontrolle zu kriegen. Dann lief sie los. Hinten im Garten, da, wo sie umgegraben hatte, war die Mauer nicht allzu hoch. Wenn sie dort hinüber kletterte, war sie nicht mehr zu sehen und in Sicherheit. Sie konnte endlich die Polizei anrufen und irgendwie ins Dorf zurückkehren. Ihre Hand tastete nach dem Handy, doch die Hosentasche war leer. Mist. Dafür erreichte sie die Mauer ohne Zwischenfälle. Heute Vormittag bei der Gartenarbeit war sie ihr recht niedrig vorgekommen und die Spalten zwischen den Steinen groß. Doch mittlerweile schien die Mauer gewachsen zu sein. Beim ersten Versuch sie zu erklimmen rutschte ihr Fuß ab, ihr Knie schlug schmerzhaft gegen einen Stein und ihre Hände, die ebenfalls den Halt verloren hatten, brannten. Finola fluchte. Erschrocken sah sie sich um. Hatte jemand sie gehört? Hatte sie verraten, wohin sie geflohen war? Fast panisch griff sie erneut nach der Oberkante der Mauer und setzte einen Fuß auf den Stein, der am weitesten herausragte. Ja, so ging es und dort drüben konnte sie den anderen Fuß hinsetzen. Schnell! Ihre Arme waren keine so große Hilfe, wie sie gehofft hatte. Vielleicht hätten ein paar Einheiten neulich im Fitnessstudio ihren Muskeln gut getan, um sich nun besser hochziehen zu können. Sie stöhnte, als sie es endlich geschafft hatte und die Beine auf die andere Seite der Mauer schwingen konnte. Sie warf einen Blick zurück in den Garten. Nichts. Ihre Hände taten so weh. Beim Hinunterklettern würde sie sich nicht mehr festhalten können. Sie schob sich daher nach vorn und ließ sich dann einfach fallen. Das Dröhnen im Hinterkopf durch den Aufprall war das Letzte, was sie spürte. Die Strecke nach Invertingle fühlte sich dieses Mal gleichzeitig kürzer und länger an als zuvor. Kürzer, weil Ann's kleines Auto auf der kurvenreichen Strecke einen Geschwindigkeitsrekord zu brechen schien. Und länger, weil Ann jede Sekunde wie eine Ewigkeit empfand. Sie musste sich eine Geschichte ausdenken, warum sie zurückkam und nach Rose Miller fragte, schoss es ihr Doch als sie schließlich aus dem Auto sprang und durch das offenstehende Tor in der Mauer auf Jean Barlow's Haustür zueilte, war ihr immer noch nichts eingefallen. Sie musste improvisieren. Sie klingelte. Nichts geschah. Auch auf ihr erneutes längeres klingeln rührte sich nichts im Haus. Wo zum Teufel war Jean Barlow? Und wo war Finola? Ann sah sich um. Wenn sie sich durch Garten kommen. Dann konnte sie nach Finola suchen. Hoffentlich war kein Zaun in dem Blattwerk verborgen. Kein Zaun. Leicht derangiert stand Ann schließlich auf einem breiten Streifen englischen Rasens, in den die Absätze ihrer Schuhe einsanken. Niemand war zu sehen. Was hatte Finola erzählt? Umgraben am hinteren Ende des Gartens? Hatte sie den Toten dort entdeckt? Dann konnte Jean Barlow nicht die Mörderin sein, denn warum sollte sie ein Leichenversteck umgraben lassen? Sie musste Finola finden. Ann zog ihre Schuhe aus und stellte sie unter einen der Büsche. Barfuß konnte sie schneller laufen und war nicht nur auf die gepflasterten Wege angewiesen. Es gelang ihr, den Rasen zu überqueren und im Schatten eines Rondells mit blau- und weiß-blühenden Hortensien die Gartenanlage zu betreten, ohne einen wütenden Aufschrei der Besitzerin hervorzurufen. Hinten, das hieß bestimmt am weitesten vom Haus entfernt. Verdammt, warum war der Garten so riesig? Immerhin konnte sie die Bepflanzung als Sichtschutz nehmen und würde hoffentlich nicht gesehen werden. Sie huschte an Beeten und Büschen entlang, bis sie endlich die Mauer ausmachte. Dort entdeckte sie auch die halb umgegrabene Parzelle. Finola war nicht zu sehen. Finola, rief sie leise und lief näher heran. Keine Antwort. Anne rang nach Atem und blieb am Absperrband stehen, das mit großen Steinen beschwert war. Nein, hier war kein Loch, kein Knopf, keine Leiche. Sie musste sich Finolas Foto noch einmal anschauen. Viel war nicht zu erkennen, aber war das da oben am Bildrand nicht eine rosa Blüte? Anne starrte in den Garten. Rosa? Sie sah überall nur blau, lila und weiß. Wo verdammt noch mal hatte Finola das Foto gemacht? Sie schaute sich immer wieder um, als sie den Weg Richtung Haus nahm, den Finola am wahrscheinlichsten gegangen war. Ihrer Detektivin musste irgendetwas aufgefallen sein, was sie zum Graben an genau jener Stelle veranlasst hatte. Und dann sah sie sie. Eine rosafarbene Hortensie, die ihr förmlich entgegenzuleuchten schien. Als sie Sekunden später an der Mulde im Boden unter der Hortensie stand, war der Knopf am verschmutzten Hemdenstoff klar zu erkennen. Aber wo war Finola? Und warum meldete sie sich nicht? Was war ihr passiert? Der kleine Erdhaufen vom Aushub war seltsam flach gedrückt. Anne ging in die Knie. Da war ein feuchter Fleck. Ihr Herz klopfte schneller. Sie zog ein Papiertaschentuch aus ihrer Jackentasche und drückte es auf die Erde, um die Feuchtigkeit aufzusaugen. Blut. Ein Moment lang erfasste sie Panik. Dann gelang es ihr, sich zusammenzureißen. Jean Barlow. Sie musste doch die Schuldige sein. Denn wer sonst sollte in ihren Garten kommen, um einen Toten zu begraben? Und sie hatte offensichtlich gemerkt, dass ihr Opfer entdeckt worden war. Sie hatte Finola niedergeschlagen und irgendwo hingeschleppt. Das musste gerade erst passiert sein, denn sonst hätte sie das Loch hier bereits wieder zugeschüttet und die Spuren verwischt. Hoffentlich war Finola noch am Leben. Zurückschrecken, es ein zweites Mal zu tun. Ants Hände zitterten, als sie sich wieder aufrichtete und lauschte. Da! Waren das nicht Polizeisirenen in der Ferne? Die Gewissheit, dass die Ankunft der Freunde und Helfer unmittelbar bevorstand, gab ihr den Mut, auf das Haus zuzulaufen. Eine Tür stand offen, sie führte in die Küche. Dort am Küchentisch saß Jean Barlow und starrte in ein leeres Whisky Glas. Sie musste Ants Anwesenheit an der Tür gespürt haben, denn sie hob den Kopf. Tränenspuren hatten sich in ihr Make-up gegraben. Es tut mir so leid, sagte sie tonlos. Es tut mir so leid. Lautes Klingeln ließ beide zusammen zucken. Ich mach auf. Anne eilte zur Haustür. Miss Scott, fragte einer der Polizisten. Hier soll worden sein? Wo ist Miss Barlow? In der Küche. Kommen Sie rein und fragen Sie bitte sofort, was sie mit meiner Mitarbeiterin gemacht hat. Den Weg zum Leichenfundort kann ich Ihnen danach zeigen. Finola! Rief da jemand nach ihr? Dieses Mal wusste Finola sofort, wo sie sich befand und was passiert war, als sie die Augen aufschlug. Sie lag auf einer Schafweide hinter der Gartenmauer von Jean Barlow. Zwei der Blackface-Schafe waren näher gekommen und starrten sie neugierig an. Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Ein Griff an den Hinterkopf bewies, dass die Wunde dort kaum noch blutete. Okay, Mädels, ich hab's überlebt, flüsterte sie den Schafen zu und setzte sich vorsichtig auf. Puh, ein wenig schwindelig war ihr doch. Schade, dass ihr keine Pferde seid oder Esel, dann müsste ich jetzt nicht laufen, murmelte sie. Doch die Schafe starrten sie nur weiter an und kauten. Das Aufstehen klappte ganz gut und dank der Mauer konnte Finola sich immer wieder festhalten, wenn die Welt anfing, sich spürbar zu drehen und es in ihren Ohren aufheulte. Moment, wieso klang das Geräusch wie eine Polizeisirene und warum wurde es immer lauter? Dann war auf einen Schlag alles wieder still. Wie sie zur Haustür gekommen war, wusste sie nicht. Doch da vor Mrs. Barlows Haus zwei Polizeiwagen standen, nahm sie die Gelegenheit wahr, durch die offene Tür hineinzugehen. Stimmen drangen aus der Küche. Männerstimmen, die eindringliche Fragen zu stellen schienen. Dann eine laute Frauenstimme. Wo ist Rose Miller? Anne. Langsam näherte sich Finola der Küchentür. Im Garten, konnte sie Miss Barlow sagen hören. Ich wollte sie etwas fragen und da fand ich sie. Ein Schluchzen. Und sie haben sie niedergeschlagen. Ich denke, es ist meine Aufgabe, Miss Barlow zu befragen, mischte sich eine Männerstimme ein. Nicht bevor ich Finola wieder gefunden habe, widersprach Anne energisch. Also Miss Barlow, was geschah dann? Sie kniete am Boden und hat mich nicht gehört. Da war die Schaufel neben ihr und und dann habe ich zugeschlagen. Aber sie hat noch geatmet, das schwöre ich. Und wohin haben sie sie gebracht? Gebracht? Das klang ehrlich verwundert. Ist sie denn nicht mehr dort? Ich brauchte einen kleinen Drink, wusste nicht, was ich machen sollte. Nein, sie ist nicht mehr dort, verdammt. Oder hat einer ihrer Kollegen sie inzwischen entdeckt? Sie schien sich an einen der Polizisten zu wenden. Hier bin ich, wollte Finola rufen, aber kein Ton kam aus ihrem Mund. Endlich erreichte sie die Küchentür, gerade rechtzeitig, um einen Polizisten aus dem Garten hereinkommen zu sehen. Wer haben die Leiche gefunden? Ich habe die Spurensicherung informiert. McLean bleibt vor Ort, bis die Kollegen kommen. Ich werde draußen warten und sie hinführen. Danke. Ein Mann in Zivil trat ein wenig zur Seite und Finola konnte Miss Barlow sehen, die wie ein Häufchen Elend auf ihrem Stuhl saß. Dann wollen wir doch mal zur Policestation fahren und unser kleines Gespräch dort fortsetzen. Ein toter Mann und eine verschwundene Frau. Der Mann schüttelte den Kopf. Ich habe niemanden getötet, schluchzte Jean Barlow. Ja, ich habe Rose niedergeschlagen, aber wenn sie ernsthaft verletzt wäre, würde sie doch noch da liegen, oder? Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich war so verzweifelt und wusste nicht, was ich machen sollte. So verzweifelt, weil sie Ernest Gibson umgebracht und in ihrem Garten vergraben haben und jetzt entlarvt wurden? Enns Stimme klang schneidend. Ich habe ihn doch nicht umgebracht. Er ist einfach umgekippt, als er sich auszog. Er hat was genommen, weil, also ich meine, er hatte morgens Schwierigkeiten gehabt, als er, als wir, und dann hat er gesagt, beim nächsten Mal wird er nachhelfen. Sie begann zu weinen. Viagra? fragte Anne. Sie schien nicht überrascht. Miss Barlow nickte. Ich habe noch Witze gemacht, sie schluchzte kurz auf. Also ich habe gesagt, er müsse besser auf seine Vitamine achten, wenn das nicht dauerhaft zum Problem werden sollte. Vitamine haben noch niemandem geschadet, erklärte einer der Polizisten. Finola zuckte zusammen. Der Grapefruit-Saft im Kühlschrank. Wenn man ein Medikament mit Grapefruit-Saft nimmt, kann das schon mal schief gehen, krächzte sie. Alle Augen wandten sich ihr zu. Hi, sagte sie. Dann wurde ihr wieder schwindelig und sie ließ sich an der Türfüllung hinuntergleiten, bis sie auf dem Boden zu sitzen kam. So war es besser. Finola! Plötzlich kniete Anne neben ihr und sie spürte ihre Arme um sich. Finola ließ ihren Kopf an Ens Schulter sinken. Ich bin okay, flüsterte sie. Tatsächlich kann die Kombination von Sildenafil, das ist der Wirkstoff in Viagra, und Grapefruit-Saft zu einem plötzlichen starken Blutdruckabfall führen, erklärte Finola. Und wenn das Herz-Kreislauf-System nicht so top ist, sie zuckte mit den Achseln. Wieder was gelernt, nicht wahr, Lachie? Anne grinste und lehnte sich im Sessel zurück. Ich mag ohnehin keinen Grapefruit-Saft, mochte ich noch nie, erklärte Lachie mit ernster Miene. Das beruhigt mich sehr. Anne grinste noch immer. Du hast Glück gehabt, dass sie dich nicht im Krankenhaus behalten haben. Lachie nahm Finolas Hand. Bist du sicher, dass du keine Gehirnerschütterung hast? Die Ärztin war sich sicher, und der gute Angus im Pub auch, nicht wahr, Anne? Ihr wart nach all dem noch im Pub? Lachie runzelte die Stirn. Die hatten im Krankenhaus keinen Whisky, und Finola brauchte dringend a weed dram, und ich einen großen Kaffee für die Heimfahrt, fügte Anne hinzu und gähnte. Mir scheint, du brauchst jetzt auch wieder einen Kaffee. Soll ich schnell in die Küche gehen? Finola richtete sich vom Sofa auf, doch Anne drückte sie zurück in die Kissen. So weit kommt's noch. Die Ärztin hat gesagt, du sollst dich schonen. Ich bin gleich wieder da. Du kannst inzwischen Lachie weiterberichten. Noch jemand was? Finola und Lachie schüttelten den Kopf. Fein, ich verlasse diese heiligen Hallen auch nicht gerne, erklärte Finola, als Anne die Tür hinter sich geschlossen hatte. Es ist so schön hier. Heilige Hallen? Das hier. Mit einer großen Geste beschrieb Finola den hellen Raum, der neben dem schlichten modernen Sofa, auf dem sie lag, und zwei passenden Sesseln eine ganze Wand voller Bücherregale aufwies. Die gegenüberliegende Seite wurde von einem Schrank mit vielen großen Schubladen und einer langen Arbeitsplatte eingenommen, über der drei bunte Gemälde von ziemlich abstrakten Katzen hingen. Vor der breiten Fensterfront stand eine Staffelei mit ihr Atelier. Lachy nickte und sah sich um. Ich verstehe, was du meinst. Das hier ist ganz Anne, nicht wahr? Finola stimmte ihm zu. Zuerst wirkte der Raum schlicht und geradlinig, und dann, wenn man genauer hinschaute, entdeckte man kleine Kostbarkeiten, wie bunte Figürchen vor den Büchereien und ein Miniaturgemälde über dem Lichtschalter. Ich wusste nicht, dass sie Künstlerin ist. Sie spricht nicht mehr darüber, seit sie die Detektei übernommen hat. Lachys Stimme klang bedauernd. Jetzt hat sie andere Prioritäten, aber vielleicht kann sie ja später wieder. Auf jeden Fall habt ihr den Fall gut zu Ende gebracht. Das war ein abrupter Themenwechsel. Was ich aber noch nicht verstehe, ist, warum diese Jean Barlow Ernie vergraben hat, statt den Arzt zu rufen und alles seinen Weg gehen zu lassen, fuhr Lachy fort. Wenn es doch ein natürlicher Tod war. Finola seufzte. So ganz verstehe ich das auch nicht. Sie ist wohl irgendwie in Panik geraten. Es war ihr übermäßig peinlich, dass er halbnackt in ihrem Wohnzimmer lag, und sie hatte Angst, was man von ihr denken könnte, wenn man ihn so fand. Halbnackt? Er trug wohl nichts als sein Hemd. Was für ein Glück, dass ich an der richtigen Stelle gegraben habe. Sie schnitt eine Grimasse. Die Frau hatte Angst, was man von ihr denken könnte. Ich dachte, es war ringsum bekannt, dass sie Gärtnern und Sex miteinander verbannt. Lachy schüttelte den Kopf. Naja, anscheinend war ihr nicht klar, dass sie dank Angus dem Pappwirt diesen Ruf als männermordende Jean hatte. Sie hielt sich wohl für diskret. Und da sie ja davon ausging, dass Ernest Gipsen keine Familie hatte, dachte sie, niemand würde ihn vermissen, wenn sie seine Sachen verschwinden ließ und ihn einfach in der lockeren Erde verscharrte. Unter den Hortensien, die er erst kurz zuvor für sie gepflanzt hatte, um das Rondell anzulegen. Deshalb war es ja so einfach, dort eine Grube auszuheben. Verrückt. Muss ganz schön schwer gewesen sein, ihn dorthin zu transportieren und zu vergraben. Finola nickte. Kein Wunder, dass sie Rückenschmerzen hatte. Die Zimmertür ging auf und Anne rief fröhlich. Da bin ich wieder. Ups, da sind wir wieder. Die graue Katze, die Finola seit Tagen nicht mehr gesehen hatte, drückte sich vor Anne durch den Türspalt und rannte auf Finola zu. Mit einem mächtigen Satz sprang sie auf ihre Beine, leckte kurz ihre Pfote und Das macht sie sonst bei Fremden nicht, erklärte Lachy. Das heißt, du bist keine Fremde mehr. Du gehörst jetzt hierher. Aber ich habe sie neulich Abend im Dunkeln getreten, natürlich aus Versehen. Finola streckte ihre Hand aus und ließ Olga Kontakt aufnehmen. Die Katze rutschte näher und rieb ihren Kopf an ihren Fingern. Sieht ganz so aus, als ob sie dir verziehen hat. Lachy schmunzelte. Ende gut, alles gut, sagte Finola. Doch Annes Blick schien das nicht zu bestätigen. Es war gemütlich auf Annes Sofa mit Olga, die sich inzwischen auf Finolas Bauch vorgearbeitet hatte, und Annes und Lachys leisen Stimmen im Hintergrund. Sie besprachen, wer den Dienstwagen der Detektei aus Oban abholen sollte, der ja immer noch dort stand und wann dies am günstigsten in den Arbeitsablauf passte. Finola schloss die Augen. Sie musste noch einmal eingedöst sein, denn als sie aufwachte, war sie allein. Sie fühlte sich eindeutig frischer und ausgeruhter. Anne hatte ihr zwar heute freigegeben, aber das hieß ja nicht, dass sie den ganzen Tag hier rumliegen musste. Ein kleiner Spaziergang durch Morningside würde ihr guttun. Vielleicht mit einem fröhlichen Cupcake-Päuschen in Laurie's Café? Wenn sie den Kopf nicht ruckartig bewegte, so stellte sie beim Aufstehen fest, tat er gar nicht mehr weh. Gut. Sie zog sich in ihrem Zimmer um, griff nach ihrer Tasche und murmelte die magischen Worte vorm Verlassen des Hauses. Schlüssel, Handy, Geld. Schlüssel und Geld waren da. Ihr Oben. Aber sie hatte ja noch ein eigenes, das musste auf ihrem Nachttisch liegen. Zwei Handys zur Arbeit mitzunehmen, war ihr in den letzten Tagen übertrieben erschienen. 48 neue Nachrichten und sieben verpasste Anrufe von ihrer Großmutter. Mist. Sie rief sofort zurück. Hallo Granny, ist etwas passiert? Das sollte besser ich fragen, tönte die Stimme ihrer Großmutter aus dem Lautsprecher. Warum erreiche ich dich nicht? Jetzt bin ich ja da. Und gestern? Gestern Nachmittag? Was war da? Verflixt, ihre Großmutter hatte wohl mal wieder eine ihrer Ahnungen gehabt. Meine Chefin und ich haben in Oben einen Fall gelöst. Es war ein wenig hektisch und ich hatte mein Handy in Edinburgh gelassen, erklärte Finola. Es ist aber alles gut gegangen. Hm, wirklich, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hast du meine Tropfen Nummer drei genommen? fragte ihre Großmutter streng. Die Tropfen gegen Kopfverletzungen und Verletzungsschock? Woher wusste sie, dass Finola verletzt war? Noch nicht. Dann nimm sie jetzt und geh an die frische Luft und beim nächsten Auftrag nimm gefälligst dein Handy mit. Ja, Granny, ich hab dich auch lieb. Laurie wirkte ein wenig reserviert, als Finola das kleine Kaffee betrat und sie grüßte. Latte Macchiato? fragte Laurie. Gerne, und so ein Fliegenpilz Cupcake. Laurie nickte. Kommt sofort. Sie drehte sich nach der Kaffeemaschine um. Das Tischchen ganz hinten war frei. Finola setzte sich und beobachtete, wie Laurie ihre Bestellung richtete und dann mit dem kleinen Tablett zu ihr kam. Bitte schön. Das klang nicht wie die Laurie, die sie kennengelernt hatte. Was ist los? fragte Finola. Sollte vielleicht besser ich fragen, zischte Laurie. Finola sah sie fragend an. Ich wollte dich gestern besuchen. Du hast doch gesagt, du wohnst bei Mrs. Scott. Aber dein Name steht nicht an der Tür und überhaupt hat niemand geöffnet. Wir waren gestern in Oban. Tut mir leid, es Mieterin einfach mal an die Westküste? Äh, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich glaube nicht, dass du wirklich Physiotherapeutin bist. Aber warum lügst du mich an? Laurie legte den Kopf schief und sah Finola herausfordernd an. Finola schaute zum Nebentisch, aber die beiden Frauen dort schienen in ihr eigenes Gespräch vertieft. Wenn sie leise genug sprach, würden sie nichts mitkriegen. Ich habe nicht gelogen, ich bin tatsächlich Physiotherapeutin, erklärte sie. Aber jetzt arbeite ich für Anne Scott, als Detektivin. Das soll allerdings nicht an die große Glocke, weil ich ja sonst niemanden mehr heimlich observieren kann. Laurie ließ sich auf den zweiten Stuhl fallen. Hab ich's doch gewusst, flüsterte sie. Ihre Reserviertheit war auf einen Schlag verschwunden. Cool, ich Finola nahm ein Bissen des rot-weiß glasierten Cupcakes. Dann geht es Mrs. Scott jetzt finanziell wieder gut? Ich hab mir ja schon Sorgen gemacht. Es gibt Gerüchte, auf Gerüchte sollte man nicht hören. Stimmt. Laurie lächelte und sprang auf, um den Mann zu bedienen, der hereingekommen war und nun an der Verkaufstheke stand und die bunten Cupcakes betrachtete. Finola sah ihr nach. Natürlich sollte man nicht auf Gerüchte hören, aber da war der Spruch mit dem Rauch und dem Feuer. Hatte Anne wirklich finanzielle Schwierigkeiten? Und wenn ja, was bedeutete das für MWS Investigators? Das Blue Kitten war wieder recht voll, sodass Finola sich hinter einer Gruppe junger Leute postieren konnte, um Craig Erskine im Blick zu behalten. Sie hatte sich dieses Mal nicht groß verkleidet. Jeans, Lederjacke, Sneakers, eine schwarze Kurzhaaperücke und viel Make-up. Es würde die letzte Observierung sein, wenn Craig Erskine nicht heute noch seine Geliebte traf und Amanda daraufhin den Auftrag verlängerte. Gestern war er sofort nach Dienst Schluss mit dem Bus nach Hause gefahren, wofür Finola dankbar gewesen war, denn bis dahin hatten die Wunde am Kopf und der Bluterguss am Knie doch wieder ziemlich geschmerzt. Anne hatte den Fall bereits abschließen wollen, als sie aus Lorries Café zurückgekommen war, aber Finola hatte ihre Chefin davon überzeugt, dass sie fit genug war, noch zwei Tage durchzuhalten. Anne hatte sich überzeugen lassen, dass der Freitagabend ein Schlüsseltermin war. Ein traditioneller Pappbesuch mit den Kollegen, von dem sich der untreue Craig nach kurzer Zeit absetzen konnte, bot ein tolles Alibi. Mit ihrem Gin Tonic in der Hand kam sie mit zwei deutschen Touristinnen Lisa und Sophie ins Gespräch, die ebenfalls Gin Tonic tranken. Das war zum einen ganz nett und zum anderen natürlich praktisch. Allein hier zu stehen und einen Mann zu beobachten hatte etwas von Stalking. Aha, allgemeine Verabschiedung mit Umarmungen. Machte sich Craig auf den Weg? Nein, seine Kollegen Dan und Jess drängten sich Richtung Ausgang, während er mit einem älteren Herrn weiter diskutierte. Dan und Jess? Die Streithähne aus den Princess Street Gardens? Hatte sie da etwas verpasst? Nun, es konnte ihr egal sein, die beiden waren kein Teil des Auftrags. Zwei junge Männer sprachen Finola und die Touristinnen an und gesellten sich zu ihnen. Lisa und Sophie schütteten sich aus vor Lachen, weil sie nur die Hälfte der Sätze verstanden. Euer Schottisch ist einfach gruselig, behauptete Lisa. Gruselig schön, berichtigte Sophie, und natürlich ließen es sich die beiden Schotten nicht nehmen, mit immer übertriebenerem Akzent Wörter vorzuschlagen, die die Deutschen noch nie gehört hatten. Finola warf ein Blick hinüber zu Craig Erskine. Dummerweise lachte Lisa in diesem Moment so schrill auf, dass er herübersah. Mist, sofort führte Finola ihr Glas zum Mund und tat, als wäre sie an dem lustigen Gespräch beteiligt und völlig uninteressiert an allem anderen. Aus dem Augenwinkel konnte sie allerdings sehen, dass Craig immer noch herüberschaute und die Stirn runzelte. Was passte ihm nicht. Sie würde ihre Stimmung nicht von ihm beeinflussen lassen, schließlich war sie beruflich hier, während er darauf wartete, fremd zu gehen. Also warf sie ihm einen giftigen Blick zu und drehte sich um. Dann trank sie ihr Glas leer und verabschiedete sich von den Deutschen, die sie kaum noch beachteten, so sehr hatten die jungen Schotten sie vereinnahmt. würde sie eben draußen warten, er würde sicher bald kommen. Tatsächlich musste sie nur zehn Minuten warten, bis Craig Erskine aus dem Pub trat. Finola drückte sich tiefer in das Eingangstor, in dem sie ein wenig Schutz vor dem Regen gefunden hatte. Das Objekt ihrer Observierung schlug den Mantelkragen hoch und ging Richtung Princess Street. Sie folgte ihm in sicherem Abstand. Einmal sah er sich um, aber Finola trat schnell in den Imbissladen ein, an dem sie gerade vorbeikam. Was kann ich für dich tun? zwitscherte die junge Frau bis Zehn und nahm erneut die Verfolgung auf. Gerade rechtzeitig. Craig bog um die Ecke. Sie hastete hinterher, bis sie ihn wieder im Sichtfeld hatte. In der Princess Street wechselte er die Straßenseite und blieb an der Bushaltestelle stehen, dort, wo die Linie 11 Richtung Fairmilehead abfuhr. Und da kam der Bus auch schon. Ein kurzer Blick zeigte, dass gerade kein Auto zu sehen war. Finola begann zu rennen. Tatsächlich, Craig stieg ein. Zum Glück hatte der Busfahrer sie gesehen und wartete, bis auch sie völlig außer Atem einsteigen konnte. Craig Erskine musste nach oben gestiegen sein, denn auf der unteren Ebene saßen nur zwei ältere Frauen und eine Mutter mit einem Baby im Tragetuch. Finola ließ sich auf einen der freien Sitze fallen. Das hier bedeutete wohl, dass er nach Hause fuhr. Zu seiner eigenen Frau, nicht zu irgendeiner anderen. Sie würde ihm aber sicherheitshalber heute tatsächlich bis zur Haustür folgen. Es war ja das letzte Mal. Das war schon ein wenig enttäuschend. Auch dieser Fall erwies sich also nicht als echte Missetat. Andererseits war es nicht schön zu wissen, dass nicht jeder Mann untreu war? Hast du vor der Trauerfeier noch Zeit? fragte Anne beim Frühstück. Ich möchte gern ein paar Dinge mit dir besprechen. Sie sah nicht gut aus, sorgenvoll oder vielleicht auch nur trauernd. Immerhin würden sie heute Ernie's Asche zu Grabe tragen und Anne war jahrelang mit ihm befreundet gewesen. Finola hatte lange überlegt, ob sie Amandas Einladung zur Trauerfeier überhaupt annehmen sollte. Schließlich war diese ja eigentlich eine Angelegenheit für die Familie und enge Freunde. Aber Anne und Lachy hatten ihre Bedenken beiseite gefegt. Ohne dich hätte Amanda ihren Onkel nie begraben können, hatte Lachy schließlich gesagt. Und schwarze Klamotten besitzt du ja, also keine Ausreden. Ja, ich hab Zeit, antwortete Finola. Dann komm bitte mit in mein Büro. Anne stand auf. Warum sprach sie nicht einfach am Irgendetwas stimmte nicht. Im Büro setzte Anne sich sofort hinter ihren Schreibtisch und bot Finola den Platz davor an. Auch das war ungewöhnlich. Ich habe gestern bei Amanda und Craig endlich doch noch herausgefunden, was es mit der Visitenkarte von Barrett und Browning auf sich hatte, begann Anne. Sie hat tatsächlich in dem Reiseführer gesteckt. Ich habe den Abdruck der Heftklammer gefunden. Das Buch gehörte Jean Barlow und sie hatte es wohl an Ernie geschickt, um ihm Appetit auf einen Aufenthalt in Invertingle zu machen. Ein Foto fand sich auch noch zwischen den Seiten, als ich es durchgeblättert habe. Jean Barlow mit oben ohne und unten gar nichts. Finola unterdrückte ein Grinsen. Dann gehörte der Reiseführer also Ernie und gar nicht Craig? Genau. Ernie muss ihn im Auto verloren haben, als Craig ihn nach dem letzten Abendessen nach Hause gefahren hat, weil er ein bisschen viel getrunken hatte. Craig hat das Buch gefunden, als er wieder daheim ankam und es ins Handschuhfach gesteckt, um es später zurückzugeben. Schön, dass dies jetzt auch geklärt ist, sagte Finola. Was sie jedoch immer noch nicht verstand, warum erzählte Anne ihr das nicht einfach schüttelte den Kopf. Und Craig auch nicht. Und dein verstorbener Mann auch nicht, fügte Finola spontan hinzu. Anne zuckte zusammen. Was weißt du von meinem Mann? Nicht viel, nur, dass du ihn irgendwie im Verdacht hattest, Barrett und Browning zu kennen, sonst hättest du Miss Browning nicht nach ihm gefragt. Anne nickte langsam. Ich dachte, er könnte mit Ernie zusammen Geld angelegt haben, über die Anwälte in Invertingle. Was? Finola ließ sich im Stuhl zurückfallen. Wieso denn das? Anne hob die Schultern und schluckte sichtbar. Ja, damit komme ich zu meinem eigentlichen Problem. Malcolm hat nämlich ein paar Wochen vor seinem Tod Geld von unserem Konto abgehoben. Eine größere Summe. Finola beugte sich wieder vor. Und? Und das Geld ist verschwunden. Und ich kann die Schulden der Detektei nicht bezahlen, die Malcolm hinterlassen hat. Und die Bank gibt mir kein Darlehen, weil ich ja nicht einmal vom Fach bin. Und ich muss MWS Investigators zum Monatsende schließen und Konkurs anmelden. Das ist das Und. Nicht wirklich. Doch wirklich. Es tut mir leid. Ich hatte auf einen Kredit gehofft und ausgerechnet mich damit noch etwa drei Monate über Wasser halten zu können. Wenn sich in dieser Zeit ein paar lukrative Mandate aufgetan hätten, sie zuckte mit den Schultern. Aber nachdem die Bank meinen Antrag nun endgültig abgelehnt hat und stattdessen eine weitere Rechnung ins Haus geflattert ist, muss ich den Tatsachen ins Auge sehen. Du kannst natürlich noch hier wohnen bleiben, bis du etwas anderes hast. Finola schüttelte den Kopf. Kann dir Amanda nichts leihen? Oder Lachy? Oder sonst eine Freundin? Das kommt nicht in Frage. Ich wüsste nicht, ob ich das Geld je zurückzahlen könnte. Aber wenn wir noch mehr Aufträge bekommen und Fälle lösen und die Honorare es tut mir leid. Ich dachte, ich schaffe es mit all den Einsparungen durch die Büroräume hier im Haus und den Entlassungen der anderen Detektive. Deren Gehälter konnte ich einfach nicht mehr bezahlen. Aber ganz ohne jemanden für Observierungen ging es dann doch nicht. So habe ich eine Aushilfe gesucht, der ich ein Zimmer anbieten konnte, um am Gehalt zu sparen. Ich wollte unbedingt durchhalten, um zumindest Lachys Arbeitsplatz dauerhaft zu erhalten. Und fast hätte es geklappt. Aber mir fehlen bis morgen noch genau 5000 Pfund. Im Grunde eine vergleichsweise fast lächerliche Summe, nicht wahr? Aber wenn man sie nicht hat? 5000 Pfund? fragte Finola. Und damit wäre die Detektei gerettet? Er nickte. Es gäbe zumindest eine Chance weiterzumachen. Also lass uns weitermachen. Mit ein bisschen Werbung können wir mehr neue Aufträge bekommen und wenn wir dann Finola Deary Du hast nicht zugehört. Es fehlen 5000 Pfund bis morgen. Oder hast du diese Summe etwa zufällig noch im Rucksack stecken? Ein Lächeln zog über Finolas Gesicht. Im Rucksack nicht, sagte sie langsam. Aber auf dem Konto? Bereit zum Abheben? Hab ich von einem netten alten Herrn geerbt, um etwas machen zu können, an dem mein Herz hängt. Und mein Herz hängt seltsamerweise an dieser Detektei. Und an Edinburgh und an dir und Lachy, fügte sie schnell hinzu. Das kann ich nicht annehmen, entschüttelte den Kopf. Widersprüchliche Empfindungen zeichneten sich auf ihrem Gesicht ab. Dann schien ihr eine Idee zu kommen. Außer... Außer? Außer du wirst meine Teilhaberin. Du würdest mich als Teilhaberin haben wollen? Finola musste sich räuspern. Warum nicht? Wir könnten es zusammen probieren. In Invertingle waren wir doch ein gutes Team. Und bei der Observierung von Craig hast du erstklassig gearbeitet. Ich sehe deine Zukunft durchaus als Detektivin. Mit nur 5000 Pfund? Mit den entscheidenden 5000 Pfund. Wow! Finola schluckte. Wir müssten natürlich einen Vertrag machen, der alles regelt. Und einen neuen Namen finden. MWS, also Malcolm Wallace Scott, passt ja nun nicht mehr. Mac Tavish and Scott klingt ziemlich gut, denke ich, tönte eine Männerstimme von der Tür. Hat den richtigen Rhythmus. Lachy, stieß Anne aus. Finola drehte sich um. Da stand tatsächlich Lachy. Er trug einen ungewohnten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte und grinste übers Soll ich den Sekt gleich aufmachen oder begießen wir das doch in Ruhe nach der Trauerfeier? Viel Zeit haben wir jetzt nämlich nicht mehr, sagte er. Wie viel hast du gehört? fragte Anne. Genug. Und was sagst du? Ich gratuliere. Uns allen. Die Beerdigung war schlicht und feierlich. Und nach den Trauerreden bedauerte Finola sehr, Ernie nicht lebendig kennengelernt zu haben. Danach fanden sich die Trauergäste im Haus von Amanda und Craig in Fairmilehead zusammen. Es gab ausreichend Fingerfood und Getränke und man stand in kleinen Grüppchen beieinander, um sich über den Verstorbenen auszutauschen oder alltägliche Gespräche zu führen. Wie die beiden Frauen, Bekannte von Ernie, die sich angeregt über ihre Enkelkinder unterhielten. Welcher Art wohl ihre Bekanntschaft gewesen war? Lachie stand bei einigen von Ernie's Freunden. Die Männer schienen sich alle schon lange zu kennen. Anne saß mit Amanda in einer Ecke, beide hielten ein Becher Tee in der Hand. Trotz ihres geschickten Make-ups sah man Amanda an, dass sie geweint hatte. Finola fühlte sich verloren in dieser Menge von Fremden. Sie sah auf die Uhr. Noch ein paar Minuten, dann konnte sie sich diskret verabschieden. Langsam bewegte sie sich Richtung Haustür. Sie wollen aber nicht schon gehen, oder? sagte jemand hinter ihr. Finola zuckte zusammen. Sie erkannte die Stimme sofort. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Craig, Craig Erskine. Langsam drehte sie sich zu ihm um. Und Sie sind Anne's neue Mitarbeiterin Finola, die den Onkel meiner Frau gefunden hat. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich hatte Amandas Sorgen nicht wirklich ernst genommen, aber er stockte. Kennen wir uns irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste, behauptete Finola, doch es fiel ihr schwer, seinem bohrenden Blick standzuhalten. Doch, doch, Moment, kann es sein, dass Sie auch bei Brunsfield Fitness trainieren? Ähm, ja, ich war dort schon mal. Ich erinnere mich, die Frau an der Bar mit dem Gin Tonic, er grinste. Was für ein Zufall. Ja, seltsamer Zufall, stimmte Finola zu. Sie musste hier weg. Ich kann Ihnen heute tatsächlich einen Gin Tonic anbieten. Kommen Sie kurz mit in die Küche. Ich habe angesichts von Ernie's Pappfreunden nicht alles offen herumstehen. Er sah sie so auffordernd an, dass ihr nichts übrig blieb, als ihm zu folgen. Leider hatte niemand anderes den Weg in die Küche gefunden, sodass sie allein waren. Craig mixte zwei steife Gin Tonics und reichte ihr eines der Gläser. Also noch einmal, danke für Ihren Einsatz, sagte er. Finola hob das Glas an den Mund, um ihre Verlegenheit zu überspielen. Halt! Craigs Augen schienen sie zu durchbohren. Sie waren nicht zufällig kürzlich im Blue Kitten, mit einem Gin Tonic in der Hand, aber irgendwie einer anderen Frisur? Mist, sie war nachlässig geworden, die Verkleidung hatte wohl doch nicht ausgereicht. Überhaupt, er trat einen Schritt zurück, musterte sie, trat dann wieder näher und sah ihr direkt in die Augen. Finola schwieg und hielt seinem Blick stand. Sie hatte schließlich nichts Unrechtes getan. Es kommt mir so vor, also er runzelte die Stirn. Finola den Absprung zu schaffen. Ich muss jetzt leider gleich gehen. Ich habe noch einen Termin. Craig griff nach ihrem Arm und schüttelte den Kopf. Warte, mir kommt gerade ein schrecklicher Gedanke, sagte er leise. Du hast etwas an dir. Hast du mich kürzlich etwa verfolgt? Als Detektivprüfung oder so, um zu sehen, ob ich dich bemerke? Steckt Anne dahinter? Sein Blick war so intensiv, dass Finola die Augen niederschlug. Also doch. Er ließ sie wieder los und lachte leise. Und ich hatte schon gedacht, ich spinne ein bisschen, weil ich mich fast ständig beobachtet gefühlt habe. Du warst richtig gut. Worin war Miss McTavish richtig gut? Amanda hatte die Küche betreten, eine leere Glasteekanne in der Hand. Darin mich zu verfolgen? Nun, wenn du davon weißt, war sie mein Geld wohl doch nicht wert. Amandas Stimme war schneidend. Craigs Blick löste sich von Finola. Er starrte seine Frau an. Was heißt das? Amanda kniffed die Lippen zusammen und schwieg. Hast du sie etwa beauftragt? Nein, das ist... Sein entsetzter Blick ging von Amanda zu Finola und wieder zurück. Aber warum? Finola versuchte, sich auf die Tür zu zu bewegen. Doch Craig griff erneut nach ihrem Arm. Halt, hier geblieben. Das will ich jetzt geklärt haben. Amanda hat dir den Auftrag gegeben, mich zu verfolgen? Observieren, korrigierte Finola. Aber warum, zum Teufel? Was solltest du herausfinden? Ob es eine Geliebte gibt? Jetzt war es egal, wenn sie keine Diskretion mehr walten ließ, fand Finola. Sie war ohnehin enttarnt. Craig ließ sie wieder los. Der Arme, er schien wirklich aus allen Wolken zu fallen. Deine verdammte Eifersucht, schrie er Amanda an. So weit hat sie dich getrieben, dass du eine verdammte Detektivin auf mich ansetzt? Du denkst, ich betrüge dich? Verdammt noch mal, wie krank ist das denn? Wenn sich hier jemand betrogen fühlen kann, bin wohl ich das. Amanda hob trotzig das Kinn. Langsam schob Amanda beachteten sie nicht mehr. Auf dem Weg zum Bus kämpfte sie mit Übelkeit. Sie hätte nicht zu dieser Trauerfeier gehen dürfen. Schlimm genug, dass Craig sie aus dem Fitnessstudio erkannt hatte. Aber dann, das durfte ihr nie wieder passieren. Und jetzt musste sie dringend an etwas anderes denken, als an Craig Erskins berechtigte Wut. Malcolm Scott. Sie würde sich gleich einmal zuhause in Ruhe hinsetzen und überlegen, wie sie vorgehen konnte, um das verschwundene Geld zu finden. Es musste schließlich irgendwelche Spuren geben. Und im Augenblick war sie ohne Auftrag und hatte Zeit für dieses Rätsel. Ihr Handy klingelte. Anne. Finola, wo bist du denn? Lachie und ich suchen dich. Ich bin schon gegangen, bin gleich an der Bushaltestelle. Bleib stehen und warte, wir kommen auch, wir haben schließlich noch was zu feiern. Bevor Finola antworten konnte, hatte Anne aufgelegt. Also wartete sie und versuchte, sich mit tiefen Atemzügen zu beruhigen. Dann würde sie eben zuerst einmal mit Anne und Lachie die neue Detektei McTavish and Scott feiern. Auch das war Ablenkung. Und morgen war endgültig der Fall Malcolm Scott dran. Lachie betrat noch einmal sein Arbeitszimmer und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er starrte einen Moment lang auf den schwarzen Bildschirm des PCs, dann auf das Foto, das schräg dahinter hing und ihn zusammen mit Anne und Malcolm zeigte. Nach einer Weile stand er auf. Ein Lächeln umspielte seinen Mund. McTavish and Scott. Das klang wirklich gut. Die kleine McTavish hatte sich als Glücksgriff erwiesen. Ohne sie hätte Anne weder Erneys Verschwinden aufklären noch die Detektei retten können. Bei dem Gedanken daran, dass Anne hauptsächlich versucht hatte, MWS Investigators weiterzuführen, damit er seinen Arbeitsplatz nicht verlor, wurde ihm warm ums Herz. Es schien ihr nicht bewusst zu sein, dass er mit seinen Kenntnissen und besonderen Fähigkeiten jederzeit problemlos eine andere Stelle finden würde. Andersons hatte oft genug versucht, ihn abzuwerben, und die zahlten wirklich gut. Lachie trat aus seinem Arbeitszimmer und lauschte dem Klang von Finolas Stimme und Annes Lachen, die durch die geschlossene Küchentür drangen. Mit dem Gefühl tiefster Zufriedenheit machte er sich auf den Heimweg. Natürlich würde er Anne nie verlassen. Das war Mac Tavish and Scott Die Lady Detectives von Edinburgh von Gitter Edelmann Gelesen von Bettina Sturm Eine Produktion von Löbe Audio 2020 E E E E E E E Vielen Dank.